Sonst heißt es wieder so und ich krieg wieder Ärger. Aber wird langsam Zeit, dass der Typ kommt. Alle im Crime-Warten einfach auf Waffen. Karl, guten Tag, tach, tach. Und King Muldi, du... Boah, deine Kinnikehle. Dankeschön für die fünf Gifted Subs. Und Ernie! Drück auf die Tube, Ernie! Dankeschön für die Weesab im Zehnten. Hukulu! Weesab muss erstmal kommen für die Dealer. Hat der Waffendealer schon ne Butze? Ne, die haben noch keinen. Wir sind aber auf der USS Independence stationiert. Auf dem Flugzeugträger, da wohnen wir. Wir kriegen auch einen fetten Helikopter, mit dem wir da rüber können. Da glaubst du, Donut, nix zu. Boah, um Remotes kümmere ich mich. Heute nach dem Stream auch. Für diese Woche. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Zuni-Mode machen soll. Wir haben voll viele Text-Emotes schon. Ich mag eher diese Grafiken. Humpelst du mir auch was mitgebracht? Nein, leider nicht. Muss ich mir alleine Barmweste holen? Ja, ich muss gleich auch. Und den Pfarrig kannst du auch mitnehmen. Wer ist das Theker? Ja. Ja. Danju. Was? Ah, es geht. Hallo. Warum siehst du heute so gut aus, Danju? Ich hab mich heute rausgeputzt. Ich hab woanders hier geschlafen in der Nacht, deswegen. Ui. Wo hast du denn geschlafen? Ich sah aus wie meiner Knebelknabe, Junge. Das war ohne harte Nacht, ich sagst du. Hast du bei der in der Perle geschlafen? Ja, vielleicht. Ach du Scheiße. Wir müssen noch die Pauna besorgen, ne? Schiech, Alter. So, dann haben wir heute... Reicht da nicht einer? Ja, aber ich weiß nicht, was alles im Theater drin ist und so. Ja, dann kommen wir nicht, dann fahren wir einfach zwei Mal. Das ist doch kein Problem. Und wir müssen das im Norden bringen zur Müllerkippe, ne? Im Norden? Reicht nicht hier der Schrottplatz? Ja, oder dahin. Ja, ich glaub, sie ist besser. Wir brauchen noch eine helfende Hand. Ja, wir brauchen alle. Komm mal mit, Kürtis. Dann muss ich mir auch noch das anstellen. Welches? Egal. Das, ja. Warum fahm das auf? Hab ich auch gemacht. Fahm dazu, Grauf, Megamolding ins Gedöns. Ja, hier zum Ding. Ich muss LKW ausparken. Hoffentlich ist auch hier einer. Hallo, Martini. Hähnchenschnitzel, Edelmöhrchen und Erbsen und Kartoffelpurree. Was denn? Was? Ich hab keine Ruckler. Also, bei mir ist alles in Ordnung. Bitrate ist in Ordnung. Keine verlorenen Frames. Ach, Memo, fick dich. Voll der Ärger bist du, Alter. Hör auf damit, ich krieg die Krise. Du mit den 600 FPS. Mach dir da. The fuck. Also. Hartwurz. Ich musste mal wieder Redox installieren. Fällt mir grad auf. Wo ist der Sterling schon wieder? Hallo, Day-Night. Das wird hier gleiches 9-3-Bau. Das ist absoluter Legenden-Clipp, ne? Ich mein, was der Typ danach sagt mit dem Dings, aber natürlich jetzt nicht wiederholen, das ist ein bisschen zu heftig, aber dieses Hogwarts-Ding, Alter, das Legenden-Status. Die Frage ist, ne? Ja. Du hast ja auch vom Cody das Ding gesehen, ne? Ja. Dann da auch was mit den Rümpeln. Warte, ich guck. Nö. Nein? Nö. Das muss nicht im Rümpelt werden. Der Lahn ist leer. Okay. Aber hinten im Lagerhalle und Theater und so'n Scheiß. Sonst hätten wir den auch noch mit ein bisschen runterdrücken können, weißt du? Dann hätte er nicht so viel bezahlt. Okay. Aber ist er denn dann nicht. Ja, okay. Wir können ja hinten durchkommen. Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zurück, Frosty. Schön, dass du auch mal wieder vorbeiguckst. Das freut mich sehr. Frosty-Bot lebt. Dies war gefangene WB-Pumpe. Laufst du hin? Ich wollte die Autos hier umparken. Aber ich wollte dir doch zeigen, wo wir rausräumen können. Also, dann fahren wir da hin. Ja. Der Lkw steht eigentlich direkt dran. Da hinten sind so große Tore. Siehst du? Ah, okay. Die können wir eigentlich durch, ne? Und dann rausräumen, oder? Ja. Ja, okay. Hier kriegen wir auch ein bisschen besser durch, als wie durch die Tür. Kann sein, dass da Fickschaukeln drin sind, ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ein ehemaliger SM-Club. Hier haben die Matrix gedreht. Mit der Szene mit Trimteam. Ui, Memo. Ja, wo die ganze nasse Wichse von oben kamen. Boah, ich hab so Bock auf den Burgerladen hier, ne? Das ist unnormal, Alter. Ja, hab sie von der Leine gelassen. Uh, geil. Hallo, Veloro. Und auch alle Anglern, die grad eingeschaltet haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ich küsse eure Herzen, eure Kniekehlen, eure Augen und eure Handrücken. Weil ich hab Resteppe. Ja, Blauhelme. Die UN ist hier. Ich hab grad Döner. Gönn dir. Es sind Kinder im Chat. Es sind keine Kinder im Chat. Der Stream ist ab 18. Der Stream ist ab 18. Hallo. Ich muss auch einen Helm kaufen. Brauche ich eine Warnweste. Ich glaub, der Finn hat, glaub ich, sogar noch Helm. Ich weiß nicht. Der ist, glaub ich, Pipi, Kacka. Wir warten aber noch, bis die anderen aufwachen. Ja. Wir wollten jetzt gerade anfangen, einfach, die Laura und der... Nö. Das wird so viel. Wer? 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 Was? Deine Cousine? Die Laura. Die auch. Ja. Du hast noch Laura. Nö. Nö. Die Tante Laura. Nicht ganz. Aber ich bin nicht so. Naja, auf jeden Fall wollten wir eigentlich warten. Ach, zusammen. Ich wollte nur schon mal lange abchecken. Ja, du hast ja dann wohl rausgeholt. Nö. Also, I don't know, aber ich hab gelesen, dass Twitch in Deutschland ab 18 ist. Das hat der, wie heißt der, gepostet auf Twitter, der eigentlich immer die aktuellsten News über Twitch bringt. Der Papa hat ihn auch letztes Mal verlinkt. Der hat gesagt, wenn ihr irgendwelche Infos über Twitch braucht, dann folgt lieber diesem Typen hier. Da steht das in Deutschland, Twitch ab 18 ist. Mhm. Aber der Stream ist eh ab 18 gekennzeichnet. Von daher, genau, Draken. Von daher haben hier kleine, kleine, kleine Menschen nichts zu suchen. Weil ich sag manchmal echt heftig deftige Sachen. Die sind nicht für eure Ohren bestimmt. Mhm. Weil ihr seid noch zu klein. Gleich schon 500 Leute weg. Ja, dann ist dem so. Ich muss ja auch irgendwo darauf achten, dass ich so eine gewisse Art von Rollmodel bin. Oh. Das ist derrapilot." Was ist das? Ich muss ja. Ja, ich muss ja aufsuchen. Wo sind denn die ganzen Autos? Fuck. Schon wieder umgezogen oder was? Alle im Knast. Stimmt, hat der Joria gestern gesagt. Dann kommt man die Kacke hier kaufen. Ja, oder? Ja. Das ist doch auch so eine Free-MLO hier. Das hat er auch nicht, der Jori, gemacht. Aber ich bin ganz ehrlich. Wenn das irgendwann mal möglich sein sollte, werde ich auf jeden Fall einen Klamottenladen bespielen, Alter. Und der muss ungefähr so aussehen wie hier. Habe ich Bock auf Custom-Klamotten, Alter. Leck mich am Arsch. Arbeite hängen. Schick, nix, hör. Na doch. Gut. Custom-Klamotten und Rage & Piss & 8-West. Ja, aber vielleicht ändert sich das irgendwann mal, ja, ne? Wenn es möglich ist, Custom-Klamotten reinzubringen, so auf Easy-Peasy-Basis, werde ich auf jeden Fall einen Klamotten-Shop aufmachen. So wie ein Skate-Shop, Alter. Habe ich richtig Bock drauf. Wenn ich auf die GTA 5-Modding-Seite unterwegs bin, wenn du mir Klamotten anguckst oder YBM-Server auf YouTube guckst, was die für Klamotten haben, ich heule, ne? Ich bin da so ein verkackter Nerd-Renner, Alter. Ich liebe es einfach. Das ist einfach mein Universum. Ich weiß auch nicht. Boah, ich lebe dafür. Ich atme an den Scheiß. Allein die Hose, die wir auf Nifty hatten. Diese Veggie-Pants, die so runter hängen. Oh mein Gott. Und mit dem Bandela hinten dran und so. Oh, du geile Sau. Hi, wie bist du? Ich fahre das Auto und ich schalte richtig hart. Hallo? Beutel, scheine da unten. Ich gebe einen Bauarbeizenhelm, habe ich gekauft. Okay. Ich bin ganz allein, ist noch keiner da? Doch, die sind in einem Park. Noch keiner hier. Doch, hinten an der Lagerhalle. An der Lagerhalle? Ja. Oh. Wir müssen nämlich heute entrumpeln. Nö, mach ich nicht. Doch, mach so. Oh nein. Oh mein Bauch. Aua. Oh nein. Milla, dein Moppel ist umgefallen. Aua, Aua, Aua. Aua, mein Bauch. Oh nein. Ja, du musst trotzdem mithelfen. Aua, mein Bauch. Ist egal. Oh nein. Ich glaube, ich patze. Aua. Egal. Aua. Aua, Aua. Also, oh mein Kopf, jetzt merke ich es auch gerade da. Ich bin noch gar nicht draußen, weißt du. Ich habe gar keine Zeit heute. Du musst helfen. Wir müssen entrumpeln. Ich muss noch babysitten bei den Nachbarn. Die Nappas-Kinder haben keine Kinder. Ähm, dann muss ich muss, ähm, äh, die die... Bei Telefon. Komm jetzt her, Milla, bis gleich. Was? Du kennst ja voll aus, wie hat die BOM heute kommt, ne? Warum? Äh, der... Ganjo hatte wohl gestern Nacht oder so, oder heute Morgen, beziehungsweise, irgendwie einen von denen getroffen. Und dann war der Typ voll pissig zu dem und hat zu dem gesagt, wir werden uns noch sehen oder wir sehen uns noch. Ja, sollen die machen. Dann sollen die sich ja beider nicht wundern, wenn wir die komplett ausradieren. Was ist mit deiner Torte los? Ja, die hat Bauchschmerzen, sagt die, die würden nicht helfen. Dann sollen die sich aber nicht wundern. Dann gibt's wieder... Da Auflöse, Fritteuse. Weil da hasse ich dann auch rein. Wie so eine dumme Scheiße, der ist dann. Da, was ich bei den anderen gemacht habe, ist dann scheiße, ne? Also, die werden dann richtig kriegen. Nö, dann packe ich auch die SMGs aus, mir scheißegal. Brauchst du ein Bauarbeizenheim? Ich hab welche mitgebracht. Mhm, ich brauch einen. Ich krieg aber auch einen blauen, weil ich bin der Bauleiter. Habt ihr einen grünen Helm? Nur blau. Nämlich einen blauen. Wie ist sie? Mila ist wieder gesund. Ui. Was hat das... Hast du keinen lauer Bruch mehr? Doch, aua. Dann musst du aufs Klo gehen. Vielleicht hast du Stupfung. Ich geb dir gleich einen Stupfung. Vielleicht bin ja der Wald deswegen gestern, als wir in der Wanne waren und du im Stupse saß. Du kriegst dich ab, für mich, dann geht's dir wieder gut. Ach, bitte. Was auch, ihr? Aber ich... Noch, Mann. Ich... Mila ist wieder gesund. Warte. Ich hab ein Tablett gegeben. Jetzt ist besser. Ui. Du musst dich im Bauch küssen. Aber ist halt fein. Mach so. Mach so. Nein, das kippt. Ui. Wie heißt das nochmal, wenn man das macht? U-Boot. Nee. Schlauchboot. Das ist der Monster. Schwabbel-Wabbel. Nee, Schwabbel ist bei den Yardis. Bei dem hab ich das auch schon mal gemacht, ne? Am Bauchladen. Das schwabbelt drei Wochen später auch noch. Ich hab auch beim Schwabbel am Bauch schon mal Geld abgeholt mit Kreditkarte. Und im Nacken. Und dann hat der meine Jacke geklaut. Meine Puppe-Jacke. Meine Ockjacke. Und der Skydeck hat immer Zahnbürsten. Hat der Retzmann sich schon gemeldet, Peiner? Nee. Boah, ich krieg schon wieder hohen Blutwook, ne? Warum? Ja, wenn ich daran denke, wegen dieser Affenaktion gestern. Egal. Nur weil die jetzt meinen, die haben schon wieder 1000 Null rekrutiert, dass die übelst die dicken Eier haben. Ah, die haben Flughafen. Dass die wegen so einer Scheiße jetzt irgendwie Faxen machen. Dann hase ich da komplett rein. Und hat du... Hm? Demanzierende Ecke hat geraucht, man riecht das. Dann mach ich aber Hotel-Taktik, ne? Du hast dir grad nen Dübel angehauen, du Penner. Das ist schon davor, bevor der Brand dazu gerochen, ja. Wo ist der Max-Fillen-Bademeister? Die so einen Arbeiten von. Äh, die suchen... Nee, die suchen gerade ein Auto, wo die Schüsse drin sind. Ja, die so einen Arbeiten. Ja. Die blühen Penner. Mila ist heute unser größtes Arbeitstier. Nee, ach komm. Ich bin der Bauleiter. Ich steu dich nicht umher. Du bist Praktikant. Oh, ne. Der ist der Praktikant, guck dir seine Mütze an. Sicher, wie der auch kommt. Der kann alles auf dem Kopf fallen. Kann ich Pankant sein? Ich kann Kaffee bingen. Wie? Was, du kannst ein Kaffee bingen? Aus der letzten Dreckersbuch. Wie? Wie? Oh, wie, wie, wie? Solange dann komm ich hinterher, welcher Adlib kommt, wenn was gesagt wurde. Hm. Hm. Wie nice ist das, Bro? Sheesh. Seht ihr meine vollen und deshalb kifft man nicht, sonst ist man wie Dandru. Hm? Mila, niemals kifft man, sonst ist man wie der. Aber ich hab schon. Ja, liebe Freundin, niemals kifft man. Aber ich hab schon. Der fickt doch auch seine Bone. Ich hab's euch gefüllt. Ich war in Cocktail-Testerin. Damals. In meiner Jugend. Vor einer Woche. Gestern, aha, deswegen war's so krass unterwegs, ich versteh schon. Ich hab's dir angetan. Ja, ich hab's dir angetan. Hm? Hm. Der war Killer. Hm. Tschüch. Hm. Tschüch. 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 Ich sollte noch jemand anrufen. Kannst du bitte keine Worte mit einem S-Laut sagen? Bot mir leid. Ach. Und dann beiß dir ein Stück deiner Zunge ab. Herbst. Das ist klar. Ach. Lange. Dange. Dange, wo ist denn dein Hund? Zuhause. Ja, hallo. Guten Tag. Dange hat nen kleinen Rehpinscher. Der macht nur ne Wohnung. 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 Meinst du den Merlin? Ja. Ui. 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 Ja, der hat mir zwei mal die Schnitte geklaut. Das war wild. Lecher Merlin. Der hat mir zwei mal die Schnitte geklaut. Ne, ich will bloß kurz runter und den Müll wegschaffen. Und dann komm ich wieder hoch, alles weg. Ich dachte erst so, ja, hab ich schon gegessen? Und dann seh ich den Hund dann mit der Bämme im Maul. Ich so, ne, ne, ne. Hm, hm. Hast du den weggenommen oder hast den dann zu Ende essen lassen? Natürlich hab ich das weggenommen. Gute Lachsschinken. Was sagen wir drauf auf der Doppel? Na, guten Lachsschinken. War das letztens... Wie kannst du dir den Lachsschinken leisten? Du bist ein Perler. War im Angebot. Hallo. Das ist in zwei Tagen abgelaufen. Und ich hab's mir wiederhol gewöhnt. Ich hab's mir wieder aufgehend. Ich hab's mir wieder aufgehend. Und ich hab's mir wieder aufgehend. Ich hab's mir geb'd. In Chinatown stehen keine Autos mehr, ne? Ja. Ich bin grad vorbeigefahren, ein Auto nur noch. Die wurden doch jetzt alle abgeschleppt. Die wurden abgeschleppt. Die wurden abgeschleppt. Wir kamen doch gestern Abend alles an Polizei an, mit Abschlepper und alles. Ach das wollen die Abschlepper? Wurden die durchsucht, die kriminellen Schweine? Die wurden abgeschleppt. Es gab Gesetzeserinnerungen und dann wurden die alle weggeschleppt. Der Chef kommt aus dem Urlaub, was ist das? Komm, zeig her, Schoko. Oha. Du brauchst nen Bauarbeizenhelm. Wir müssen nämlich heute rumpeln hier. Die Lagerhalle. Und sparen mir Geld. Okay. Was hast denn du fürn, Jakob? Das ist der Watermelon. So. Watermelon. Was war denn das? Hä? Ich geh dazu. Wo ist denn Steffi? Weiß ich nicht. Ich hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Die sind in der Küche eingesperrt. Die muss ja mal für Johnny und nicht kochen. Entschuldigung, ich hab mal eine Frage, ne? Nein. Wenn ich jetzt arbeite und mein C stoße, muss ich dann weiterarbeiten? Ja. Dann machen wir den C erro einfach ab, dann kannst du weiterarbeiten. Kriege ich eine Entschädigung mehr zum'? Wer ist das? Nein! Ah, dass mein Arbeiter steht. Nö, wir arbeiten allem sonst. Da ist einfach Schande. Es ist egal, wofür Danju arbeitest, aber ich glaub, der ist ehrlich und gibt dir auch Kohle. Bei dem muss ich keine Sorgen zu machen. Beim Danju? Ja. Der gibt dir wahrscheinlich mehr Geld, als du verdient hast. Ja, also. Ähm. K. 91, dank für den Prime. Im dritten. Ist das Klingonisch dein Name, Bruder? Muss ich mir auch einen Schutz, wirst du anziehen? Nö, ich arbeite ohne. Ich hab auch Bauwalter, Dicote. Und wenn ein Mädchen vorbeikommt, mach ich... Sch, sch, sch. Oh, oh, oh. Die Mila hat das jetzt gemacht. Bist die da? Dann beiß ich ihm ein Fleisch, wirst du will. Ich glaub, der hat nicht so viel Frucht, Mila. Aus meiner stinkenden Brotdose. Gib keine Mädbrötchen? Egal, wir können später kussen. Boah, du läufst doch bestimmt vorbei. Dann fai mich. Ja, ja. Durch den Grashalm. Du sagtest irgendein Mädchen. Ja, du bist irgendein Mädchen. Boah. Nein, nicht schlagen, bitte. Boah. Boah. Entschuldigung. Komm schon. Geh bitte aus meinem Blickfeld. Geh bitte aus meinem Blickfeld. Geh bitte aus meinem Blickfeld. Oh, aber bitte in die andere Richtung, ja? Warum riechst du deine Füße? Bitte verschwinden. Oh. Alles wird gut, Mila. Alles wird gut. Und soll ich noch mal machen? Keiß auf den. Bald gehen wir zusammen auf den Berg, Johnny. Direkt halt hier raus. Bald machen wir ein Pärchenabend. Ich mach heut bei euch, Haya. Okay, kannst du die Sofa zerreden. Ich auch. Hä, du liegst auf dem Sofa. Das wären krasse drei Sekunden für den Johnny. Ja, Mann. Das ist doch ganz schön lang. Wir machen Charme-Party. Ich komm auch. Drei Sekunden so, aber immer. Nee, du nicht. Doch. Die ganzen Jahre in meinem Kopf. Weißt du was? Dann lade ich die Asche zu mir ein. Dann wird geknattert. Ja, mach doch. Ich soll mit deinem rauchen. Du schläfst zu Hause. Ihr kommt hier nicht in die Asche. Doch. Nee. Dann, wenn Mila bei euch schläuft, kommt Asche her. Wo hab ich jetzt da? Die Asche kommt hier nicht hin. Dann pennt Mila nicht bei euch. Doch. Nö. Doch. Aber du bist ärgern. Du ärgerst. Du ärgerst. Nö. Wohl. Wer war gestern in der Wanne, hä, mit dir? Wer hat dich mit seinem Piratenschiff spielen lassen? Ich. Ich war da. Bitte was? Ich hab ein Piratenschiff. Vom Peemobil. Ja, ja. Ja, ja. Mila durfte damit spielen. Ja. Hattest du Augenklappe auf? Wohl rein, Juni. Ich bin immer in Piraten, kalt und in der Badewanne. Ja, ja. Da kannst du bestimmt immer eine Wanne suchen. Guck mal, Mila, hier ist ein Delfin. Oder ne, hier ist ein Wal. Guck mal, der kann sogar Wasser nach oben schieben. Und dann mach ich so Walgeräusche. Dann macht er so, nur nur nach oben so. Guck mal, hier kommt auch Wasser oben raus. Oh, jetzt versteh ich. Nein. Das macht er nicht. Du bist ein Ekel. Der sagt bestimmt mal. Guck mal, wenn ich mich ganz so konzentriere, dann kann der auch über Wasser kurz springen. Manchmal landet auch ein Helikopter im Wasser. Nein, stopp. Ich versteh das nicht mehr. Besser ist es. Mila, du musst der Tante heute das Geld geben, ne? Also wieder zurück. Das Geld wieder zurück, ja. Ja, wir wollten mich heute bei Miri zahlen, Rechnung. Also komplett... Ja, die Melonen, ne, die du mir gegeben hast, ich bin zurück. Okay. Ja, nix. Dankeschön für den Prime und herzlich willkommen. Hast du gut auf meine Melonen aufgepasst? Ja, ganz gut. Ui. Mhm. Wir haben die warm gemacht, die hatten uns Spaß. Was? 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 Nix. Okay. Ich bekomme noch Double Waffle, ne? Ja, wenn du dich benimmst, ne? Ich bin nämlich immer. Ja. Gar nicht warm. Warte. Halt nachts auf der Couch. Ja, da. Du weißt, dass ich mich immer benehme. Wann hast du mir das letzte Mal Palin mitgenommen? Du hast gesagt, du machst Diät. Pst. Dann gib doch Diät Palin. Genau. Ja, das wisst ich du nicht. Guten Tag. TK, brauchst du ein Arbeitsheim? Ah, sag Meister. Hallo. Wir müssen heute die Halle ausräumen. Ach so. Du hast keine Bauchschmerzen. Das hat Nila schon. Warte mal, warte mal. Ich habe ja vorgesagt, ne? Ja. Hör mich an. Du sagst du was Bauchschmerzen, ist gar kein Problem. Für euch alle, die Bauchschmerzen haben, seid mitgebracht. Ui. Ich danke dir, ich danke dir. Okay, dann muss ich wohl doch einen Bauarbeiter-Helm nehmen. Ja, komm her. Warum hast du Curryking mit, oder? Alter. Geil, Läuchster. Geil ist das aus, du Sau. Macht mich schon wieder an, ne? Da. Da sag ich Pfenn. Ja, Migo. Ich bin der Einzige mit weißem Helm. Ich bin Bauleiter. Du bist der Schichtaufseher heute, ne? Ja. Wir sind die Geschweide. Nein, weißt du was du bist? Du bist Außenseiter. Alle rein. Nee, ist nichts passiert. Da kommen die nächsten Arbeiter. Oh, hallo. Grüße. Willkommen. Grüße. Wie sehen jetzt aus für die Soldaten? Äh, Badermeister kommen so. Welche? Ah, jetzt sag ich. Von United State Marine Corps. Ah, ja. Ja. Das sind Blauhelme. Ja. Und die stark bewaffnet. Alles vermint. Dann hab alles vermint. Ganz neu umgepackt. Hat der Dämmer ausgelegt. Ich stehe immer am R4 jetzt. Dämmer Knutsch war das. Dämmer Leute hauptsächlich der General hier. Mit Gesetzbuch? Was? Gehen da mal welche mit Gesetzbuch? Ja. Boah, apropos. Hab ich gestern Abend mit dem DJ nur telefoniert, ne? Ja. Was meint ihr, was der Hotelkomplex hier kostet? Vollverkaufsrecht. Boah. Bei 50. 100.000 Dollar. Nö. Ein Block. Pass auf, der ganze Komplex. Was meint ihr, wie toll dieses Bestattungsunternehmensgebäude ist? Was nur ungefähr so die Hälfte. 150.000. Obwohl das kleiner ist. Hä? Die Knickern und Optik schielen die so wie mir. Die sagen, wir wollen einen Sacharbeiter, der sich alles angeguckt hat. Hey, aber ich weiß immer noch, dass das schon umgekehrt ist. Hey, aber Vorverkaufsrecht ist ja maximal 100.000. Hm? Was denn? Nö, jetzt auch für Gewerbe. Ah. Ist neu. Okay. Ja, aber das Bestattungshaus Braumbach. Äh. Da wohne ich. Ey, da jetzt die ganzen Leute da bei dir gerade sind, ne? Ich bin fertig. Kannst dir direkt mal fragen, ob die ihn in den Wagen haben wollen, da mit der Cody. Achso. Okay. Hi. Ich frag. Hi. 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 Hallo, alle mal zuhören. Hi Kevin. Komm mal her, bitte. Der Quack hat beschuldet mit dem Cody gemacht. Der hatte sich Geld geliebt für die Edda. Ich mach den Wumms zu von Codys. Was? Nein. Nein, nein, nein. Nicht so, nicht so. Schnauze! Der hat sich Geld geliebt für den Edda. Ja, ich weiß. Und Quack ist irgendwo, keine Ahnung. Ja, ich weiß. Sollen wir dem Cody die letzten 350.000 Zahlen behalten in Edda oder sollen wir den zurückgeben? Weg mit dem Edda, der ist hässlich. Eigentlich schon, aber das was einfach... Auch Cody die Kohle oder... Ey, lass den Edda verkaufen. Ja, also eigentlich... Der ist hässlich. Ich würde dem Geld verkaufen, aber wenn das Cody das Geld braucht, dann soll er nicht auf diesem Auto halt rumsitzen, ne? Sag ich ehrlich. Ja, der Cody versucht das dann zu verkaufen. Ja, der Cody fährt halt eh kein Auto so. Das Ding ist... Sollen wir dem Cody die 350.000 geben und das Auto selber verkaufen? Ja. Ja. Der Cody braucht unbedingt Geld, ne? Ja, wenn Cody das Geld braucht, dann machen wir das so, weil er sagt eh, Cody uns das Geld erst mal geliehen hat. Und er sollte halt nicht auf den Schulden drauf sitzen, ne? Aber hat der Crack nicht schon was angezahlt? Ja, 150.000. Ja, aber der schuldet dem noch irgendwie... Wie viel jetzt? 350. Dann lass uns das scheiß Auto verkaufen. Hat jeder gesagt. Für 400 oder so. Jop, jop. Ihr habt doch Connections, oder? Was denn? Ja, die können eigentlich zu Circlecast. Ach so, ja. Was kostet das Ding denn neu? 500. 500? Und da ist echt wenig gepfahrend. Ja, lass mal gucken, was Circlecast dafür nimmt. Ich mach dem... Komm's zu! Ja, Circlecast kauft richtig billig an. Ja, ja. 400.000, oder es knallt jeden Tag. Tagsam! Wer ist das? Oh, ne. Hi. Junges, auf. Wo ist der Ritz, meine Penner? In der Buh. Ja, der ist immer herkommen. Der dumme Bigster. Wir haben da Gangsachen zu klären. Warte mal, Aiden, du kannst da mithelfen, ne? Ja. Gut, dass er schon da bist. Setzen sie auf. Helm? Ja, setzen sie auf. Ui. Komm mal, Helmchen. Ui. Oha, das ist gelbe. Oha. Das ist keine Helme. Ich krieg Flashbacks. Oha, nein. Und der Schwabbel soll seinen Donut machen. Ich rufe den in die Sahne. Ja, der ist doch dabei. Aber der Schwabbel ist grad auch in der Bucht. Musst er essen? Ja. Den ganzen Tag? Wir müssen langsamer anfangen, Business zu machen. Ja. Ich weiß. Und die Seriösität haben wir ja schon mal. Ja. Warum selbst UDM kam gestern zu uns und UDM vorgestern und meinte, hä, was die Stadt erzählte, boah, stimmt ja gar nicht. Ja, richtig. Wir sind absolute Hohne, man. Was war alles der Hase? Was war alles der Hase? Hey, warte, 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 warte. Was ist das denn? Stopp. Ja, dass wir Asoziale sind. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hast du recht? Und dass wir nur schießen? Doch. Das stimmt. Ja, auch. Ja, tut mir leid. Derjenige, der das macht, der steht zum Glück grad weit weg. Scheiß Finn. Stimmt. Ja. Nur weil der mit TK keinen sexy Timer hat. Hallo. Er hat gestern zwei Minuten oben am Krankenhaus gewartet. Er hat schon gesagt, ich mach zu jetzt hier in den Laden. Ich hab Tor 3 heute für den geöffnet. Alles gut. Der ist entspannt. Tor 3? Ja, ja. Boah, ich würd's so fühlen, ne? Aber weißt du, was ich mehr fühlen würde? Wenn der Schwabbel keinen Donutladen macht, sondern so ne Tinkerbode. Was? Ne Tinkerbode. Was ist das? Dann ein Kioskbütchen. Mit so einem kleinen Fenster, wo... Ja. Wo dann die Penner stehen und Bier trinken. Oh, ja. So ne Pennerbode. Da fass' der ja nicht rein. Wo man dann noch einzelne Kippen kaufen kann. Lose. Für 30 Cent. Ein Späti. Was? Genau ein Späti. Was für... Schwabbelz Späti. Guten Tag, ich hätt gern eine Bilde. Ja, so ein Bierkursbütchen ist nicht so ganz gut. Aber die Abkürzung ist nicht so ganz gut. Dann dafür. Wie wollen wir das dann nennen? Schwabbelz Späti. Ne. Schwabbelz Späti. Ja, Schwabbelz Späti. Ne, das kann man das Schwabbelz Späti. Ja, das ist... Die Abkürzung ist nicht gut davon. Ja, oder Schwabbelz Tinkerbude. Ne, die Abkürzung ist scheiße. Ach so. Schwabbelz Bütchen. Habt ihr schon mit einem Geschichtsunterricht aufgepasst? Jetzt verstehe ich. Ja, endlich. Max war in der Schule, der ist kein Gangster. Ich bin ne Hure. Das stimmt. Warte, warte, ich muss nebenanrufen. Warte, Meister? Hallo, wer hat... Warum nimmt ihr Klingelbütchen aus dem Schrank? Danke, danke, danke. Nein! Kennt ihr das? Ihr sitzt so am Schreibtisch. Schreibtisch. In so einem Maxnomik-Studium oder whatever. Gute, alle 7 von 10. Und dann lehnt ihr euch so zurück und spannt den Rücken an und dann knackt alles. Oh, egal. Jetzt gibt's Brett. Der war nicht offen. Der war von Schwabbel. Okay. Dann hab ich nix gesagt. Warum tut denn das eigentlich so gut, wenn das knackt? Warte. Was heißt Tor 3? Tor 3? Ich weiß nicht, das sind nur die komischen Männer. Tor 3? Ich zeig dir und dann, was Tor 3 ist. Schwein. Lass ja halt dein Bauarbeit der Hemm auf. Es geht ab in ne Polemine mitm Clio. Ist das gefärblich? Oh, eigentlich ist wieder mit Mode nieder. Oh, nein, da. Ich möchte nichts Gefärbliches heute machen. Das ist nicht gefährlich. Das ist ganz gefährlich. Nein, nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Welcher? Ja, welcher? Das da. Lagerhalle. Mit Theater zusammen. 1,8,7. Können wir auch gerne aufräumen. Erst mal zu machen. Mach die Hut zu. Mach die Hut zu. Boah, ich hab zwar voll den dicken Stuhl von Max Nomek und so. Aber ich hab richtig Bock auf so einen Cocktail-Sessel, Alter. Ja. Schmuggeln. Ah, Gumo. Was ist mit deinem Donutladen? Weiß ich nicht. Was ist mit deinem Donutladen? Jalla, mach fertig. Ja, muss ich noch machen. Aber weißt du, was viel mehr fühlen würde? Was denn? Kein Donutladen, sondern ne Tinkerbude. Was für ein Ding? Ne Tinkerbude in Büchen. Kiosk. Trinkhalle. Ach so. Wo man lose Kippen kaufen kann. Ja, das ist schon auch ne gute Idee. Hast du den Land schon angeguckt hier an der Ecke? Ja. Ach ja, und wie heißt der? Weiß ich nicht. Siehst du? Ja, ich muss das noch machen. Du kannst vorbeikommen und uns helfen. Was macht ihr denn? Wir müssen die Lager dann drümpeln. Ach so, ja. Wir kommen gleich. Wir müssen noch LKWs verkaufen, dann kommen wir auch. Dankeschön. Okay, bis gleich. Tschau. Aufpassen, vielleicht kommt Bomben, ne? Ah, ja folg mir jetzt recht, dann komm ich doch gerne. Tschau. Juuu, tass ich viel Zeug. Schwabbeld kommt auch gleich. Helfen. Der Schwabbeld kommt auch gleich helfen. Weißt du, was ich mein? Ja. Ja. Ja, ich hab Bock auf so nen mega dicken Sessel so, mit dem man auch chillen kann und Fernsehen gucken kann. Da hat's wieder keinem mit stehen. Scheiß Computerstühle, alter. Ja, dann brauchen wir Chio-Praktiker. Ja. Ja. Oder den muss man tot rei öffnen, ich weiß ja nicht. Ich bin Chio-Praktiker. Was ist Chio-Praktiker? Na klar. Chio. Ich knurte die Mehlheimer. Und dann mach ich Teilmassage. Mach die Massage. 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 Was geht ab, Skabo? Massagesessel. Ich find, also alle, die ich bisher so gesehen hab, die sind echt schlecht verarbeitet, alter. 1, 2, 3. Das da. Ja, so ein Kinosessel, ne? Ich hab übel Bock drauf, alter. Ich weiß jetzt grad nicht, wie die heißen. Und du weißt ja drauf, ne? Ich hab letztes Mal, werd ich mir angeguckt. Aber wegen dem Lockdown ist es momentan schwer hinzugehen und sich die so in Dings anzugucken. Vielleicht weiß die Jada, wie die nun mal heißen. Ja, ja. Sessel. Ja, ja. Ich meinte nicht mal Cocktail-Sessel. Ja, ja. Ach, keine Ahnung, wie das heißt. Dann geht's mich gleich kurz umziehen. Dafür haben wir noch Zeit, ne? Hm. Ja, ja. Okay, zieh gleich. Ich mach auch. Ja, und genau das will ich haben, Zeno. Ich will in so'n Ding einpennen können. Maxnomic und so sind gute Marken. Die Stühle sind auch nicht schlecht, aber ich hasse das, auf nem Stuhl zu sitzen mit Rollen so. Wenn ich die ganze Zeit hin und herweb und wie, keine Ahnung. Ich will einfach gerade sitzen und chillen. Ist schon wieder Ufer, hein? Hm, ich glaub' heute nicht. Nein. Na dann. Na dann. Wenn ihr gleich arbeiten geht, dann versteck' ich mich. Hm, hm. Dann geh' ich kurz Badeballe, Zimmer, mach' mein Gesicht nach. Ich bin Schichtleiter. Hm, hm. Du gehst arbeiten. Nö. Doch. Der steht mit Peitsche hinter dir. Doch. Nö. Doch. Nö. Nö. Doch. Und wenn du schnapp machst, gib' ich den Powerriegel. Bäh. Bäh. Fress den, du Arsch. Bäh. Nö. Versuch' denn doch. Entschuldigung. Für mein schlechtes Benehmen. Ich weiß, dass Aso zahlt. Hm. Aso zahlt Bauarbeiter. Hm. Vielleicht sieht mein Hose aus. Dann sieht man je nix. Paktikol Tee. Nö. Nichts über Teddy. Ich weiß jetzt nicht, wie der Tai ist. Der Kack, Alter. Müsste ich gucken. Ich hab schon zu Bauarbeiter Dekolleté. M-m. Doch, guck. M-m. Doch, guck. M-m. Ja, guck, guck. Guck, guck, guck. Zum Tor. Ui. Geil. Ich fühl mich belästigt. Darfst du andocken? Nein, 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 nein. No, Chesterfield. Ich fühl mich hier belästigt. Ich fühl mich hier belästigt. Die sind mega nice. Wie ne Schießhause. Hab ich gehört. Die haben die meistens. Also zumindest bei uns. Ich mag auch das Design. Und boah. Wer macht die Zwinker-Smilies? Ich weiß es nicht. Warum stehen jetzt alle da drüben? Chatt, such den Zwinker-Smilie. Lass einfach rübergehen. Lass einfach rübergehen. Arschlöcker. Chatt, die sind noch Kippen. Du bist ne Kippe, Junge. Ich hab auch keinen Bock mehr auf dich. Was? So ne Schwein. Ich würd mal gern mit dem Fahrrad fahren. Schöne. 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 Wer fährt mich kurz? Kötis, hast du meinen Plan noch mal gesehen, wie ich das mit der Halle mir ein bisschen vorstelle? Ist okay, ne? Sieht voll scheiße aus. Ja, sieht auch scheiße aus. Aber da muss ich helfen. Wenn das nicht unser, würde ich das Ding dicht machen. Für 25.000. Boah. Du bist so ein Däugier. Ich würd seinen Kehle durchschnitzen. Sag mal. Doch. Kötis, man muss ein bisschen... Entschuldige dich oder wir machen dich zu. Ganz oben anfangen und dann ganz wenig... Nein! Doch! Doch! Wer fährt mich zum Strand? Schnell. Fahrrad verkaufen. Wer fährt mich zum Strand? Wir packen uns jetzt gleich hier die Sachen. Hier wird gearbeitet. Hier wird uns gearbeitet. Jetzt! Auf jeden Fall! Ich werd schon seit zwei Stunden bezahlt, ohne was zu tun. Ja komm, auf jeden Fall. Du wirst gar nicht bezahlt. Wortwörtlich. Beweg dich. Was musst du machen? Lauf! Aber ich will nicht jetzt arbeiten. Die Angeln sind nicht da. Arbeiten! Schneller! Nö. Lauf! Lass uns ne Kette bilden. Arbeitet ihr Schweine. Du musst auch mal machen. Ich bin Schichtleiter. Ich muss pipi. Finkelpause. Jan macht das ordentlich. Wir müssen erstmal die Tür aufbekommen. Die Tür auf. Tanken muss einrammen. Aua. Ich bin schwarz. Ante ist Rambock. Nimm den Kopf. Ne warte, ich mach das aus dem Weg. Aua. Das haben wir gleich. Mach einmal. Hau sie mit. Weck da. Ui. Das Ding geht nicht aus. Weiterarbeiten. Ui. Ihr Duden, da ist ne Klinkel, ne? Schneller wie... Ich bin Schichtleiter. Da ist ne Klinkel. Warte. Ne, ne, ich bin mir da nicht so sicher. Die ist nur zur Deko. Reiner! So. Hier, ich mach auf jetzt. Oh. Ihr seid Schichtarbeiter. Ich bin Schichtleiter. Beweg dich. Ja. Ui. Lass uns nicht. Sie arbeiten nicht, der Pfohle. Das sind an die zwei Millionen Kisten hier. Da sind wir ja mal in drei Wochen. Ey, arbeite mal mit, ihr Schweineviecher da hinten. Ihr sollt mitmachen. Ich bin Schichtleiter. Du bist ein Scheiß, du bist ein Klinik. Du bist der Dreck unter meinem Fußsohle. Ui. Du hättige Frege. Das sind um die drei Millionen. Du hast Nasenhaare. Peik. Ui. Mach mal lieber Schlüsselbund. Und mach die andere Tür hier auch auf. Scheiße. Scheiße. Schrager. So, fertig. Geh helfen da, du Schweineviech. Ui. Was für eine Raucherpause. Arbeit. Wie der TK, Alter. Göttest du, aber ich auch. Ich hab den LKB geguckt, dass keiner klaut. Arbeitest du jetzt. Arbeitest du. Jetzt drehen wir uns auch noch was. Ey, TK, ich hab's nicht drin im Eck. Der stellt alles an die Tür. Wer ist denn da drinne? Siehst du, ich sag nur, da sind Fickschaukeln drinne. Ui, die möcht' ich haben. Ui, die möcht' ich haben. Das ist ja drin, das waren meine. Schmeiß' mir das einfach rein. Der hat den LKW nicht direkt so zu. Mach da Tetris. Ne, immer vorne im LKW. Immer ganz vorne. Und dann Pushkicks rein. Ich geh jetzt im LKW rein. Einfach schieben. Das Ding wird auch noch ein bisschen was. Wen spenden wir das? Oh, alles reinschmeißen. Hier ist ne Käste voll Zabs. Was? Der Subway. Na Baguette. Ja, die sind schimmlig aber. Und das sind Nergere. Die kriegen kein Dingbittchen. Jetzt auch mal Push. Boah. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Jardiflex. Wir gucken, wie der das reinschmeißt da vorne. Guck mal. Boah. Gib mal nach den nächsten hier. Super. Und rein. Das sind noch alle hunderttausend Kisten. Das nenne ich euch nicht. Das sind noch die Hunderttausend Kisten. Ja, wohl. Alles rein. Dann wird's super. Boah. Das. Hör mal, warum habt ihr denn so viele BOM-Flex da drin? Ich bin Fan, sorry. Ich bin ein Sammler. Warte mal, da liegt ein Penner drin. Ey, ihr Schweinefiecher kommt arbeiten. Du, ne. Guck mal, da vorne liegt einer. Ich glaube, das ist die T-Karte von den 56. Was? Der pennt einem von unsere Hande. Schmutz bleibt schmutz. Ist das nicht da vorne, diese Nate? Das ist ja nur noch ein Skelett. Ist egal, Schmutz bleibt schmutz. Schmutz bleibt schmutz. Ach, was ist denn das für ein 56-Ding? Da ist Theater, ein Möbel, ja, und so. Mila, du musst helfen. Nimm mal hier. Ich kann nicht. Nimm mal. Ich kann nicht. Ich hab hier irgendwie Achtpapiere von ein paar Jahren. Nimm das. Nimm das. Weißt du, wie schwer mein Karte schon ist? Nimm es! Nimm du's da. Nimm es! Oh, alle drei hier. Top, top. Soll mein Nazgul auch helfen? Ja. Mach da Feuer rein. Duftkarte, Pause. Pack den Klappstuhl los. Ja, Pause. Pause. Ey, ich bring jetzt erstmal, wir müssen jetzt erstmal wegbringen. Nein, Pause. Wir können das erste Pause machen. Pause. Und dann fahren wir weg. Und dann nächste Ladung. Warte, ich bring da, ich... Oh, die Jungs, ich will den 1A-Kreis hier sehen. Boah, ich hab aber auch zwei Sachen getragen. Ich bin echt erschöpft. Boah, ja. Ich hab 1.000 Kisten getragen. Aber ich bin echt sicher. Paunsch, ich komm gleich. Paunsch, Schweine. Warte, komm her. Da war ne Leuchtreklame von nem 56 drinne. Schnell rein damit. Ich hab da irgendwie 8 Papiere gefunden, sah aus wie ein Yadi, aber immer dasselbe Bild. Ich drück wie ein Verrückter, ich drück wie ein Verrückter. Wartet, wartet! Hallo, wartet! Die haben nicht mal die Ladung gesichert, die Toten. Das ist egal, das ist egal. Hallo, wartet doch! Das war ne Arbeit. Wollen wir schon mal vor? Wir sind noch nicht fertig, ne? Das dauert mal 10 Prozent. Hä, erstmal. Hä, alles gut. Ich brauch jetzt mal ein Feierabendbierchen. Mach mit Zahlen auf. Schichtmeister, ich bin weg für heute. Jawohl. Vergesst nicht einzustempeln. Stempel? Haben sie schon ein Stempeldokument hier gemacht? Ne, vergessen sie bloß einzustempeln. Da muss ich euch Idioten nix zahlen. Wortig, Wortig. Ich möchte Millionen dafür. Boah, Schalke hat gestern richtig gut gespielt, ne? Ja, du kannst ein Bier holen. Wer? Schalke, der Runde hat ein richtiges Tor geschossen. Zum ersten Mal in 10 Jahren. Die haben auch die Schale gebunden. Die Tupper-Schale. Ui. Ui. Oh, das erste Mal, oder? Mhm. Ui. Mina, hast du ein Meldbullchen bei? Äh, äh. Hast du keine Double gemacht für uns? Ne. Warum nicht? Du bist eine Frau? Sag mal, wo ist die Kiste? Du hast gar nix gesagt. Du hast gar nix gesagt. Ich sitz gerade auf einer Kiste Ramsdorfer-Kölsch. Jawoll, Rainer. Auch ein Astra. Hm, mein Orangensaft kommt gleich. Warum wir haben davon ein coldiest Auto hier? Haben wir ja kein Alkohol. Ich brauche ein Bierchen. Aber ich habe noch ein paar Schnittchen im Kühlschrank. Ja, dann hol die Dinger raus. Ich darf erst mal einen Döner-Teller bestimmen. Mö-Mö-Mö-Mö. Nee. Schnitten. Ich mein, ich mein, Stullen, so. Double. Ähm. Ähm. Und ne Flasche Karnwager. Man, das dauert mir jetzt so lange. Belegte Boote. Achso. Belegte Boote. Mhm. Geratenschiffe? Nein, Boote. Boah, ich bin dem Flau. Ich hol schon mal ein paar Kettons in die Pfaule wieder. Alter, du Maschine, Junge. Boah. Guck euch meine Rückenmuskulatur an. Boah, ich will deinen Körper einölen. Film. Ich will streicheln. Gib weg. Geil, Junge. Das ist mal was. Das ist ein Mann. So, Junge. Ich brauche ein Bier. Ich sprotze. Ich war's mit dem Schicht leider. Ja, ich muss nicht mehr sagen, Feierabend. Feierabend. Ich fang weg, Junge, oder? Ja, ja, ist weg, kannst du wieder gucken, komm. Ja, die ist weg, oder? Oh, shit, Alter. Sag dem Dungeon, der soll die fangen mit seiner Zunge. Oh, Schicht, Alter. Wo ist die? Ich fress die, komm. Wo renner hin? Was willst du? Ich mach die Haie, wo ist die? Komm, wo ist die? Ich mach die Haie, die Spinne. Nee, hier, auf meiner Hand ist die. Ah, geil, gib her. Mh, die schmeckt aber. Mh, lecker, lecker, Proteine. Mh, lecker. Alles für den Muskel. Das war so ein komischer. Sagst du Bescheid? Voll cool, dass mir einer hilft, ne? Ja, kein Ding. Wir sind hier in der Pause, Mann. Dann weitermachen. Oh, um Gottes Willen. Das dauert heute bestimmt drei Stunden. Rause. Sag nicht. Die Halle war schon halb leer. Das sind zehn Minuten arbeiten. Aua, 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 aua. Ich kann nicht mehr arbeiten. Hey, hallo. Aua. Dann kommt jetzt, dann steigen wir auf den LKW auf. Wir können an der Seite uns dranhängen. Ich habe jetzt schon fünf Kartons hingestellt. Ja, der LKW ist aber voll. Ja, dann, komm, gib her, wir nehmen wir mit. Hä? Ich kann nicht mehr. Wie, wir müssen uns da dranhängen. Ich dachte, der LKW ist schon weg. Boah, ist hier schwer, die Kissen. Mag jemand mittragen helfen? Nö. Boah, die fällt mir gleich runter. Oh, oh, die fällt mir gleich runter, du. Oh, ich glaube, mein Rücken tut weh. Ah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, oh, oh. Ich bin verunfallt. Hast du Mila Schuss? Auf geht's, Männers. Wie, da kann man sich dranhängen? Seit wann kann man sich im LKW dranhängen? so machen wir jetzt zu aber macht vorsichtig und ich bin vorsichtig was ist denn hier los haben sich alle drangehangen was passiert menschen getötet sind alle noch dreine warum springst du die lampe geknallt die lampe ich geb vollgas ja das gibt kickdown ich bin doch die spinne ihr müsst mich nicht gott nennen die frauen sind wir noch paletten mitnehmen nein bittem ist vorsicht 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 mauer 1st und piece rechte Seite. Oh oh. Oh oh. Vorsicht Panzer. Hallo. Panzer wo? Ja, davor ist der Mistding da. Guck doch. Oh. Passt so? Perfekt. Zugriff Jungs. Super, Zugriff. Okay, ich wusste gar nicht, ob man sich da dranhängen kann. Ach so Teddy. Okay, wieder was gelernt. Ja. Mein Rücken tut weh. Ach so, ich dachte du bist ein Rocker geworden. Ist der kaputt vom Schleppen oder was? Ja. Ui. Ich hab grad zwei Wash-Maschinen geschleppt. Boah. Da waren bestimmte ganzen Flags drin. Von den Hausnahmen. Und ein paar Geiseln. Ui. Schmeiß das Tonnen. Ja. Oh, ist das schwer. Uff. Ja. Alles gut, Jungs. Nächste Woche Umzug, ne? Nee. Da war das letzte Mal hier. Oh, fu. Oh, fu. Guck mal, Dungry, das sind Bon. Oh, wo? Ja, hier halt Dinger. Oh. Du meinst alles aus der Karre hier raus. Ich schmeiß mal kurz hier ein bisschen Ott rein. Oh. Und hinten an der Seite. Nö. Nix. Aus damit. Du lust mehr. Ist noch viel, Dolna? Ja, war das denn mit Bauzahlen von hier aus? Ich schmeiß mal alles raus. Du lust mehr. Bauzahlen, ne? Das ist nicht mehr viel. Dann musst du die auch nicht mehr kaufen. Ja, aber die Bauzahlen kosten 50 Dollar oder 100 Dollar. So. Aua. Oh, der letzte Karton ist meine. Die Elektronik ist am teuersten. Top. Ich kann nicht mehr. Junge, jetzt hack dich nicht so hier. Ich muss Pause machen. Oder sind fertig. Anklinken. Oh, ne. Ich bin nicht schon wieder hinten. Aua. Ah, Jungs, der Snoop von der Bombe ruft mich an. Ja, geh ran. Ui. Soll ich nicht fahren? Geh ran. Geh ran. Alle aufs Sattel. Aua. Geh weg. Ja. Ich versuche hier verzweifelt einen Platz. So, Agatha. Ich häng mich jetzt hier dran. Ähm. Hä? Die Fragen, wo wir sind, die wollen das von gestern klären. Ja, wir sind auf dem Weg im Park. Wir sind gerade am Umbauen. Ich hab hier gesagt, wir sind unterwegs. Wir kommen aber gleich wieder. Sag mal. Hallo. Ah. Toll. Oh, alle dran geht los. Sei bitte vorsichtig. Ja. Wer fährt? Ja. Wer fährt? Bitte vorsichtig fahren. Oh, oh. Oh, oh. Wer fährt? Du könntest hängt draußen. Jetzt darfst du wie ein Arschloch fahren. Warum darfst du? Der ist auf meiner Seite. Dann mach den in der Mitte weg. Rechte Seite in der Mitte. Oh, das Mund. Hängst du nach oben? Ja, ich spiel das mal noch. Ey. Ui. Hallo? Ui. Ja? Ich glaub wir haben Mila verloren. Nein, Mila ist da. Okay. Ui. 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 Schneller. Äh, Fliege im Mund. Ui. 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 Das war aber knapp, du. Uiuiui. Dummes Schwein. Uuuu. Pass auf. Oho. Achtung, Achtung. Oho. 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 Okay, danke. Reicht. Ja, du musst umdrehen. Oho. Giff, ihr setzt den Helm auf. Das Arbeitsschutzgesetz. Pause. Bist du erst mit Snoo quatschen? Im Baller ist Bier und Zigaretten. Echt jetzt? Ja. Aber erst das Gespräch, dann das Bier vergnügen. Warum? Vielleicht wollen die auch Bier trinken. Okay, warte. Egal, ich bringe vorbei. Mal tan kühles, Jungs. Ja, klar, meiner. Zieh die Kurte aus, du Wichser. Ja, meiner. Gleich ins Ab. Oh, Gott. Wir sind am Ausruhen, wollt ihr mithelfen hier, Rebatz? Auch noch ein paar starke Hände. Wir haben gerade Leuchtreklame gefunden in der Lagerle von 56. Und Logan sein Tagebuch. Ui. Ui. Hm, da stehen schmutzige Dinge drin. Oh, ja. Aber die liegen mir nicht, ich bleib Hatz hier. Der liegt da auf der Bank, Alter, mit seinen Bauarbeiter. Braun gebrannt, Alter. 100 Kilo Handeback, türkische Welle. Der sieht hier aus wie so ein jugoslawischer Arbeiter auf dem Bau, Alter. Nein, ich bin Tschetschenefack, Mäus. Hat einer zufällig am weißen Aschenbecher? Beidlin! Also, dann klärt das mal. Ich weiß nicht, wer war bei euch beteiligt da? Alle Funkeln. Die Konfrontation. Also, gesprochen hab ich. Okay. Dann klärt das mal, ihr drei. Ja, was soll ich sagen? Ich kam auch nur dazu. Und da wart ihr schon alle am Eskalieren so. Ja, du hast... Ich hab versucht, das runter zu spielen, weil das halt unnötig ist so. Weil wir hatten bisher jetzt... Ich mein, damals gab's in der Vergangenheit so, aber das hat sich alles geklärt. Da brauchst du ja auch nichts Neues hochspielen. Also, ich hab da gar keinen Bock drauf, wieder... Waren du das gestern im Zentorno? Nee, nee. Das war der zweite Körper. Du hast halt ja früher dazu gelernt. Wer war denn das nochmal? War das Tayfun Ferrari? Was? Tayfun Ferrari? Wo ist denn der, der den Zentorno gefragt hat? Ja, das war richtig... Das war richtig dumm gestern. Freunde, ich wollte eigentlich nur fragen, was geht so? Und dann kam halt so die rumgepöbeln, weißt du? Und dann hab ich auch direkt natürlich zurückgepöbelt so, ne? Ja, das Ding ist, das Ding ist, guck mal... Ich wusste bei uns, dass ihr seid, ich dachte, dass wir da irgendwelche Ziffs, die meinten, da dicke Welle zu schieben. Ah, okay. Siehste, hab ich dir gesagt! Also, ich... Ich schwör dir, ne? Und merkt euch das am besten einfach mal. Ich hab noch nie einen Ziff gesehen, ne? Pass auf. Pass auf. Einen Ziff gesehen, ne? Jetzt haltet euch fest, Alter. Pass auf. Ich mach das einfach mal. Ich mach das einfach mal. Ich hab dir gestern auch gesagt, irgendwie hättest du mich so angekottet, Ich will nur aus. Du hast ja eigentlich Daumenbrett gegeben. Das kann... Naja, keine Ahnung. Von mir aus, keine Ahnung. Wenn du sagst, du wusstest jetzt nicht, dass wir da waren oder so, dann ist das kein Thema. So, dann vergeben und vergessen. Vor allen Dingen, bisher haben wir ja alles immer normal geklärt, seit der Situation, ganz am Anfang so. Mach doch kein Verdaumenkitchen. Ich kann das nicht. Ich hab grad nur ne Finger. Ich hab lange Fingernägel. Ich mach dich fertig, Alter. Der hat nämlich ne Koksschippe an den Finger. Ich kann nur zwischendurch die Nase kratzen noch dabei, Alter. Und den Daumen. Ja, ich ruf dich gleich zurück. Das ist ein digger kleine Hobbit. Bäumchen! Meine Fingernägel sind so farb, ich kann dir auch die Nase nicht klein damit, Alter. Bis gleich. Du bist jetzt grade am Rümpeln. Wie hast du das denn gemacht mit den Fingernägeln? Bresch dich nicht ab? Nee, nee, da musst du aufpassen. Aber ich kann wenigstens die ganzen Schnüre, die das alles befestigen, die kann ich damit durchschneiden. Seh man so. Du brauchst kein Teppichmesser mehr. Hast du einen Karton, der klein gemacht werden muss, guck mich, Alter. Das ist dein Spitzname Wolverine. Wie gesagt, ich war gestern auch nicht, ich bin dann nur dazugekommen. Er hat mich angerufen, da bin ich auch grad schon angefahren. Da war es schon am Eskalieren, ich hab das versucht runterzuspielen. Aber da wart ihr alle schon auf 180, ich hatte da gar keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Dann ist er mit Knarre und Fleck ausgestiegen. Das hat natürlich nicht Eindruck geschunden, ne? Also Eindruck geschunden, wie ne war das? Wann in der Schule? Auch. Auch, okay, auch. Auf jeden Fall war es dann halt schon zu spät, ne? Ich war halt zu spät da und... Ja, kein Thema, kann passieren. Ja, euch ist ja nichts passiert, ne? Naja, ich sitze im Rollstuhl. Die Kette hat den Chaussee abgefangen. Die Kette war gegen ihn weg, in die Kette, ja. In das große Kreuz. Von Jesus Christus! Meine Löser! Scheiße! Scheiße! Oh man! Aber ich finde, dass der Onkel sich entschulden muss für seinen Spruch. Irgendeiner hat was gesagt von wegen, wie da hier. Da ruhen sie sich aus, der Herr. Nur in Ghetto-Sprache. Achso, ne ne, das habe ich aber gestern schon gesagt. Oh Mann! Da ruhen sie sich aus! Das habe ich gestern schon zu der Dinges gesagt. Ja, indirekt, ja. Weiß ich schon, alle die... Sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, ich sitze im Rollstuhl, ich packe nirgends so an. Du kannst dann gucken, wo das alles hinkommt. Ja, das hört sich gut an. Ich kann ja hinten in der Ladefläche mitfahren. Wir brauchen ein paar Hände... Ach guck mal, da kommen die nächsten Arbeiter. Ja, sehr gut, sehr gut. Was ist denn das? Keine Ahnung, ist mir auch egal, aber die können alle mehr. Die sind doch Koppers, Mann! Ich kann jetzt mal arbeiten. Da hinten, wir räumen die Halle aus. Da kommen erst M-Schuppen rein. Mit Fick-Schaukel von Ikea. Oh! Ja! Geil! Das gleiche Modell habe ich auch zu Hause. Du jetzt. Naja. Aber ich habe immer Schrauben über. Oh, ich habe immer Schrauben über. Oh! 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 Das stück von mir. Ey wir räumen die Scheißlager alle da raus! Der Kohl, die zieht ja auch hin. Die Burgerbote. Echt? Mhm. Geil! Nice. Biss in ihr South Side beleben. Ja, wir beleben jetzt die West Side. Alleine. Ja, ja. Aber was wollten die in der West Side, Mann? Da stinkt voll nach Centershot. Na Centershot? Ja nach Kaugummis. Ich dachte immer, das riecht auch nach Schwanz wegen denen. Vor allem, wenn immer die Freude von ihm mit Logan gesprochen hat, braucht immer nach Schwanz. Oha, woher kommt der Haar? Oha, der Haar ist. Hallo? Ich lutsche auch Schwanz. Also ich hab kein Problem. Das tut er. Ich hab kein Problem mit Logan. Aber ich glaube, alle anderen haben ein Problem mit Logan. Ich schande, er schreibt mich immer so an. Hä, wo? SMS auf Handy? Und das Ding ist, er macht auch mal ein Statement. Muss aufpassen. Seine Statements kicken richtig rein. Seid ihr einfach so dahin gegangen und habt gesagt, verpisst euch hier? Nio. Und der Logan hat nix gesagt. So wie bei den Fortnite. Der Logan hat ja gar nicht gesagt. Also die wollten halt fünf Millen so. Dann ist er noch frech geworden. Meinte irgendwie unsere Flagge zu beleidigen und so. Aber warte mal. Wenn ihr in die Westside ziehen wollt, ne? In das Barrio. Sind wir schon. Sind wir schon. Habt ihr nicht Interesse an einem Hotel mit 16 Zimmer? Von dem. Achso. Ich hab' mir auch schon gehört. Ich hab' mir vorgelegt. Ne, wirklich, ne? Ich glaub, wir vertingen das total da. 16 Zimmer, gute Lage. Das sind, glaub ich, zu wenig Zimmer und zu wenig Platz. Du kannst doch auch mal zusammen in deinem Bett schlafen. Eben. Alle. Hochhausbett. Für die Bartelisten-Kennzeichen. Ne, aber. Wer wohnt denn noch an der Westside? Ähm. Ja, die Mono-Lowen. Doch, SM-Double. SM-Double ist reingezogen, ja. Keine Ahnung. Für mich ist das schon ein Haushalt, wo wir wohnen. Ja. Ne. Irgendwie schon. Also 187 hat da gewonnen. Hat immer gesagt, es ist deren Westside, dass sie da gewonnen haben. Ach, die, ja. Äh. Was du willst du sagen? Seht man ja, was die haben. Go auch nix. Ach. Wer zum Teufel ist ein SM-Double. Die vorher auch bei uns in der Eastside gewohnt haben. Ja, die über uns gewohnt haben. Ne rote Bigness-Strike. Warum zieht denn jeder hier alle zwei Tage um? Weil das Problem ist, in der Eastside kommt ein neues Krankenhaus hin. Genau. Ach, stimmt. Das Krankenhaus hat unter unserer alten Hood quasi, das wird ausgebaut und wenig Bock direkt über einem Krankenhaus zu wohnen. Ich meine, man hätte darauf warten können, aber die Eastside habe ich eh nicht so richtig gefühlt. Keine Ahnung. Wer sind die Typen da vorne? Nickelodeon. John Bon Jovi. Ja, bitte. Wer ist denn das da vorne? Ja, kann doch solch das riechen oder wat? Ja, geh doch mal fragen. Ja, geh doch selber fragen, du Idiot. Kein Bock. Ja, merkst du selber, ne? Ich bin auf dem Tisch, der ruht sich gerade aus. Na, ich habe Rücken, Junge. So, ich gebe dir gar nicht Rücken. Nee, von der Arbeit. Hier, komm. Hande auf, Mann. Hol dir eine Parazetamol ab, Junge. Gar kein Thema. Hier, guck. Kriegst du eine Paraz. War kein Zahn, war Tic-Tac. Ich werde um zehn Riesen, er hat eh nicht mehr gearbeitet. Na klar. Hier, bitte. Hier. Ich glaube, die zehn Riesen hast du verloren, Alter. Weil die alle auf seiner Seite sind. Doch, ich habe gar nicht. Können wir das blondes oder was? Wer von euch war das gestern im Zentorno? Und der hier in dir sitzt. Ja, du bist der Polte Typhoon Ferrari. Warum Typhoon Ferrari? Weiß nicht, weil du. Weil du ganz wild unterwegs warst. Weil das ist Tyrion. Er war sauer. Du kommst zu sagen, mir die Asalame spielen von Ramo und so. Sie trägt Fleck an, Junge. Steigt aus mit Panzerfaust. Der hat sogar Roller gemacht. Ihr habt euch mit mir anlegen wollt. Ich bin von der Bombe. Bombe-Hackshot. Alter, was sind das für die da drüben? Hä? Irgend so eine Tiger, der erzählt mich, ob die da drüben offiziell sind. Was für offizielle, Alter. Wer ist offiziell? Hä? Tiger Butz, oder was ist der Basketballspieler? Ja, geh da rüber. Ritter mit dir. Nee, kein Bock auf den Tiger. Der ist irgendwie, der ist irgendwie, diese Hoover-Leute da drüben. Zu dem gehört, ja? Nee, aber die waren irgendwie, oder ein paar Stück von denen waren alte Leute von denen. Und dieser Chabub, der hier war, ne? Chabub. Ziefer, ziefer. Der Schatz, der den da drüben hat, weil der da drüben rausgegangen ist, hat die quasi dahin geworben und hat gesagt, ich hab da was krasses Gutes am Start. Und hab's nur noch so mal gemacht. Frag mal, was für ein Erkennungsmerkmal die haben. Der Film hat gerade auch gesagt, haben die irgendwie ein Tattoo verwackelt, ob man sich offiziell nennen soll, oder so? Ich mach auch bald meine eigene Ganging auf. Weißt du, wie die nennen? Ufo. Wir machen uns alle so ein Ufo, wie ich hier auf meine Wange habe, auf dem Wackel. Ja, ja. Ufo, Ufo. Dann ziehen wir uns diese Kostüme ab von diesen Aliens. Ja, genau. Dann gehen wir Bretter mit LKW. Ich wusste aber noch so eine neue Nummer davor machen, so ist das nicht gängig. Ja, 0815, Ufo's. Ja, genau. Er hat gerade einfach LOL gesagt, das hat mir gereicht. Ich weiß, dann haben wir Roffel gesagt. Lass dir mal Herzen mit ihm tauschen, mal knull jetzt. Oh, da kommt unser Anwalt. Oh, unser Anwalt kommt. Oh, oh. Herr, wie ist Ihr Name? Bein. Lack, was lachst du? Anik. Machen wir gleich weiter? Ja, wir machen gleich weiter. Helfen wir jetzt mit oder nicht? Ach, gar keinen Bock. Als ob die helfen. Die ziehen doch alle selber alle zwei Tage um. Helfen wir? Wir sind ja schon geübt. Bei einem Typ von der Baum den Kompass in der Hand, verdrillt er sich. Boah, jetzt sind die Kutte aus, du Wichser. Sag mal. Mila. Ja, ich fäll deinen Raucherarm ab. Mila. Ich schiffst du mich hier. Mach mal Brumpfgeräusche. Du Fache. Ach, da war die Kutte, ich bin süß. Ach, da war die Kutte, ich bin süß. Ach, da war die Kutte, ich bin süß. Ach, nein, Jungs. Kann ich dir noch ein Praktikum machen? Ja, du bist süß. Du Klo, zeig mal Raucherarm. Praktikum, meine Mom. Passend Arm hast du schon mal. Jetzt sind alle belegt, sorry. 16 plus. Ach, Mann. Ja, aber der hat passend Arm. Guck. Ja, der hat auch Arm. Ja, Arm ist schon gut. Mit Prämung steilst du Warteplätze auf, aber nachzuhängen. Du musst dir eigentlich eine Anwaltslizenz haben, Bütti. Ich bin Praktikumserfahren. Bütti, du brauchst eine Anwaltslizenz. Hast du gerade Lizenz gesagt? Lizenz. Achso. Wie liegst du da eigentlich so rum, du faulig Schwein? Ich habe Rücken. Bütti! Du hast gerade eine Paracetamol bekommen, du Arsch. Du hast keinen Rücken. Deine Mutter Hundefutter. Dann gibt ein Teabag. Hau ab. Deine Oma kann Karate, du Arschloch. Du hast einen Spenderherz und einen Schwein. Das pumpt wie ein ganzer Mann. Wolle. Warum quatschen die denn mit denen? Arschloch. Ich mache jetzt weiter. Zaun Schweine. Ich komme dir helfen in einer anderen Stunde. Ja, das kickt schon wieder heute richtig ein. Was machen die denn da oben? Ich habe schon wieder den Scream-Tail vergessen. Was steht denn da drinnen? Okay, da kommt mir helfen. Ach, er ist der FC Junkie Park. Genau. Kreis Liga C, ne? Mit Schlappen auf Asche. Na, eigentlich dachte ich, heute gibt es wieder Gambo, Alter. Ich dachte, Bomben kommt hier hin. Wegen dem ultra krassen RP-Story von gestern. Toxic Heim, dankeschön für Luisa im 5. Nee, dankeschön übrigens für den Host, ne? Arbeit, Arbeit. Ich gehe dann mal. Faun Schweine. Du bist ein volles Schwein-Trickse. Ich habe Rücken und Arbeiten trotzdem. Ich grüße meine Oma. 1,8,7. Und ich habe gedacht, es gibt Knatterreif. Ja, ich auch, ey. Ich wäre so schön gewesen. Ach, komm mal, Small, wegen so einer Scheiße knattern. Richtig. Absoluter Brüte. Ich stelle wegen so einer Scheiße nicht mein Leben aufs Spiel, ihr ganze verrückt. Nur weil Typhoon Ferrari da mit dem Zentorno kommt. Und der hat übrigens recht, was der sagt, ne? Was der? Heka, du hast schon einen Schlachtwagen gespielt, du Arschloch. Wer du bist, wenn du so rumrennst, wie ein Idiot. Und? Wirklich so, er dachte, du wärst ein Zift, Digga. Selbst wenn ich mit anderen rumlaufen würde, würde ich auch nicht wissen, welcher ich bin. Du Zivi, du Zivi. Aber Typhoon, hör auf, du zu erzählen, du wolltest nicht schießen. Du hast sogar schon den Rücken geklärt, du Arschloch. Ich glaube, das ist noch ein LRB. Bitte? Wir müssen noch heute zahlen, ne, Jonathan? Ja. Aber per Karte. Wo ist Tante? Man, die Arbeiter sollen das Hotel fertig machen. Arbeit, Arbeit. Mehr Arbeit, ich geh da mal. Taddy? Komm mal her. Taddy. Warum hilft der Beatty nicht? Warum steht Giffy und Dings eigentlich hier oben? Die Wichser. Lass mal gleich den Giffy jumpen. Lass den Giffy jumpen. Kommt. Da oben an der Treppe, wir jumpen, nenne. Komm. Das ist der Rechte, der da oben steht. Weiß nicht wo. Giffy, renn schnell weg. Die wollen dir wehtun. Klapp dir an, du Pester. Leo, du heilig reistiger. Giffy. Du bist rauf da, rechts rum. Du kriegst auch... Oh. Ist gut. Klatsch den weg, die faule Sau. Ihr kämpft doch mit, du fauler Wichser. Giffy, dummer Wichser, machst gar nichts. Aua. Hallo, ihr sollt euch nicht prügeln. Wichser. Hallo, Magnum. Der Giffy ist nämlich so einer, der das seit B of Unity sind, ne? Der macht nämlich g'nix. Die Angang gehen arbeiten, die kaufen Autos, er kommt und sagt, ja, gib mal Schlüssel. Der macht gar nix, macht der. Der greift nur mal ab. Nee, nix richtig so. Das ist Kruppen, Herr P. Jeder muss sich einbringen. Giffy Nation. Er stream-snappt nämlich 2017 und jetzt ist er faul. Der ist so'n Pern an das Gefühl, ne? Aua. Oh, meiner. Ihr Brücken. Oh nein. Ich nehm die Kissen runter. Oh Gott. Oh je, je. Ich hab doch gesagt, du sollst vorsichtig sein. Ja. Bist du hin im Pfahl, Mila? Ja. Was ist mit dem passiert? Weißt du, die boxen sich die ganze Zeit. Nö, der ist vom LRB gepfallen. Der macht mich wieder Hause. Bist du vom LRB gepfallen? Nein, die Leute, die hat mir gegeben. Er kam an und sagt, er hat sich bis hinten hin verlagert. Die haben sich hier geprügelt, die Schweine. Die sind bekloppt hier. Ehrlich. Komm. Puck. Johnny, du Arschloch. Wieso ich denn? Was hab ich denn damit zu tun? Du hast mir ne Kelle gegeben, Junge. Ach, klar, ist die sein ruhig, Junge. Hör mal, fass mal in die Augen. Du baust jetzt zwei Jahre ne Fische auf. Ist voll, Kinder, ist voll. Passt nix mehr rein. Okay, dann farmen wir. Was machst du jetzt hier? Ja, stoppst noch ein. Auch ein Knebel. Nö. Ich seh dein Gesicht nicht. Und jetzt spuck ich. Mach, oh ja, mach weiter. Ruf mir ein Arzt. Wir brauchen ne Arbeitszahre. Alter, bist voll. Oh, nachts. Hallo, wo muss ich gehen? Ich will mitmachen. Ja, ruf mir lieber Lass, Arschloch. Oh, ich häng mich dran. Let's go, Abfahrt. Let's go. Oh, kurz Platz. Ja. Dann kannst du mich dran hängen. Ja, da war an der Seite schon. Ja, hängt da aber an der Seite schon drei Leute. Nee, ich will nicht laufen. Kannst du bitte aus dem Pounder aussteigen? Bist du besoffen? Nein, steig doch mal bitte aus jetzt. Weg da. Da. Beifahrer, steig doch mal bitte aus. Egal, ich krieg hier gleich ein zu viel. Boah, beweg deinen Arsch. Da ist kein Platz. Zeit ist Geld, Mann. Oh, wo dahin? Ah, James. Hallo, man schlägt mich. Hallo, das macht man nicht. Jetzt kannst du nicht fahren. James, geh schnell dran an das andere Ding. Oh, 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 oh. Bleib, die sterben da. Was passiert denn da? Ich sehe nichts. Ah, nichts, nichts. Da liegt nur ein drücklicher Jardin. Kann ich fahren oder überfahre ich jemanden? Ja, fahr einfach. Bitte voll, bitte voll, bitte voll. Einfach fullspeed. Einfach fullspeed. Ach, da liegst du, du Lutscher. Ja, wir ruhten sich da aus, der Herr. Der James ist ein bisschen müde. Ja, den hast du gerade umgenockelt. Gar nichts habe ich. Bin nicht gefahren. Nein, der war zu fett. Der hat nicht durchgepasst. Wir haben gar nichts gemacht. Wer ist das da hinten? Häng dich da drin. Sag mal, hakt das? Jetzt rutscht ich, der Grüf. Kannst losfahren, abfahren. Lass sie da liegen. Ruf mal bitte Mediziner, da liegen zwei. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, er liegt da auch. Oh, mein Gott, er hat Flieger gemacht. Wir haben gerade ein Rad geschlagen, aber ich habe nicht gewissen. Deswegen ist der Digga so gelickig. Wenn nun nicht einer sieht, ne? Umzug ist ja ein Junkie Park. Das ist ja ein Junkie Park. Wo ist der Panzer? Wie ist die Steffi hier? Hey, der fett ist Schwabbel doch gar nicht. Wo ist die Moodie? Nicht hier, noch nicht. Hallo, Specki. Vermiss ich. Schwabbel! Ja? Mach mal eine Tinkerhalle. Was soll ich? Tinkerhalle. Ja, okay. Schwabels Späti. Nein, die Abkürzung geht nicht. Dann Schwabels Tinkerhalle. Schwabels Büdchen. Büdchen, oi. Oder Büdchen. Was verkauft wird für Süßigkeiten? Ja, Süßigkeiten, Snacks und so. Und auch Donuts. Und Donuts. Und Kippen. Alles für Schwabels. Vielleicht machst du noch ein Solarium rein. Oh, der Johnny wird dein Stamm. Und kleine Hündehütte für Retzmann. Weil der uns wieder alles klauen will, sonst. Hey, Johnny. Die Schwabels macht Solarium. Ui, Memo. Dann können wir auf dem Parkplatz ein bisschen Chisha mischen. Oh. Ich mach Tabak. Ja. Ja, die ist feines. Schmeckt nach Vanille und Schwanz. Oh, das macht so gut dann, Juni. So kalt. Der schmeißt alles nach vorne. Ja, greift so. Super, super. Hier, noch eins. Ach, der wirft alles? Mach eins. Warum machen wir nicht ne Kette? Super. Bitteschön. Mach mal ne Kette hier. Okay. Quick telephone. Boah, wir sind hier schon fast seit zwei Stunden am ausräumen, ne? Ja, das ist aber schuld, wenn ihr das war, würde ich machen. Ja, jetzt verstehe ich auch warum, dass du teuerst, wenn ihr das macht. Ein, zwei, drei, vier, fünf, drei. Wir sind, glaube ich, mit zwölf Leuten dabei. Ja, gut, dann wird das relativ schnell, oder? Ja, jetzt schon zwei Pounders. Ja, was ist das? Ja, okay. Ja, gut, dann hätte ich zu wenig Geräte gekauft. Kette, zopp, zopp. Der macht das super. Kette weniger gerechnet. Was ist mit Kette? Wirst du gleich vorbeikommen? Ich kann nachher vorbeikommen. Nimm an. Wie lange bist du erreichbar? Ich habe noch sechs Anrufe, die ich noch machen muss. Ja, noch ein bisschen. Nimm an. Ja, gut, dann mache ich schnell Anrufrisse und dann komme ich vorbei. Okay. Alles klar, bis nachher. Bis gleich. Na. Tschüss. Ich habe dich ausgedribbelt. Nimm Platz. Geh jetzt in den Dreh rum, oh oh oh. Ja, das wird alles ein bisschen schlecht. Wie fühlt es denn da noch? Ich glaube, es stinkt ein bisschen. Was? Wir sind zu schnell da hinten. Okay, ich höre. Weiß sind die so langsam, die sind schneller arbeiten. Schneller, schneller. Ja, aber ich komme hier nicht auf einen Stundenlohn. Wir machen hier Akkordarbeit. Geh jetzt. Ist das noch viel? Ist da noch viel? Nein, letztes Teil. Wie viel noch weitersagen? Das ist ein Paket hier. Wie viel noch weitersagen? Hier ist jetzt Letzte. Hier, da ist das Letzte, bitte. Hier ist da der Letzte, bitte. Hallo. Hier ist das Letzte. Arbeit nicht bummeln. Ich bin sofort da. Erst mal in Kiffen. Hast du mich gerade angespuckt? Er liebt das. Er liebt das. Oh, der ganze Eikabwehr hängt nach links, weil Schwabbel sich dran gehängt. Vielleicht kommt kein Zug. was hat denn der ich weiß nicht der hat hinterlos geraubt da weht was, guck mal wie die andere Karre dahinten steht geht er gleich nicht mehr ich will auch so richtig sein, zieh durch oh die ist liegen da ja immer noch die lutscher stop 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 und sind tot ich war wieder rückwärts gelaufen ich hab gar nie gemacht halt auf zu heulen nein bix, da ist er aha boah zum glück war ich nicht so hoch eingestellt du lutscher halt die Klappe hey bing ich bin vom BOM hier aber macht dich stopp ja ist da jetzt noch was drin, nur ist leer das sieht leer aus kann die einen mal durchfängen guck mal da ist noch bisschen was drin da wollen wir uns einfach in den LKW reinräumen und den LKW dann einfach anzünden und dann nicht wegräumen ja 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 stimmt gute Idee lass den LKW einfach zumachen ich hol die letzten Kartons nur raus und Güfi kann mir helfen ja ok du dreckerschmarotzer du hey 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 ich hab mich noch kurz ausgeruht ok dann nimm die Dinger her ja genau eins geh selber rein was was platz da ui aber warte mal wo ist Jonathan hast du gesagt Abu warte mal ja Abu warte mal Abu Chaka warte mal ich guck nur mal eben wie kann ich den Trümpelung ja der meinte so eine halbe Million kann da drunter gehen was geht ich bin sofort da kommt der gleich zum bezahlen also mit den Trümpelungen Kernsanierung 850.000 ach dann hab ich dann Skygeld dann hab ich so auf der Taschebeiner vielleicht sparen wir dann so fast eine halbe Million und die können wir dann quasi reinvestieren in diesen einen Raum den wir nur bauen auch genau genau er hat ja gesagt da geht ungefähr eine halbe Million geht da rum ja ungefähr ähm der hat noch ein paar Termine dann kommt der dann müssen wir zahlen ok Tante hast du schon von Minas Geld bekommen wieder? mhm MINA komm mit oh oh ich war das nicht ich schwöre doch du warst das guck mich an ja zieh die Sonnenbrille ab wann will er denn kommen weißt du da er hat keine Sonnenbrille auf zieh dann diese Brille ab ja das oh was ich hab nicht eine Stunde oder so da ist der Tante schon pennen ne ja deshalb machen wir die Kohle jetzt weiß nicht Mila das das Ding ist ich hab jetzt gesagt so am besten ist das wenn irgendjemand die Kohle kriegt der halt immer da sein kann verstehst du? ja dann nimm du die du musst der Tante das Geld geben ja fährst du mit der Tante eben kurze Bank ja auch komm na boah ich mag den Helm ja 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 sag Wula und ich glaube dir leg mir dein Finger auf und umkreuz ich das gut schreck mir den mit dem Mund was hä nix ja bleib schicken Bratatata Ich hab keine Hobbys. Ich hab gar keinen geholt. Wo ist der Schwurbel? Ja, hallo. Wenn du Gewerbe anmeldest, ne? Ja. Und dein Ding einreißt. Ja. Und das genehmigt wird. Was? Und das genehmigt wird. Ja. Musst du mit dem Dokument zum Reviort. Ja. Und dir nochmal das Vorverkaufsrecht für den Laden kaufen. Ja. Nicht vergessen. Ey, ich hab die Idee gehört. Allerdings. Jetzt hast du mir das klaut. Wir legen den Schwurbel genau hierhin, das soll ich am Rücken legen, ne? Ja. Und dann werfen wir vom Tor aus die Sachen auf den Schwurbel seinen Bauch. Und am Bouncer trägt er einen in den Wecker. Ich bin froh, dass der LRB gerade nicht umgekippt ist auf rechten Seite. Hallo. Ich war links. Ja, aber du hast hin und her gewippt. Ja genau, sonst kann einer den... Nein, kann eigentlich nicht, aber du brauchst den Scheiß jetzt. Ich hab grad die Bombe schon gefragt, ob wir die Hotel haben wollen, ne? Ja, die fliegen nicht mehr raus, glaub ich. 137 hat nur Vorkaufsrecht. Warte, ich bin ehrlich, der hat recht damit, ne? Wenn ich irgendwo hinfahren, würde jemand wie Johnny in dem Outfit, was der anhatte, mich anquatschen, würde ihm ein Bichonbrett geben. Ja, man sollte halt nicht so oberflächlich sein, ne? Ich würde mit Schlappen werfen wie alle. Okay, beruhig dich. Leo, was hast du gerade nochmal gesagt? Äh, weiß ich nicht mehr. Was hab ich denn gesagt? Da irgendwas mit, das hab ich auf Tasche meiner. Ach so, 850 K, das ist Kleingeld, hab ich auf Tasche meiner. Geh mal kurz, wie kann man das? Aber du hast ganz anders geredet. Ja, weil ich, ja. Ja. Heizschmerzen. Mhm. Da war jemand heißer. Uiuiui. Boah, ich will unbedingt diesen Kiosk-Dings da haben. Weiß ich nicht. Ja, da ist, weil ich Schwambe machen will. Lass mal da hinlaufen, das ist voll cool da. Und hinter. Das ist echt voll cool. Kommen Sie, kommen Sie. Da vorne rechts an der Näcke kommen Cody's rein. Und da vorne in der Ecke ist, da ganz hinten. Uiui, die Tante hat's wieder umgezogen. Was? Das war aber schnell hier mal. Ich hab keinen Helm, Jungen. Nee, das ist Mila. Oh, die hier, ich hab dich verwechselt. Also, hier kommt Cody's rein. Ja. Und da vorne in der Ecke ist, da ganz hinten. Siehst du die kleine Tinkerbude? Man könnte auch das Klo wegreißen, ne? Und da eine Tinkerbude machen. Doch, in theoretisch gesehen schon. Ja, aber dann haben wir wieder Probleme, weil das unser Gewerbegebiet ist. Lass mich dann abtreten und so. Oh. Ding Dong. Jemand zu Hause? Ja, ich bin Sancho's Mama. Mila, nimmst du mal ein Patschand? Dein Patsch-Au-Pair? Was ist denn mit euren komischen Bilder oben? Äh, weiß ich nicht. Der Pimmel, die den ganzen Tag da ab? Nein. Alle Werkstatt. Was ist denn das für ein Wind? Der pfeift in mein Ohr. Ui. 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 Ui, Mamu, guck mal. Ui, guck mal. Was zum... Was war das denn? Wären wir halt mal geghostet? Bin ich da gar gegen eine unsichtbare Person gelaufen? Ui. Hey, jetzt hab ich Bock auf Tacos. Das ist doch für fett hier. Boah. Ja, dann ist echt wild. Crazy. Hier wollten wir hinlaufen. Hä? Dandu? Hm? Wo bist du? Ja. Er steht nichts von dir. Hä? Was haltet ihr von den Nahen hier? Mach auf den Bums. Können dann da einmal die coolen Leute? Ja, hast du eine Pellnerbohle, ne? Boah, ja, ja. Kannst du Tabak kaufen mit deinen gelben Fingern. Ja, ein richtiger Späti, Mann. Mach auf den Bums. Ja, so vor den Späti. Du hast einen riesen Parkplatz hinten. Ich krieg zwei Malbebohle und einen Köpi, Junge. Hammer, nee. Feigling. Artillerie-Poer. Ja, das sind schon 18. Guck mal, wo man hier. Oh, hier, mein Junge. Dandu, hast du Zuckungen? Hm? 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 Hast du behindert? Das sagt man nicht. Das sagt man nicht. Ah, sorry. Beeinträchtigend. Warum da vorne keiner im Park da abhängt, verstehe ich auch nicht. Hm. Weißt du, was ich eher fühlen würde? Was denn? Wenn der Schwabbe die Bar hinter uns machen würde. Hinten bei uns. Ich finde, eine Bar. Wir haben noch eine Bar. Komm an mit, die musst du ja. Ist auch alles schon fertig durchgewunken. Hat sich durchgewunken. Ja, ist alles schon genehmigt. Ja, so eine richtig schöne Kneipe. Boah, mit einem 0,5er. Wie nennen wir das dann? Schwabbelseck? Oh ja. Ja, das wird perfekt. Zum goldenen Schwabbel. Zum schwarzen Fuß. Oh ja. Oder wir nennen es Goldteilen. Brauhaus Goldteilen. Klingt edel. Oder zum rollenden Kimo. Da wird aber nicht geklaut. Da musst du die Jacken aber wegsperren. Und auch kein Zahnblüten ausgemacht. Ach stimmt, wir haben wirklich eine Bar, ne? Jo. Wir haben alles. Und die Süßigkeiten boxen, das auch da bleiben. Also die Bar wäre halt echt nicht schlecht, ne? Boah, das stimmt. Das ist auch für den Finn gut, weil der ist immer besoffen. Wofür denn? Die Bar, wir brauchen die mit ganz viel Alkohol für Finn, weil der ist Alkoholiker. Ich, also ich, safe wette ich, wenn der die Bar aufmacht, hast du jeden Tag besoffene Ja, die sind schon ein bisschen geschehen, aber besoffen. Ich werde dir. Aber so eine Bar muss ich aufhöhlen. Ja, wo? True Story. Ich würde das richtig gut finden, ne? Ich weiß nicht, wir machen einen Großprojekt hier. Da kann der ja auch seine Donuts anbieten, als nebenbei zum Naschen oder so, weißt du? Und sonst nur Getränke. Boah, Junge. Boah, die heißt sogar He-Meln. Fehlt nur noch Skeleton. Stimmt, wir haben ja sogar die Bar. Schon wieder vergessen. Ganz zu viel. Voll der Zähne treff hier. Bald haben wir alle Hütbeutel. Hey, wir können ja so Getränke machen, wie Batina de Schwabbel. Sex on the Schwabbel. Sex on the Schwabbel. Guck mal hier. Ja, wild. Eine geile Cocktailbar wäre richtig gut. Cocktailbar. Dann Schwabbel. Also das ist schon genehmigt, Schwabbel, ne? Da müssen wir nur noch einen Bauauftrag geben, dann ist es fertig. Ja. Zwei bis fünf Wochen. Ja. Aber dann musst du Miete zahlen bei uns, einen Dollar im Monat. Ja, mach ich. Oder du übernimmst das komplett und ich überschreibe dir das. Ja, wie ihr wollt. Das ist, ja, behalte das. Ich zahle Miete. Ja, entweder vertraust du uns, weil du weißt ja nicht, den Hotel dem Hof. Du weißt ja, was für Füchse wir sind. Oder wir überschreiben dir das einfach. Ja, aber das ist doch euer Ding. Ihr habt euch da drum gekümmert. Bist du gemein? Ja, aber, hä? Ja, wir machen da eh nichts mit den Dings, Alter. Aber wir sind doch eine Familie. Du bist so. Na, Holi, das verursacht keine Crashes. Die Spiele an sich verursachen Crashes, wenn es zu viele im Sink sind. Was sagst du jetzt? Die MLOs nicht. Boah, mir ist halt egal. Ich finde alle Dudes, sage ich dir ehrlich. Das Ding ist halt, der Kioski ist halt auf der anderen Seite, so, ne? Also, ich finde beides gut. Das Ding ist, guck mal, hier brauchst du dich zum Beispiel nicht mehr viel drum kümmern, weißt du? Das stimmt. Da musst du nur, 75.000 kostet das. Vorverkaufsrecht dafür. Das ist ja kein nix. Und da musst du Bauaufragung machen. Was kostet der Bau? Ja, das musst du sagen, was du drin haben willst. Ich meine, der Bau kostet so zwischen zwei und drei, oder? Ja, aber wollt ihr eine Bar haben oder einen Kiosk? Ja, das mit der Bar wäre schon cool, ne? Wenn Cody dann den Nächsten hat und dann kann man auch noch was trinken gehen danach, oder? Ist da eine Gurke in dem Cocktail? Wenn wir auch eine Spilo reinbauen. Das ist eine Banane. Du kannst auch daraus eine Spielhalle machen, ne? Du kannst aber auch zum Beispiel so eine Bar mit so einer Shisha-Bar quasi. Boah, lass Shisha-Bar machen, hier. Mit einer Dart-Scheibe. Lass Shisha-Bar machen. Mit illegalen Sky-Fußball und so. Hörter gucken. Boah, geil. Wir haben es vor Absteigen abends. Das sieht doch aus wie eine Shisha-Bar. Boah, aber Shisha-Bar würde ich auch spielen. Ja, würde ich auch spielen. Doch, doch. Dann nennen wir es Pipeline. Oh. Nein, weißt du, wie wir das nennen? Merkel, mach auf. Oder Merkel. Merkel, mach Shisha auf. Wir nennen es einfach zum Merkel. Merkel. Merkel-Kachbar. Also wie gesagt, der einzigen Vorteil, den du hast, wenn du hierhin kommst, ist, du wolltest dich immer viel drum kümmern. Ja, also Shisha-Bar, wie das Gefühl, man kann ja so beides machen. Ja. Also man kann ja Bar und Shisha dengenstens, ne? Ja, eben. Deswegen, ja. Wir sehen eine Shisha-Bar. Du kannst dich eben saufen und du kannst auch Dinge, und das Ding ist halt größer, ne? Das stimmt, das stimmt. Dann sorgen wir noch für ein bisschen Mucke, die von unbekannten Interpreten. Wo man auch vielleicht ein bisschen abchillen kann mit Musik. Da habe ich einen guten MP3-Player. Ja, das ist Rhythmia. Und Live-Musik auch. Ja, ein bisschen Ukulele. Und texanischen Dings K-Cop genannt. Ich kann Mundharmonika spielen. Ey, der Jonny kann auch Arschgeige spielen. Mila kann nur Blockflöte. Ui. Ja. Mhm. Fannst du das gut? Wie ein Profi. Ui. Ja, ich kann denn... Lass so eine Bar-Shisha-Bar-Mix machen, ja. Ja, man kann ja trotzdem auch so Spielautomat und so reinhauen, ne? Na klar. Auch eine Karte. Ja. Boah, nicht, dass ich eine Sucht verfalle. Machst du eh. Ja, eine Würfel-Ecke auf jeden Fall. Also Schwabbel, ist das gebombt? Boah, illegales Würfel. Ja, ja, ja. Stimmt. Ich gebe mir schon das Geld, wenn du das brauchst. Wir machen... Pass auf. Wir machen so Bar-Shisha-Bar mit illegalem Glücksspiel. Würfel. Das Ding ist, Schwabbel, wir wollen nicht über deinen Kopf hinweg entscheiden, sondern... Ich fühle das. Ich fühle das. Du musst selber sagen, wie du das da drin haben möchtest. Ja, das krieg ich schon, wir können auch alle zusammen machen. Können wir auch, ist kein Problem. Also, wenn du irgendwelche Fragen hast oder sonst irgendwas oder du brauchst Hilfe, wir helfen dir. Ja, ja, easy, das kriegen wir doch hin. Aber, nur, ich kann... Weißt du, wir können ja nicht sagen, einfach, ja, das kommt jetzt da rein, das kommt jetzt da rein, das kommt jetzt da rein und du bezahlst einfach am Ende und dir gefällt das gar nicht. Das ist ja deine Bar. Das kriegen wir hin. Ja, pass auf, dann bleibst du jetzt am besten auch direkt noch hier, ne? Oder habt ihr was zu tun? Nö, sind ja eh keiner wach. Okay, dann bleibst du am besten jetzt direkt noch hier. Wenn der gleich kommt, der, äh, der Juri, dann... Wisst ihr, was das Gute ist? Boah, wir sind solche Füchsel, ne? Der komplette Junkie-Park ist Gewerbegebiet und Gewerbesachen werden eher bei Dings. Da kommt er in das Bauamt und arbeitet dran. Was hat er denn mal gestern gesagt? Zwei bis vier, fünf, sechs Wochen? Äh, ne, vier bis sechs Wochen. Oder drei bis sechs Wochen. Dann machen wir eben ein ganzes Glücksspiel hier mit Würfel. So ein Würfel-Club. Boah, mit Türsteher und so. Ui. Aber das ist doch nicht schlecht, oder nicht? Weißt du, was auch noch gut ist? Du kannst dir so da oben eine Werbetafel machen für eure Werkstatt. Call so und so. Das stimmt, das kann man auch machen. Wenn du es genau überlegst, die Werkstatt ist dann nimmer als weit von hier, ne? Ne, mir, die ist ja da drüben, auf einer Seite. Du kannst quasi, du kannst sogar quasi eine Schild hier machen, die in die Richtung zeigt. Hallo, Juri. Da, 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 der Juri ist da. Ähm, wir haben sogar noch einen neuen Auftrag. Jep. Wo? Der hat für unsere Bar hinten. Die Adis übernehmen. Welche Bar? Ja, wir haben noch eine Bar. Ihre Wäsche, das sind zwei, drei oder so, die auf Rückseite. Ja, dieser Heimann. Ja, warte, ich komme direkt da rüber. Ich brauche nicht zu laufen, ich bin nicht zuvor zu laufen. Okay. Ja, bin direkt da. Bis gleich. Äh, Bruder, ich bin ab und zu mal auf Band unterwegs, den Vater besuchen. Was ist das denn? Oha, Masha. Dewey kommt. Geile Sau. Ja, ja, ja. Da muss auf jeden Fall so ein Stripper durch die Stange rein. Der hat für Mila, ne? Ne. Nein, nein. Lass dich umarmen, du. Du kleine Tschetschene. Was? Was macht man hier so? Hallo. Bruder. Hallo. Was macht man hier so? Okay. Boah, die Krawatte gefällt mir. Du, wir wollen hier so eine Bar-Shisha-Dings reinmachen. Hallo, ihr müsst ihn noch umarmen. Mit so einem Würfelkluss. Also, darum wird ein indigales Liegespiel machen. Bruder, du bist sympathisch. Ich mag noch eine Krawatte. Freut mich, dich wiederzusehen. Privat. Nein, nix privat, Jade. Privat. Nix privat. Doch, das war ich. Privat, die Genüsse. Alles wird gut. Er hat noch nie Liebe gespielt. Wenn alle machen, dann... Der Bruder. Und der ist aber von hinten. Der ist jetzt mal so eine Wodka-Gönner. Sieß. Äh, Juri. Ich, äh, da. Juri, ist dein Kumpel da? Den du gestern gesagt hast? Schlaff? Nein. Wegen Dönigschlaff und Gyfitri. Jaja, der wollte ja kennenlernen, ne? Nein, das ist nicht da. Achso, okay. Ich glaube, am Mittwoch oder Donnerstag wollte er die wieder zurückreißen. Ja. Ja, auf jeden Fall wollten wir hier jetzt so eine Shisha-Bahn mit reinbauen. Ähm. Ja, dann... Gehirn denn? Ja, hier, wo wir vorstehen. Das wird dann so ein Zehnen kommen. Ja, aber das ist doch am Arsch der Welt von eurem Grundstück. Das gehört aber nur dazu. Ja, aber da gibt es keine schöne Ecke, wo man sowas reinmachen kann. Nicht bei uns, ja. Oder wir nehmen auf der anderen Straßenseite Richtung Projektmappe da in den Kiosk oder so weiter. Das muss halt Schwabbeln entscheiden. Aber Schwabbeln hat das hier gefühlt, ne? Ja. Aber das ist ja auch nicht schlecht, eigentlich, finde ich. Das Ding ist, wenn die wissen, dass es uns ist, kommt doch eh die ganze Welt hin. Also... Tja, ich meine nur, weil ich kenne. Das ist ein schöner Mittelpunkt. Ausblick ist kalt. Ja. Umspannwert. Ja, aber das ist doch so ein Zehnenkrank. Die sollen reingehen und saufen. Die sollen saufen und dann Geld würfeln. Die sehen uns eh irgendwann nicht mehr, was da draußen ist. Ja, dann machst du am besten eine Treppe nach unten. Dann hast du gar keine Fenster nach draußen. Da hast du keine Fenster putzen. Durch die Fenster kann man eh nicht gucken. Ja, lässt sich garantiert machen. So fette Shisha-Ecke mit dicke Couch und so. Dann so eine kleine Bar. Irgendwo eine Schüpfstange. Was brauchst du denn dafür alles? Müssen wir dir dann sagen, am besten was da heilen soll oder was? Ja. Okay, das heißt, du brauchst eine Zeichnung oder so, ne? Ja, lass den Schwabbel erst mal nachdenken. Er soll nur mit Paint eine Zeichnung. Okay. Lass den Schwabbel doch erst mal drüber nachdenken. Ja, ja, genau. Der Schwabbel kann ja eins machen. Ich habe schon ein paar Ideen. Entschwande euch. Siehst du? Dann sagen wir dir die Tage auf jeden Fall deswegen Bescheid. Wir sind jetzt schon mittlerweile am Ausräumen die ganze Zeit. Ist schon fertig. Bei der Halle. Kannst du dir mal gerne angucken, ob das so in Ordnung ist, wie wir das rausgeräumt haben. Na, ich kann meinen guten Anzug an. Da ist ja nichts mehr, ne? Doch, Spinn. Ne, die hat dann schon alle gegessen. Hm, hm. Necker. OTI, ne? Hallo. Was geht ab, Yoshimitsu? Hier, sagt Keller. Hallo, die sind alle am Pan. Pumpernickel. Ui. Das ist, äh, klingt widerlich. Hm? Muskel, Mr. Bean. Bang. Guck dir meine Masses an. Shit. Ja, das ist ein Krankenhaus eben. Ja. Ballen. Never kann man garantiert machen, sondern eine Barke. Pff. Das siehst du? Machen wir direkt Großauftrag. Hm. Das wird nicht richtig. Die haben genug Geld. Aber wenn das so ist, doppelter Preis. Kein Rabatt. Ne, 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 ne. Kannst du da aber arbeiten, schon mein Rücken? Ja, ich auch. Äh, ja, die Tante kann, aber wir wollen jetzt bezahlen, ne? Genau. Ja. Ja, wir müssen jetzt nur gucken, was wir einsparen, weil wir selber entrümpelt haben. Und, ähm, wir haben ja gestern noch besprochen, diesen einen Raum, ne? Ja. Wie viel der kostet. Das müsste Jui. Was ist seltsam? Wenn wir den Preis so lassen, dafür, dass er ein Rümpelt gehabt, mache ich dann, ne? Verrechnen wir das dann mit dem einen Raum. Ja, das ist sexy. Dann können wir auf Gladau für eine 5 Millionen aufrunden, oder? Weiß gar nicht, wie viel war genau. 4,8. War nur 1,5. Äh, äh. Und was funktioniert auch nicht? 4,9. 4. 4,8. Nein, 4,9,4. Oder so. Machen wir 5. Machen wir 4,9,5. 4,9,5. Wer hat denn die Kohle? Haben sie. Hast du dein, dein Kartenlesegil dabei? Das verstehe ich jemals. Ui. Bekomme ich da eine Quittung? Kannst du ja nachher im Ufers aufstellen, ja. Brauche ich die? Wenn du eine haben willst, kannst du eine kaufen. Kann ja sein, dass du mich über ein Ohr haust. Wie den Kiez. Ich kann sie selber über den Ohr gehauen. Wie ist das egal? Wenn du eine Quittung haben willst, kann ich ja dann machen. Na, wir bezahlen. Ja, doch, doch. Wir wollen Quittung. Warte mal, schuf mal den Kohle an. Kriegst du ja eh noch einen, das war jetzt nur ein Angebot, kriegst du dann eher einen Auftragsschreiber noch. Können wir das irgendwie auch bei den Steuern absetzen? Der Ausbau? Musst du keine Steuern drauf zahlen. Ich schaue sie ja nur auf Einnahmensteuer. Cody? Ja? Ähm, die Ui ist gerade hier, ne? Mhm. Und wir geben dir auch die Kohle für das Auto und wir verkaufen das dann, weil du das Geld gerade nötig hast. Boah, das ist Ehre. Willst du jetzt schon mal dem Ui was zahlen? Ähm, lass mich gucken, 350. Ähm, nee, ich rufe dir die Tage an. Ich brauche, muss noch ein bisschen was besorgen. Okay. Muss noch Schulden eintreiben. Hinter dem Bürgerladen, ne? Ja. Also quasi auf der anderen Seite vom Park. Wir haben ja da eine Bar. Ja, dieses He-Man oder so, ne? Da kommt jetzt noch eine Bar rein, ne? Und so Shisha. Aber ohne Essen. Da gibt's nur Getränke. Okay. Das heißt, wir locken noch mal Leute hier hin. Ja, das klingt gut, ne? Mhm. Das ist ja doch eine gute Sache, so. Wir sind am investieren. Haben die denn schon Lieferanten für Getränke? Oder sollen wir Getränke vorhin bestellen? Nö, das macht die ja dann. Okay, ja. Kriegen wir auf jeden Fall hin, so. Dann müssen wir nur noch mal, müsst ihr euch noch ein paar Gedanken machen, dass wir vielleicht noch irgendwas bestellen bei der Metro, was ihr gerne hättet und so. Ja. Wir machen unsere eigene Getränke. Ja, kriegen wir ja hin. Und dann wird auch dann illegales Glücksspiel gemacht mit Würfel. Ja gut, damit habe ich ja nichts zu tun. Das wäre kriminell. Mit gehangen, mit gefangen. Nein, aber du siehst, wir sind am investieren, ne? Wir haben große Zukunft. Bin ich gespannt, was aus dem Gewerbeparkt da gibt. Dann kommen die Besoffenen und Schwillen immer, weil die Burger essen. Ja, easy, so. Ich fand auch echt, gestern die Sache, die Juri meinte, wir kriegen so eine Burger-Auslage, wo wir vorproduzieren können und so. Oder hast du das gesagt? Ich habe das gesagt. Ja, das ist auch eine gute Idee, so. Ich würde ja auch stehen, die ganze Zeit nebenher, während wir hier Burger braten mit Jiggy und Amy und Jacob am Überlegen, was alles so geht, so im neuen Laden, so. Naja, das Ding ist halt, wenn man bei euch essen kommt, dann muss man immer 5, 6 Minuten warten oder so, oder noch länger, bis ihr, ne? Und wenn ihr voll seid, dauert es noch länger, dann kommt ihr oben den Tresen herum, gebt uns das Essen und dann ist der Laden zu klein, man kann sich nicht hinsetzen, man muss voll der Burger-Bude essen. Jetzt kriegst du ein ganz McDonald's. Das verbessert sich schon alles, so. Und ja, ich halte schon ordentlich die Werbetrommel an. Ich habe heute den ersten Leuten erzählt, dass wir höchstwahrscheinlich umziehen. Ähm, ja, ich muss mir halt noch ein bisschen Pläne machen, wie ich an die Kohle komme. Vielleicht muss ich so Crowdfunding machen oder so. Kannst du dir kein Geld lagen? Ja, weiß ich nicht. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das, äh, das überlege ich jetzt. Die Anzahlung habe ich fast zusammen, so. Da muss ich jetzt nur noch, äh, nur noch ein, zwei Schulden eintreiben, so. Und dann muss ich mal schauen. Das ist schon hin. Ich meine, das braucht ja auch 4 bis 6 Wochen, bis das gebaut wird. Er hat gesagt, nach 4 bis 6 Wochen muss man zahlen. Ja, aber du musst, du musst schon mal die Hälfte zahlen, damit du wohl anfängst, die Materialien zu stellen. Ja, ja, die Hälfte habe ich zusammen. Da muss ich nur noch Schulden eintreiben in den nächsten 1, 2 Tagen. Und dann kann ich das zahlen. Ja, ich sorge dafür, dass du gleich deine 350.000 bekommst. Perfekt. Okay, dann bis gleich. Easy, bis gleich. Boah, das wird wild, da habe ich Bock drauf, Alter. Hallo, Danu. Der Leo auch. Ziemlich, ziemlich falsch gerade von ihm. Ja, du bist, du bist auch von ihm. Du bist ein Newerian. Ähm, der ist kurz Apotheke gerannt, der wollte doch nicht, dass wir Geld bezahlen. Er hat gesagt, der macht ihn sonst. Ja. Ich habe gerade die Jungs gefragt wegen dem Alter, ne? Ja. Lass den selbst verkaufen. Lass dem Cody die Kohle geben, damit er den Beauftrag anfangen kann und wir bringen den dann im Verschleudern den P400K. Oder 350 Scheiß drauf. Weil der Cracket mit Sicherheit nicht arbeiten. Bitte auch. Wir schicken den Nackt auf das Erdbeerfeld. 75.000 kostet die Scheiße ihr das Recht davon? Dann müssen wir noch zum Dewirt die Tage. sobald Schwabel da gequatscht hat und überlegt hat und dann kann der quasi schon den Beauftrag in Auftrag geben. Ja. Dann wird alles zugleich in Zeit gebaut und alles zugleich in Zeit eröffnet. Und dann machen wir hier im Park ein Riesen-Event, was gesponsert wird von Juri. Ja, das ist doch gut. Ja, ich meine, wir haben auch sehr viel jetzt für den Kohle angebracht, ne? Na klar. Wenn du mal überlegst. Wir sollten so oder so mal gucken, vielleicht dass wir Sponsoring ranbekommen. Auffügen Cody. Ja. Damit er die Leute vernünftig bezahlen kann. Ihr gründet den ersten FC Junkie Park. Wie könnte man denn da anhauen? Welche Firmen haben denn hier die meisten Cody? Ich denke mal Autowerkstatt. Ich denke mal Autowerkstatt, ne? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oder Casino oder so. Wir haben 400.000 auf Gewinn gemacht und müssen allein schon wieder 1, 2 Steuern zahlen. Dann werden wir die Hälfte bezahlt. Okay, die Hälfte. Dann geben wir dem... 2.470.000. Was? 2.470.000. Dann geben wir gleich dem Cody seine 350.000. Der braucht noch ein, zwei Tage. Weil der noch Schulden eintreiben muss. Dann kann der auch schon mal die Hälfte zahlen. Und bis Cody das geklärt hat, kann Schwabbel überlegen. Kann er auch einen Auftakt geben. Ja. Dann wird alles gleichzeitig quasi. Boah, dann wird der richtige Bau schneller, ne? Mit Bohrmaschinen. Und in der Zeit, wo hier Dings gemacht wird, gearbeitet wird... Können wir im Hotel wohnen. Können wir gucken, dass wir das Hotel irgendwie verscheuern? Achso, wie viel wollte die Kamera für das Hotel? Ich glaube vielleicht Interessenten. 5. Was sagst du? Nein, das ist 16 wert. Ein mehr. Wir haben alleine schon für den Ausbau 16 bezahlt. Was denkst du, was das wert ist? Guter Preis. Ich denke, das ist 7, ne? 8. Das Problem ist, wenn du den Verkehrswert nimmst, dann bist du bei 16 definitiv, legst du ein bisschen oben drauf, weil keine Wartezeit bald fertig, bist du bei 17, 18 so rum, aber das kann keiner zahlen. Das wird sein, deinen Interessenten, was sind die bereit zu zahlen? Ich hatte nur gefragt, wie es aussieht, wie viel das zu verkaufen wäre. Was ist denn das Pin Cage da leiten? Haben die kein Interesse? Boah. Aber die fanden ihn gut, ne? Vom Pin Cage. 20.000 oder so. Was wir haben. Ja, aber keine Ahnung, wen es gehört. Wir haben doch gestern diese scheiß Dings da einbekommen. Du kannst deinem Interessenten ja mal sagen so, fang einfach 12 Millionen an und vielleicht treffen wir uns irgendwo bei 9. Mit ein bisschen Handeln. Ich fühle mich ein bisschen in den Eingang gerade. Why? Macht nix. Ich meine, im Prinzip haben wir dafür nur 400.000 gezahlt, ne? Für was? Hast du Telefonnummer? Pin Cage ist 1904. 1904? Ne. Ja. Hast du deine Interessenten erreicht, Juri? Der Herr West. Nein, ich hab gar nicht versucht. Mit der Vorwahl? 1904. 1904. Ja. So steht hier. Aber mit 555? Nein, ohne. Ohne. Okay, geht keiner dann. Herr West heißt der? Ja, steht hier. Dann werde ich den mal versuchen zu erreichen und fragen, ob der nicht seine Hotelkette erweitern will. Sonst könnte ich mit meinen Unterlagen gucken, vielleicht gibt es da auch irgendwen gewerbetechnische Interessenten im Moment. Ist halt verdammt gute Lage, ne? Direkt am Strand. Man könnte Parkverbot kommen auf einen Schoß, Curtis. Ich habe gar nix gemacht. Gar nix. Er hat mir eine Bier getrunken. Arschlo, Johnny. Hey, 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 das sagst du nicht nochmal. Der hat mir mit dem Keller einen rübergehauen. Was fährst du da eigentlich für ein Auto, Juri? Das ist Rebra. Was war das denn? Pei-ei! No, Pei-ei! Gesundheit. Ich glaube, der war auch gar nicht so toll. Ob 50.000 oder so, keine Ahnung. Aber schöne United-Muster. Kämpfest du dich mal aus, ne? Ja. United-Muster. Ja, das ist was. Camouflage-Muster. Ja, das ist nur, weißt du, wenn du besoffen vor der Bar stehst, kannst du Leute verarschen, ja, ich habe ein Tarnfrag-Auto und dann parkst du anders drum, sehen die das nicht. Ui! Karam, mit Doppler! Ui, jetzt habe ich Bock, aber. Oi, oi, oi. War das denn Bock? Um dich zu hauen? Ja, bitte. Was? Mila! Chain zu kassieren. Ja. Was machst du? Hörst du es immer noch, TK? Ich stehe. John, wenn du keinen Bock hast, sag Bescheid, ne? Jede Nacht. Alter, du bist schon neu. Ich bin kein Bock, sag euch Bescheid, ja? Böder Wichser. Oh, shit. Was bist du denn so? Was ist denn jetzt mit dem Redzmammel? Dem wollen wir auch noch quatschen. Ja, der ist in der Boof. Ja, sag mal. Der war rot doch jetzt geklärt, hast du nicht gesagt, die haben, was die wollte. Ja, ja. Das, äh, wegen dem, äh, hier, Unicorn. Alles gut, habe ich geklärt. Soll ich entschuldigen? Ja, nix. Entschuldigen? Was ist denn das? Soll ich überstrüber fallen? Kommthaft! Wenn wir mit, wenn wir mit euch fertig sind, ne? Buch? Wenn ich mit TK fertig bin. Ach, Junge, räum nicht. Flashbacks, flashbacks. Nein. Nein. Gleich liegt was. Ich habe irgendwo den Hase gehört. Nee, der ist Abu Dhabi. Ich dachte, der ist in der Irrenanstalt. Scheiße. Nein, nein, nein. Alles gut. Irrenanstalt Abu Dhabi. Wie heißt du? Ich vermisse den Hase. Ich auch. Hase. Ja, wir haben den nicht mal bei Besuchungen gehen an der Irrenanstalt. Der ist doch in Abu Dhabi. Ja, Irrenanstalt Abu Dhabi. Irrenanstalt Abu Dhabi. So heißt die doch. Warum? Mann, ey. Da sind Palmen und so auf den Gummiewänden drauf gemalt. Die heißt doch irgendwie Bräckchen Kabup oder so, ne? Nach L10. Tag, Tag, Amigo. Oh, oh, oh. Hat der schon mit dem Scapella losgepackt? Ja, hat er. Ui. Taddy. Oh, oh, der Kitz. Taddy. Mach mal Kickflip. Ich bin immer dafür, dass der Anwalt wird. Ich bin nur dafür, dass der Anwalt wird. Auch. Wird für den Anwalt. Ich glaube, wir müssen ihn gerade mal abholen. Ein Anwalt hat alles. Herr Verteidiger, wollen Sie noch das letzte Wort haben? Bean. Taddy. Also, gib mit dem Cody gleich die Kohle, du? Hm. Ja. Dann lassen wir da hin. Wollen wir was essen gehen? Lass was essen gehen. Wir sind die alle verschwitzt. Ja, geil. Geil. Gut, dass wir einen Foodtruck haben. Kommst du mit, Ui? Ja, ich muss sowieso noch darüber. In Baden-Nein. Ja, dann komm. Okay. Wisst ihr, ich hab nachher noch Termin mit Lichtner? Ja, ich bin da. Mit dem F-Bild-Typen? Ja, ja, der ruf mich nachher zurück. Weißt du nicht Bescheid? Ja, ja, klar. Dann bist du gleich bei Cody's. Nein. Fick mich. Was? Baden-Best. Milder, warum bist du traurig? Ich bin nicht traurig. Mach Platzer! Warum hast du heute nicht mein Schweißgebild? Wohin? Ähm. Der steht hinten. Was? Später. Oder? Du bist so ruhig. Irgendwann stimmele dir nicht. Gut, es geht wieder auf den Berg. Nein, wir gehen nicht auf den Berg. Leider nicht meine Entscheidung. Wir gehen nicht auf den Berg. Das ist leider nicht meine Entscheidung. Ich will nicht auf den Berg. Das ist leider nicht meine Entscheidung. Ich will nicht auf den Berg. Aber du verhältst dich komisch. Du verhältst dich komisch. Nein, du bist so ruhig. Oh mein Gott. Was geht ab, Da Vinci? Du hast alles verpasst. Hat schon wieder reingekickt heute. Warum bist du... Ach du heilige Scheiße. Was ist hier denn los? Da ist das Full House. Komm, wir sind cool. Ich muss Tapette nehmen. Oh. Oh. Oh, oh, 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 oh. Ich hätte gerne einen Cheeseburger, einen Baconburger, einen Ziegelburger, einen Veggieburger, einen Chickenburger. Ich hätte gerne einen... Hey, Wato. Hi, Wato. Oh mein Gott, da muss ich mich umziehen. Da muss ich einen seriösen Eindruck machen. Tut mir leid. Was darf sein? Also, ich hätte gerne ein Cheeseburger, ein Baconburger, ein Zwiebelburger, ein Veggieburger, ein Chickenburger. Ich hätte gerne ein Tinky und ich hätte gerne ein Quarkop-Eis. Ich möchte gerne ein Apple-Schick und noch ein Apple-Schick. Bitte, danke schön. Okay, hab ich ja aufgenommen. Gar kein Problem. Kaudi-Meister. Das geht. Guck mal, Jacob, ich kann dir die Bestellung von dem Herrn mit der, wie heißt das, Reflexions-Jagg, kann er sagen? Der nimmt eine ebigen 3-3-3. Also, 3 E-Cola, 3 Baconburger, 3 Twinkies. Das ist bestimmt von Nickelodeon die Bestellung. Alter, dumme Schattenau. Sag, wenn du keinen Bock mehr hast, Bulldo, ne? Ich hab keinen Bock mehr. Nein, ich will kein Raupen-Menü. Der Erste bekommt bitte was? Nochmal dieses BBB-Menü. Ich hätte gerne einmal Billo. Und das hier auch. Das schmeiß ich hier auch rum. 2 Twinkies, 3 E-Cola, 3 Baconburger. Oh, die schönen Bigfeeds 5. Ja. Das hab ich beim Hinfliegen gelesen. Wo ist denn die Chica, wobei ich arbeite? Was ist los, Digger? Diesen gerade für kleine Mädel. Großen. Dies kacken. Und die schickt er sofort her. Nee, mach, ist das dein Schuss, da? Die zieht sich ne Kuxlein, ich seh das doch. Ich weiß, da nur ein Bruder. Ich bin mein Bruder. Könnt ihr den Chica sagen? Und ich komm später wieder. Hey Bruder. Wie später. Ich komm später dann wieder. Nein, 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 nein. Das ist ja, das ist ja mein Bruder. Hey, warte. Ja, das ist ja mein Bruder. Süß, Alter. Keiner mag Böen. Doch, der Juro mag dich. Was, ich? Ich hab mir da Pupack. Wer hat von dir gefragt? Wer? Du. Du hast gefragt, wo Böen ist. Ja, der muss Anwalt werden. Ja. So, eigentlich die Vellung von dir haben wir, von dir haben wir, von Jeff haben wir. Ich hab Böen nicht. Ja, dann du, was sollst du nicht sein? Ich hab auch noch nicht. Du hast schon bestellt, du hast ein Raubmenü bestellt. Ich hab nicht bestellt. Doch. Nein. Was willst du denn? Nein. Ich bin der Chickenman. Ich nehm den Chickenburger. Du nimmst den Chickenburger. Okay. Und einen Orangensaft. Aber frag nicht. Und 300 Milliliter Gehirnwasser für seinen Dummen. Danke, ja. Okay. Geil, geil, geil. Boah, ich glaub, ich nehm heute vier Maiskolben. Vier Maiskolben. Boah, und ein Slushy. Ne, zwei Slushys. Oh, ich will auch Slushy. Das haben wir noch nicht, weil der Kühlschrank noch zu klein ist. Hm, dann bekomm ich. Boah. Ja, die. Oh, ich nehm Erdbeermüllschick noch dazu, Bruder. Junge, Junge. Und ich bekomm noch zwei Muffins. Und Banane. Schoko oder Blaubeer? Schoko. Zwei Schokomuffins. Ja. Okay. Biti, was nimmst du denn? Brain. Da gibt's keine Bohnen. Ich hätte gerne einen Eimer. Und dazu noch eine. Jetzt kann ich verstehen, warum mein Mitarbeiter verwirrt ist. Juri, was darfst du denn zu nicht sein? Biti, bist du unfähig? Ich kann mich immer so schwer entscheiden. Also nehm ich einmal alles in deiner Tasche zum Mitnehmen. Pass auf. Einmal alles. Nein, du bist so auf dem Fluss. Einmal alles in deiner Tasche zum Mitnehmen. Hallo, Bruder, hier. Nein, ich bin nicht dein Bruder. Warum nicht? Du hast gerade gesagt, du bist mein Bruder. Jetzt bist du mein Bruder. Nein, nein, nein. Du bist mein Bruder. Nein, ich bin dein. Nein, ich bin dein. Nein, ich bin dein Bruder, weißt du. Okay, kriegen wir hin. Du darfst mir nicht beraten. Sonst verrate ich deine Uhr. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Nee, das nicht. Ach, weißt du, wer gleich hinkommt? Ich nehm doch Banane. Banane, das ist dein Bruder. Nein, der kann nicht nacken. Dann bist du wohl weiter mein Bruder. Nein, ich bin nicht dein Bruder. Okay, dann diskutieren wir gleich einfach uns tot. Amy, hast du gerade ne Bestellung? Ich bin mein Schnuggeleputz. Auf ganzen Arbeit. Okay, Schnuggeleputz. Schnuggeleputzi. Schnuggeleputzi. Geil. Was apropos? Ich brauch meine Türe. Hast du nicht gesagt, was apropos? Ich brauch nur mal ne Türe. Meine Türe? Ja. Bist du auf Stemclub? Ah, meinst du dort? Ja. Cool. Konversation ist nicht so dein Ding, ne? Körper in den Trauen. Ne, ich hab Hunger. Ja, du bekommst doch gleich was. Ah, ein Knot. Was nimmst du nochmal? Knot. Das ist nicht ganz so ständig. Knot. Mach mal. Sag mal Hukulu. Ich arbeite gar nicht mehr hier. Hukulu. Hukulu. Ich hab noch einmal da ja... Hukulu. Teddy. Teddy, Hukulu. Ich geb wieder an die Bar. Willst du was trinken? Ja, piss dich. Ähm, ich hab schon... Fick dich. Fick dich und deine Familie. Äh, fick dich und deine ganzen Sipschaff. Alle klatschen, einer tanzt. Schiech. Ich hab noch nie putzen. Nee. Ah! Ah, verpiss dich. Verpiss dich. Reinde. Dann du deinem Pullover's gebohrt. Ja, ich hab Löcher drin, ja. Aber es ist so hart gearbeitet. Nicht mal die Motten kannst du nähern. Da. Schieß. Da. Da. Und mit denen häng ich den ganzen Tag ab, Juri. Da bist du irre. Ähm, schiech. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nur eine Bier getrunken. Ja, ich hab auch nichts gemacht. Der denn jetzt, wieso? Der mich denn an. Ich hab gar nichts gemacht. Da. Ich hab nur eine Bier getrunken. Eine Bier. Nur eine. Ich bin bei Kodi unten. Oh, das sind die Men in Black. Men in Black direkt hier. Was ist das denn? Blitzdings. Das ist ein Steuereintreiber. Oh nein. Was muss der Steuereintreiber? Raus aus meinem Laden. Warum? Halte die Klappe, die sind von Möverby. Nein, sind die nicht. Du? Wir haben uns gerade unterhalten. Die sind von Steuerfahndung. Ja, die sind aber hier wegen dieser Sache. Nein. Alles verbrecher, egal. Aber bei der Steuerfahndung. Ja, die Schnauze, Max. Wir wollen was essen holen. Die sind wegen den guten Pommes hier, haben die gesehen. Nein, ich will. Ist gut? Bitte, lass die in Ruhe gucken. Und Nokia? Ich schmeiß sie gleich auf. Ich brauche keine Wahl. Löst, das kommt auf deine Antwort dann an, ob das noch gut ist. Ich trau's, was wir sagen. Noch nicht. Polizisten. Bist du gerne angetanzt? Soll ich den Karpini ausgeben? Danke. Was? Wir haben den in den Rumpel. Ich verstehe das. Wieso siehst du so ganz entspannt aus und hast ein Hemd an? Ja, rat mal, wer sich von der Arbeit gedrückt hat. Das stimmt gar nicht. Ich hab mich nur schon umgezogen. Und die Lio auch. Ja, Lio auch. Guck mal, Kurt ist auch. Auch umgezogen. Ich hab mich gerade umgezogen. Ja, ja, wie die Sopper hat. Kurt sieht übrigens aus wie Jacks Green, ne? Ja. Deine Mutter sieht aus wie Jacks Green. Sieh, Schatz feiert, Alter. Und die driftet. Genau wie Jacks Green. Nimm mich ab zum Fluchkarten. Aber nur mit Einkaufskarten. Bye, have a great time. Ich glaub, der Mann will Pommes kaufen. Hallo. Cody, du bist ein Ärgerer. Bestellen sie ruhig. Wir sind nur zum Belästigen hier. Ach so, ich wollte... Okay. Genau, wir machen nämlich Belästigung. Das stimmt nicht, Mila, ne? Nein. Mila, sag doch. Ich geh mich umziehen. Ja, würd ich auch machen. What? Grove Street Home. Gebt ihn da zu lachen. Ja, Mann. Immer ärgern die mich alle. Auf den hätte ich jetzt Bock, Alter. Ui, Pepe. So, das kann sich aber nur Da Vinci leisten. Wegen der YouTube-Pommes. Was geht ab, Drugs? Äh, Yoshimitsu hatten wir, ne? Yoshimitsu, Dankeschön für den Sub und herzlich willkommen. Unscheinbar, Dankeschön für den Wism 14. The Real Magnum, Dankeschön für den Wism 13. Wo war mein Abo und mein Geld? Dankeschön. Toxic hatten wir. Xenics hatten wir, glaub ich. Ja, hatten wir, hatten wir, hatten wir. Die Nighted hatten wir, weiß ich nicht. Wenn ich irgendjemanden vergessen hab, dann vielen lieben Dank für den Sub oder Wism. Dankeschön. Dankeschön aus tiefstem Herzen, dass ihr mir ermöglicht, äh, jeden Tag mal durch Spaß zu haben. Uu, bebe. Uu. Dankeschön, Denno. Dankeschön, Denno. Ja. Das ist nur, es ist nur ein Spiel. Gott gehört es nicht mit der sexuellen Stimme dazu, welche sexuellen Stimme. Per, danke schon für den Prime-Saint hin und Laster danke ebenfalls für den Prime-Aber-Mitzen. Eule! Ja, es ist Zeit für Tinker-Pättchen, wenn ihr Bock habt. Das ist doch unser Auto. Die denken sich jetzt an uns, what the fuck? Danksam! Das geht. Was ist denn hier los? Seid ihr der erste FC Junkie-Park? Ja, das bin ich. Gibt es hier ein Problem? Ich bin hier der Stürmer. Wo ist denn der Torwart? Ich bin der Entfried. Einen Torwart haben wir noch nicht. Dann geht mal zum Cody. Vielleicht sponsert der unseren Fußballverein. Wir wollten den Schwabbe fragen, ob der ins Tor geht. Der hat doch eh keine Kohle, als ob der uns sponsert. Der Önke ist der Backstepper. Aber denkt, warum habt ihr Schuhe an? Wir spielen mit Sandalen. Auf Asche. Um schicken Fußballschuhe an. Guck dir doch mal die Träte an, Junge. Willst du mitspielen? Nö. Wir haben mal gekauft von den 25.000. Das ist eh zu schlecht. Von den 25.000? Ja, haben wir uns Fußballschuhe gekauft. Wer ist von euch zu Basel, Obreter? Ich? Wie gesagt, ich bin der Entry. Wo geht der hin? Für Cody sollten wir gleich. Wir werden auf. Erstmal aufwärmen. Aber passt ein bisschen auf. Ich glaube, dieser M4B-Tuber-Style, der mit den Steuern das macht. Oh, oh. Der wird weggeholt. Passiert ja. Weggeholt. Der kriegt den weg. Der kriegt den Blut, der kriegt den weg. Wer möchte mal aufhören, das Spiel. Brodo steht mir, ne? Ja, es ist auch eine Farbe. Mag ich? Mal gucken. Boah, grün ist hässlich. Halt die Klappe. Ihr seid in den nächsten FIFA-Packs drin. Walkout. Walkout. Brasilien. Der Theke kriegt noch eine Brostkarte. Was hast du gesagt? Alter, hier ist ja voll aus. Hallo. Hi. Servus. Servus. Grüß dich miteinander. Na? Boah, das ist auch wild. Habt ihr auch ein Fußball-Team? Nein, noch nicht. Habt ihr eins? Ja. Wie heißt ihr? Erster FC Junkie Park. Alter. Wir spielen nur Asche. Und nur gegen Währlose. Ja, dann sind wir ja richtig. Ja, was denn? Sag mal. Was denn? Wo ist das? Bei der Asche-Platz? Hallo? Ich weiß immer noch nicht, wo du meinst. Ach so. Telefoniert. Ja. Ich telefoniere. Ui. Ich weiß immer noch nicht. Ui. Mach dich bereit. Ui. Ja, 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 ja. Meinst du das Theater? Ich geh nie wieder shoppen mit euch. Warum? Das hat mich hier sauer gemacht. Weite fertig. Ja, komm, lass losgehen. Wir sollen uns den nächsten Mal losen. Los. Reinjoggen, Jungs. Scheiß auf die Autos. Wir joggen. Wir brauchen einen Warm-up. Warm-up. Jungs, schön. Immer schön rechts. Rechts. Die nächste rechts. Hallo? Hier die nächste rechts. Könnt ihr euch vorstellen? Hallo? Wir haben mit irgendeinem Schrift. Die nächste rechts. Die nächste rechts. Rechts rum. Auf geht es. Nein, nicht hier rum. Sag mal, was ist denn mit denen? Hallo? Sportverweigerer. Wo gehen die hin? Wir gehen zu Cody's. Ja, und die anderen? Weiß es nicht. Okay. Dann los, schieß ein Tor. Auf geht's. Jawohl. Boah, das wäre jetzt die Zeit für die Oma, so eine FIFA-Karte machen mit einem vom Junkie-Park mit dem Trikot und so. Man merkt immer mehr, dass es immer mehr in der Southside so abgeht und das ist richtig cool. Deshalb versuchen wir oder konzentrieren wir jetzt jetzt im RP darauf oder ich eher gesagt, dass wir so viel wie möglich hier hinholen, so. Auch an Freizeitaktivitäten. Mann, glaub mir, ich mach bald wie Commander Krieger nur eine Tauchschule auf. Alles für den Server. Alles für den RP. Alles für den Club. Erstmal machen wir den Junkie-Park. All exhibition ist screaming. Alles für den Club. Alles für die busy-Park. Und das ist es were. Ich halte eine Energie-Park moving ab, die Once Montrealkeln. Ich halte nichts portal. Deshalbぁ. Ja klar. Jetzt ist es vielleicht ist ein Fehler, was aber auch an der Kameras imốn-App. Das ist aber noch nicht genug, Rianora. Ich will mehr. Und nicht nur für uns, sondern für alle. Aber du erinnerst dich an mich. Was ist denn hier los schon, Bilder? Ach du Scheiße. Ja, und mit sehr. Entschuldigung. Ja. Gut, das macht dann bei dir, Vicky. Opa, Vicky Bonka, du Flachwichser. Ja, ich zahle. 600 und 145 für den Vicky. 745 und die 180 von gestern. Anni, die hab ich schon draufgelegt. Die hab ich gestern schon bezahlt, meine Rechnung, ne? Hast du? Ja, bei deinem neuen Typen. Frag den, 800 Dollar hab ich gezahlt. Gut, dann musst du nur 565 bezahlen. Ja, die haben ja schon ein süßes Baden, die beiden. Mr. Bean. Hey. Oh Mann. Wir müssen die verkoppeln. Ja, bitte, ja. Ja, gib mir doch die Befehlung. Ich bin die geklaut. Ich habe meinen Anwalt, the boy. Bitte, ja. Ja, Mr. Bean ist mein Anwalt. Ah, als ob. Ja. Ja, also, wenn du den als Anwalt mitnimmst, der kann dir genauso viel Auskunft geben wie das DOJ. Ist genau so ein Clown. Mr. Bean, wo ist Teddy? Ach, Gott. Wo haben sie ihren Teddy? Was gilt ab? Teddy! Ja, wo ist der? Wer ist das hier? Das ist Mr. Bean. Wo ist Teddy? Ich hole mal Teddy. Rüstlich-Teddy von mir. Oh, sie holt Teddy. Da, jetzt kommt Teddy. Teddy! Oh. Guck mal, hier ist der Teddy. Ist zwar ein bisschen älter, aber nennst du Schutter. Den Teddy von der will ich aber nicht sehen. Ey. Du, Alter. Das sind ja die Minen von Moria. Ja. Beutlin! Bean. Teddy! Ich habe was für dich. Teddy. Bitte schön. Teddy! Teddy! Da kommt der 1. FC Junkie Park. Ja. Ich habe schon gehört. Ich bin der 1. Ultra. Ja, das ist der 1. Ultra. Wir haben jetzt eine Fußballmannschaft. Das ist unser Wiesenkämpfer. Ja. Wann habt ihr euer 1. Spiel? Wir müssen erst mal eine angefußte Mannschaft finden. Wieso? Scheiße, das Spiel. Dritte Halbzeit zählt. Der Önkel, der wärmt es schon auf. Oder ich spiele gegen diese Häftlinge da am State einfach. Die haben doch keine Beine. Oh, ich wüsste, gegen wen ihr spielen könnt. Dann gewinnt ihr auf jeden Fall. Jetzt kommt's. Gegen was für ihn? Was? Scheiße. Ihr denkt, ich klatsche mit den Händen. Ach du Scheiße. Jutta, da kannst du mitmachen. Du auch. Du klatschst mit der Bauchfalte. Hä? Bin durchtrainiert, Fräulein. Teddy? Ja? Wir brauchen noch einen Song für die SFC Junkie-Bar. Warte mal, das sind doch die Ärztin, die mich verarztet hat. Ja? Mein Pflaster ist abgegangen in die Baidewanne. Das ist Tierärztin. Du machst nur Tiere. Ja, aber ich bin doch ein Tier. Ich bin nur ein Affe. Mila, warum weinst du? Halt dich fit. Der könnte sich zum Tier am Bett... Was? Oh, wow. Was zum Teufel ist das? Töte! Mila, warum weinst du? Was, Töte? Bam! Was ist denn jetzt hier los? Woher die sie denn eröffnet? War das jetzt Drogs oder was? Wollt ihr Teddy mehr geben? Dankeschön. Was ist passiert? Hat die einer verhauen? Giraffe. Was? Abzählst du das? Ich will dir eine Giraffe haben. Das liegt da rein, Junge. Das sag ich dir. Sag mir, wer. Du kriegst doch bald eine Giraffe. Achso, ich hab kein Wort verstanden. Ich kann nicht gerade malen. Da war ich jährlich. Was? Kann mir das eine übersetzen? Sie möchte gerne malen, aber sie hat keinen Stuch drin. Ja. Ich gehe zur Seite kurz. All right. Beidlin! Jung. Weißt du jetzt? Bam! Ja, Fitness-Menü. Ich schluck das da runter. Nein, nicht genug. Ja. Ja, ich brauch ein dickes Fitness-Menü. Gibt es ja eigentlich auch normale Menschen in der Stadt? Ich will die Gäber freden. Ich kann mal finden. Halbe sinnvoll, normal. Keine Warte mal. Ich brauche ein Fitness-Menü. Dich, dann bist du 70% normaler, wenn du ein Hund fährst. Was zu trinken und was zu essen. Ey, Ronny. Ja, was ist so viel? Mach mir was zusammen. Ich zahl. Mila. Ja. Nicht weinen. Ich habe hier die Gäber. Püffer, was zu trinken. Nicht weinen, Mila. Ich rasiere nachher deinen Rücken. Ja, das nehmen wir. Das wollte ich so vorgestern schon machen. Ja, ich mach das, zwei Damen. Ja, ich mach das, zwei Damen. Ja, hallo, ja, komm mal. Tag, ja. Jetzt wird das aber voll hier, ey. Ja, dann verpiss dich doch. Ey, sag mal, sei nicht so aggressiv. Entschuldigung, Mutter. Ich bitte gar nicht. Hallo, Speisekarte. Hör einfach zu, ist ganz witzig. Mir geht's wieder besser. Püffer, dann kannst du es wieder? Komm, Mila, wir gehen raus zum 1. FC Junkiepark. Die machen da gerade Fanshafen. Die sind, die Cops haben irgendwen von uns, ne? Warum? Ohne eine Tanke. Ach, Quatsch. Wie? Wie hat es? Hä? Da wurde gerade einer vor mir festgenommen. Ja, aber nur nicht einer von uns. Nö, aber ich habe das ausgeladen. Der sah aus wie du. Der sah aus wie du. Erste FC Junkiepark. Ciao, la, 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 la. Erste FC Junkiepark. Ciao, la, 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 la. Oh, 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 oh. Perugaschnik ist kein Verbrecher. Willi, wann ziehst du eigentlich mal so was für mich ein? Die Welle lebt. Ja, so James, süßchen. Sollen wir da rüber? In der Welle? Immer rechts rum? Ja, komm, wir grillen schon die Kopf weg. Das ist unser erster Spiel, Jungs. Jutz, los mit den Knorren. Nein, du bist bescheuert. Immer auf die Knochen, Jungs. Immer auf die Knochen. Los. Immer auf die Knochen. Auf geht's. Welle, die Jungs, kommt. Ja, wohin denn? Komm hinterher, will die. Die spielen Fußball ohne Ball. Wo gehen die hin? Nein, komm, Junge. Jutta macht so ja mit. Scheiße, ich komme gar nicht mehr nach. Warum hast du gerade geweint? Weil ich habe meinen Gaffer nicht bekommen. Deinen Gaffer? Ja. Du bekommst aber alle einen. Aber nein, der hat gesagt, ich gehe keines. Du, der Junge machte eine. Echt? Ja. Ein echter Babygaffer? Ja. Hat der gerade gegen das Auto getreten? Hör auf, auf das Auto draufzusteigen, Idioten. Ey, sag mal, Papa, sitzt du da drin? Hey, Jungs. Erster FC Junkie Park. Schalalala. 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 Erster FC Junkie Park. Machen Sie doch mal los! Hallo. Jungs, jungs. Jungs, jungs. Was macht ihr denn? Hörst du auf? Ich fühl mich grad so normal. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur eine Fliege dunkel. Eine Fliege. Ja, ein wunderschönen. Wollt ihr ein Jersey von uns? Was? Ein Jersey, ein Fußballtrikot. Ich ruf dich gleich nochmal zurück. Hier ist gerade der Unzulanty Park. Wir haben gerade eine nette Unterhaltung. Wir haben einen Fußballtrikot. Wo ist der Fangsammel im Bauch? Aber mit Sicherheit nicht in seinem Hotel. Vielleicht kommt der gerade an der Fangstelle ein. Gut, dann viel erfolgreich nach heute. Ist das der Herr Washington? Ja. Mein Papa. Hallo, was keine Söhne. Ja, grüße. Du bist vom Daniel de Papa, ne? Ja, von wem nicht? Warum hast du den damals in der Müllnachthalle noch geworfen? Ja, warum? Das hat er schon bei drei anderen gemacht. Was ist mit Mama passiert? Die habe ich daneben geworfen. Die ist so nach Marco. Ja, sad stories. Wann feiern wir meine 25 Geburtstage, die wir jetzt verpasst haben? Zum Glück hast du am Schaltjahr Geburtstag. Das wollen wir nicht so auch feiern. Naja, aber trotzdem. Wann feiern wir die? Äh, ich ruf an. Oh, Mann, das ist aber... Ja, wir müssen mal Zigaretten holen. Oh, nein. Okay. Oh, nein. Hast du das noch von 25 Jahren gesagt? Tschüss, Onkel Washington. Wartet mal, der Ball liegt noch unter dem Auto. Wer? Der Ball ist da. Der Ball ist noch unter dem Auto. Oh, schnell, holen den. Ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Ah, jetzt. Pop, danke. Momo, warum hast du kein Trikot an? Warum hast du kein Trikot an? Weil mir das nicht passt. Ja, mir auch nicht. Ich bin ja fett, sag ich ins Tor. Ja, ich leg mich ins Tor. Bam, nicht da. Oh, ich bin ja schlosser. Nicht jeder kann helfen. Ja, lass die Koppers nur fahren. Wir haben sogar unseren Anwalt dabei. Gut, ich wünsche Wartner. Gut, ich wünsche Wartner. Lasst euch nicht anquallen. Ich wünsche auch was, ne? Das ist eigentlich nichts Spiel jetzt, ne? Wer wird sich mit herausfordert? Wissen wir noch nicht genau. Mila, soll ich kitzeln? Das wird niemals vorkommen. Ich muss nur nach Koldis mein Essen holen. Habt ihr ein Problem? Ich hab dein Essen. Was klatscht also? Wir sind Spanner. Juckt euch die Fresse. Warte mal, das sind doch irgendwelche Hooligans von Barfuß Jerusalem. Das sind unsere Feinde. Scheib aus hier, Junge. Du Focke. Musst du tanken? Was tankt der Elektro? Nee. Komm, ich mach. Benzin. Der Schlauch ist kurz. Oh. Das hier ganz neu. Halt die Klappe. Der Schlauch. Wow! Wow! Hey! Oh, oh! Haha! Haha! Ja! 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 Lachen! Haha! Haha! Hahaha! Milla, lass schnell in die weg fahren. Das ist mir zu viel. Ich muss nach Colt jetzt mein Essen holen. Ich hab dein Essen. Ist jetzt aber auch gut, ne? Kannst du mir das geben? Ja. Was hattest du für Maiskolben? Maiskolben und Muffeln. Und Muffeln. Okay. Das ist schon wieder zu heftig heute. Ja. Mir ist schon wieder so warm, ne? Ich ist müde. Bist du müde? Ja. Dann geh doch heuer. Geh du doch. Nur geh du doch. Geh du doch. Nö. Warum packst du mich an? Hast du einen Fleck? Gar nicht. Hehe. Wie war denn jetzt die Nummer nochmal? Welche Nummer? Von diesem Pink-Hedge-Ding. Keine Ahnung. Was soll ich denn machen? Ähm. 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 Kann ich gucken, ob die da hinten fertig sind. Mit dem rumgebrillen und gesingen? Ja. Oh, müde passen. Haben die fertig gesungen? Hm? Oh, no, 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 no. They rocked like a diamond. All the time, all the time. Green. Wir sind fertig. Entweder ihr seid mit uns in der Mannschaft oder gegen uns. Es tut euch aus. Hä, ich bin nur der Trainer. Ach, dein Schmutzmann. Und was ist Mila? Mila ist Co-Trainer. Ich besorge mir eine Trillerpfeife und dann gehen wir zum Highschool auf den Fußballplatz. Wann kriegen wir Taktik-Training? Wir müssen trainieren. Ich weiß sogar, wo ein Fußballplatz ist, ne? Wo? Da wo die Lust wohnen, da drunter ist ein Fußballplatz. Ehrlich? In diesem Park, ja. Da können wir trainieren gehen, kommt. Jetzt wird die Fußdecke geschossen. Da müssen wir mit unserem Auto fahren. Wo ist denn unser Team-Auto? Wir spielen da hin. Komm zum Klamottenladen. Fahr bitte. Klamottenladen. Wir müssen weiter. Aber wohin? Hm, da wo die Lust ist. Oben beim Taxi. Ich weiß nicht. Wir fahren einfach gerade aus. Mila, fahren einfach gerade aus. Mila, fahren einfach gerade aus. Mila, fahren einfach gerade aus. Hallo? Mila. Ja, entschuldige. Entschuldige. Einfach der Straße folgen. Und dann die nächste links. Ja, Choco. Ballerei. Jamestown oder Jadis? Was? Was? Was beim Stehen? Wo? Ballerei. Bei Jamestown oder bei Jadis? Irgendwo hinter unserem Junkie-Park. Fahr mal zurück, Mila. Bist du nicht mehr bei den anderen? Nö. Fahr mal nächste links. Was? Nach Jamestown in mir? Es wird gesehen, John? Was machst du, Mila? Also Jamestown ist es nicht. John ist gerade auf dem Dach anguckt. Könnte auch East-Zeit sein, ne? Du musst fahren. Was ist denn mit dir? Mit. Okay. Ja, da wo ihr seid, der da links kam, die Schüsse vorher. Hier ist nix. Oh. Mir geht's nicht so gut. Mit. 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 Warte noch. Nope. Vielleicht passende Verfolgungsjahr. Tschüss. Tschüss. Hallo, Bernd Junk. Milder? Ich leg mal auf, gehört das, ne? Okay. Ich leg mich auch gleich hin, bis später. Okay. Mieha? Geht's dir besser? Was hast du? Weiß nicht. Musst du kürzlich machen. Ja, bitte. Treffen wir uns durch Fußballplatz? Ja. Ja, komm da hin. Ich bin da. Okay, ich komm auch. Aber Mühle geht's nicht gut. Sie hat Bauchnabelverstuckung. Willst du nach Hause? Warte mal. Opa, wo die Bunker? Ja. Wir fahren zum Fußballplatz, willst du mitkommen? Wo ist der denn? Unterm Taxi-Unternehmen. Unterm Taxi-Unternehmen. Das ist so ein Park, das ist ein Fußballplatz. Ich weiß, wo der ist. Okay, dann kommen wir da hin. Ich komm gar nicht wieder da, ja? Wartest du? Ja. Ja. Wir warten. Opa, wo die Bunker, du kennst du mit Fußball aus? Ja. Ich brauch nur noch nen Trainer. Und soll ich das machen, oder was? Ja, du musst uns zeigen, wie man Grätsche macht. Blutgrätsche. Okay, die kann ich gut. Eigentlich brauch ich mir nur nen Schiedsrichter. Kann ich auch gut. Wenn du mir Geld zusteckst, dann lass ich auch das ein oder andere. Vielleicht haben wir unser erstes Kreislinger C-Spiel gegen den ersten FC Radis. Okay. Die macht ihr fertig. Na klar. Wir manipulieren den Ball, wir tun da Beton rein. Okay, das ist gut. Dann schießen die kein Tor. Nee, dann haben die voll die Klumpfüße dann später. Und dritte Halbzeit wird gepugelt. Ja. Da gibt's Bretter. Genau. Oder wie die werden, Herren und Damen sagen, zugeschnittenes Kantolz. Ja, richtig. Da liegen sie, der Herr. Ja, ist das neu da, dein Moped? Das ist von Miele. Mach die Miele? Ach du Scheiße, fährt jetzt Motorrad? Sobald ich so nen Scheiß hier fahren würde. Wenn dann ne richtiger Kutschuk. Ich glaub ich kauf mir nur eine. Warte, ein Kutschuk? Ha, Kutschuk. Ah, Kutschuk, Gesundheit. Kutschuk. Gesundheit. Und ein Kutschuk mit Ei. Boah, lecker und Tomate und Zwiebel. Wer ist denn dein Freund Knutschel mit dem? Ohne Scheiß, ich rauf gar nicht mit Jacken. Ist das nicht Ronny? Das ist der Ronny, richtig. Der Taxifahrer, ne? Jo, wo ist denn das, Willi? Das ist ja Gottes. Du bist hier in meiner Southside. Welche Southside? Na hier, wo du bist, geht als mir. Hey Sir, ich bin hier oft, ich fahr da Taxi. Ja, deshalb zahlt dein Chef auch Schutzgeld. Oh. Sonst kriegt er ein Brett. Eigentlich machen wir nix mit Brettern. Mhm. Mhm. Dein Chef ist das größte Kriminell-Schwein hier. Ja, wegen dem dürfte ich mein Taxi nochmal umlackieren. Welche Farbe, welche Farbe hat denn dein Taxi? Das war pink und grün. Er hat gesagt, du Arsch, mach das weg. Ja, warum hast du dir nicht mit den Fingern gezeigt? Na jetzt muss ich ein bisschen schleim, vielleicht kriege ich's ja hin. Mach, Willi, Opa, Willi, Bunker, geh auf die Knie. Was? Und lass dir durch den heftigen Bart streicheln. Oh je. Das sagt der Bar, der meint das nicht so. Oh je. Hast du schon mitbekommen, Opa, Willi? Was denn? Das Coldy-Seed hierhin. Äh, die Mila sagte irgendwie sowas davon, ja. Dann machen wir hier so eine Bar und Shisha-Bar auf. Okay. Hinten bei uns. Ja. Auch mit illegalem Glücksspiel. Oh, das ist gut. Oh je, das ist gut. Das wird die richtige Party-Location. Oh, da komm ich öfters wieder. Ja. Wir haben schon ein Hotel eröffnet, in Westside. Auch schon. Da sind die Bauer beide mal fertig, 16 Zimmer. Ui. Fünf Sterne. Wir sind fleißig im Investieren. Das klingt gut. Aber Willi, wenn du jetzt mit dem Fußball spielst, macht dein Herz dann nicht voll den Radau? Nein, der Opa will die Säule dann nur vom Spielfeldrand rumschreien. Ja. Ach so. Ja. Ja gut, dann okay. Ja, Kienkepättchenzeit. Bisschen in der Arscherentrecke. Ich glaub Twitch kann gerade komplett arbeiten. Wohin? Nicht so wie der FC. Alles klar. Ach so. Was ich jetzt verstanden wollte ich hier Satan, ne? Natürlich nicht, ja. Ja. Das war mir klar. Ich muss noch irgendeinen Song für euch organisieren. Kannst du nicht einen singen? Erst der FC Junk Park? Ja, ich überleg mir gerade was. Ja, dann kannst du ja bis morgen warten. Ich glaub ich hab da schon was, aber... Aber... Denk in dein Herz. Hör anstreng dich nicht. Äh... Das reimt sich nicht ganz. Ich kenn eigentlich nur die anderen, die komischen... Ich kenn einen Fußball-Song. Ja, sing mal. Wow, wow, wow. Was zahlst du? Sing doch mal. Ich singe einen, dann singst du einen, okay? Okay. Okay, pass auf. Kennst du den? Nee. Arbeitslos und eine Flasche Bier. Das ist der S04, die Scheiße vom Revier. Jetzt bist du dran. Ähm... Jeden Tag ist ein anderes Spiel zu Ende und bevor man nach Haus geht... Ah, da ist ein Kicker. Reicht man sich einander die Hände? Und hat was gelernt? Unsere Kickers, die schaffen es vor. Ja. Ach so. Ja, du sollst mit einsteigen. Ich kann das nicht singen. Unsere Kickers, die schaffen es vor. Unsere Kickers, die schaffen es vor. Komm, wir fahren da hin. Okay. Gehst du besser, Milner? Ich kann nicht auf. Unsere Kickers sind bald Nummer eins. Nee, bin ich nicht. Nee, bin ich nicht. Unser Junkie-Pack ist bald Nummer eins. Bin ich nicht. Warte, warte, warte. Okay. Das passt doch. Ja. Das machen wir. Also unten, unten im Taxi, okay? Hast du gehört? Ja, hast du gehört, Kat? Nö. Unsere Junkie-Pack schafft es doch. Wir machen eine Hymne. Unsere Junkie-Packs. Ja, ja, das machen wir auf jeden Fall. Okay, bis gleich. Bis gleich. Bis dann. Gehst du besser? Ich hoffe. Was ist denn los? Musstest du Kettchen machen? Kopfschmerzen. Hast du Kopfschmerzen? Ja. Jetzt gerade? Nee. Also? Sau, Kopfschmerzen. Willst du mit Fußball spielen? Seh ich so aus? Ja. Ich habe Angst vor Bällen. Bist du schlecht drauf? Ich habe Stress, okay? Was für einen Stress hast du? Alles Stress. Alles Stress. Alles Stress. Was denn? Halt die Kappe. Fahr. Hä? Sag mir. Dusch das. Warum? Ich mache gar nichts. Ach, du stinkst. Du stinkst. Schon seit einer Woche. Ich habe mich kalt umgezogen. Trotzdem stinkst du. Du musst auch duschen. Neut kann man alleine helfen nicht. Durch? Ah ah. Sind wir schon da? Ja, ist jetzt gleich Ampfiff. Ampfiff? Du musst geschlüsseln. Ja. Was geht da bloß? Oh, ich glaube es ist gleich Ampfiff. Wie ist schon mein Rucksack noch schneiden? Was willst du von mir? Ich will dir den Rucksack verkaufen. Ich habe kein Geld. Verdammt. Und ich keinen Platz. Komm, die singen schon die kasachische Nationalnümle. Gegen wen spielt ihr, wenn ihr alle auf einer Seite steht? Gegen die Unsichtbaren. Oh. Pass auf. Oh je. Das wärs jetzt. Hurra. Hurra. Der Junkie Park ist da. Hurra. Habt ihr schon Schiedsrichter? Dürfen die Fans nicht singen? Doch klar. Haben wir uns nicht vorhin weggerannt, als der Fangesang war? Ja, weil ihr ganz laut gesungen habt. Ach so. Klar dürfen die singen. Daddy. Das haben sie nicht. Habt ihr toll geschossen? Noch nicht. Das geht noch nicht los. Da haben wir noch einen Jungs warm. Machen. Der Machen. Der Machen. Ach, selbstverständlich für meine weiblichen Fans. Ist halt ein Training, ne? Ist doch kein Spiel. Okay. Für meine weiblichen Zuschauer. Wow. Man hat ja nen fetten, aah, ein gebärfreudiges Becken. Boah, Südtribüne heute will ich da richtig am feiern. Wer wird Deutscher Meister? Nur der ist 04. Oh. Auf so nen Scheiß kommen wir bei 04, alter Junge. Ich möchte das so fühlen, wenn man hier Fuß verschieben würde, ne? Aber wenn man halt einfach nur Sau spüren würde. Jawoll. Vergesst euch nicht zu Dehnen, Jungs. Ihr müsst euch aufwärmen, ne? Heute ist Training. Dehnen. Dehnung ist wichtig. Ja. Sag mal, da ist ein Spieler, der haut ab dort oben. Was? Ja, dann zahlt ihr Geld. Haut einfach ab. Boah. Ich organisiere unser erstes Spiel gegen den ersten FC Yardis. Wie unser Spieler haut ab. Wie zieht denn deine Knarre? Was? Gott. Ich bin vom Transfermarkt der Quad aufgekauft. Wie im richtigen Stadion? Wir haben einen Spieler verloren. Bean ist unser Trainer. Boah. Wo geht die an? Opa Wildiboncas Trainer. Ah, Opa Wildibonca, okay. Wir brauchen nur nen Schiedsrichter. Das wäre der erste Hooligan von uns. Ich bin Schiedsrichter. Okay, dann ist der BT Schiedsrichter. Du brauchst ne Trillerpfeife. Dreh dir mal einen Kaufen schnell. Du brauchst ne richtige. Kauf dir mal schnell einen BT. Ich lad mir. Ja, ich kauf dir eine. Gibt's dir was zu lachen? Ich muss mich konzentrieren. Jo. Mit dem Zähne und Beine sehen ganz schön kaputt aus, wenn er da so hängt. Gibt's dir was zu lachen? Ja. Sieht komisch aus. Oh. Verdammt. Er hörte mich. Den langen Kreis Liga 10, ne? Willi? Ja? Ja? Alle abgehauen. Die Schweine. Hast du schon angefangen, die Leute zu trainieren? Oh ja. Guck mir da, der ist man. Hey, wir haben nen Problem. Was denn? Irgendwie haben sich unsere ganzen Spieler verabschiedet. Die sind alle abgehauen. Ja, dann ruf lang dem Handy. Die machen sich trotzdem bang. Wir machen das zu fern. Kein Problem. Oh, Junkiepa. Oh, scheiße. Da geht noch einer, noch einer. Komm, 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 komm. Beißen, beißen, beißen. Komm, komm, noch einer. Jungen, pass auf dein Kreislauf auf. Beißen, beißen, beißen. Nicht scheißen, beißen. Oh, erstmal locker machen wieder. Ui. Er geht schlafen. Wie? Er hat eine Trainingpause. Was? Er hat Knöchel angestaucht. Ne. Manni. Manni? Ja. Habt ihr eigentlich nen Torwart? Lieder üben. Ja. Also, ich bin der Entry. Der Entry-Freiger. Ja, ja. Ich bin der Stürmer. Immer direkt von rechts stürmen, ne? Ja, ja. Oh, Junkiepa. Da hinten die 2. Das sind unsere Backstepper. FC Junkiepaak. Du bist mein Verein, ich liebe dich. Schalalala. Am besten bringst du direkt den Teufelsdreier bei, Willi. Irgendwann Champions League, Jungs. Irgendwann. Wo ist Jutta eigentlich? Die ist doch hier mitgejoggt. Nichts, dass hier irgendwo im Gewünschen liegt. Was willst du? Ne, Jungs. Hol mal lieber ne Kasten mehr, du Idiot. Ramsdorfer Kölsch. Die Kiste gibts danach. Ich krieg Ramsdorfer Kölsch. Wir haben wieder auf das Essen gesoffen. Jungs, ganz sauber. Wir sind noch zu ner dritten Halbzeit. Tack. Warte mal, der Leo spielt mit? Ja. Rechter Verteidiger. Hat der auch wieder Kippenschachteln in den Stollen? Ja, ja. Ja, ja. Ja, wollen halt die Leo, ne? Nein. Vielleicht kann ich noch ein paar. Warte, was ich schnach. Immer, woran ich hier lebe. Sag mal, sind das Kippen in deiner Socke? Was ist das dann? Was macht ihr denn hier, Bro? Ich ruf mal Hasepetter an. Vielleicht haben wir noch ein paar Zuschauer. Ui. Wollt ihr das wissen, oder was? Sag mal. Das sieht mir nicht gesund aus. Mach weiter. Alles im Namen der Muskeln. Erst mal ausruhen. Erst mal ausruhen. Erst mal ausruhen. Das war hart. Ja, ja. Der YouTuber alter, alter. Wollen wir nicht lieber... Oh Gott, oh Gott. Der Puls ist weg. Hallo, mir geht's nicht. Warum müssen wir bewusst los? Oh scheiße, scheiße. Nee, Jungs. Da war's der Totnest hinüber. Wir brauchen noch einen. Nee, Jungs. Ach, warte. Gibt den einen Powerriegel. Hast den ja eh schon. Also, ja. Hättest du da gewusst, hättest du ein paar Blutwurst mitgebraten. Wir brauchen mal Jungs. Ich brauche Radler. Aber wir sind ein bisschen wenige, ne? Wir sind die anderen. Wir brauchen Radler. Männer, unsere Gegner tauchen nicht auf. Ja, dann haben wir gewonnen. Tick nach Punkten, würde ich sagen. Wie das? Vier Stück. Wollen wir jetzt sagen, du? Ja, Meisterschale. Dann rennt mal zur Südtribüne und winkt den Fans zu. Mit allem, Mann. Und Welle machen und so. Also Blutwurst hab ich auch dabei, ne? Echt? Achso, die. Warum habt ihr alle die Nummer zählen? Hä? Wir kennen nur die eine Nummer. Wir haben einfach gesagt, weißt du was, mach einfach 18 Trikots mit der Nummer 10. Ja, andere Nummern hätten mehr gekostet. Ich bin mal gespannt, wann wir gegen den Kiez spielen. 1. FC Kiez. 1. FC Kiez. 1. FC Kiez. Die werden weggegerät, Junge. 1. FC Wehrlos. Da gibt's so einen, Junge. Wir holen uns das Vorkaufsrecht. Oh, Willi. Willi, ich hab ne geile Idee. Warte. Zieh dein Hemd aus von den Hosen und machst du nachher den Flitzer. Hä? Das könnte ich wirklich machen. Da seh ich eigentlich diese Erden von O'Brien. Oh, oh. Ich hab nichts gesagt. Oh, oh. Wieso oder diese Erden? Das hat sie gehört jetzt. Kommt, lass uns mal zurück zum Parkfahren, würde ich sagen. Das Spiel ist vorbei. Wir haben gewonnen. Wieso? Ja, aber wir müssen noch ne Runde laufen. Ja, einmal komplett um Platz. Eine Runde. Eine Runde. Ja, okay. Eine Ehrenrunde. Kommt. Nee, nicht vom Schalke. Auf geht's. Auslaufen. Auslaufen? Ja, nach dem Spiel muss man das machen. Nicht auslaufen, wie du wieder denkst. Was denk ich denn? Das weiß ich ja selber nicht. Doch, du wolltest wieder die Jutta beleidigen. Eigentlich. Was ist der denn? Alte Richtung, würde ich sagen. Ach, einer muss immer umrunden. Das ist eine gute Taktik. Heißamateure gehen alle links rum. Hä? Eigentlich gehen sie. Rechts rum. Geht der nicht links rum? Ja. Jetzt nicht gerade, aber irgendwie. Oh. Schlägerei. Oh, die Hooligans sind da. Jawoll. Auf die Schalker. Dritte Halbzeit beginnt. Und der Schiedsrichter mit drinne. Oh Gott. Rote Karte. Teddy. Schiedsrichter, das ist doch ein Rote. Oh, der... Oh, der... Was? Was war das? Teddy, Teddy, Teddy. Der nennt sich Teddy. Taser. War das der Anwalt mit dem Taser oder was? Der hat keine Karte gezogen mit dem Taser. Aber was ist das für ein Anwalt? Der ist doch vollerer, der Typ. Oh Gott, die... Teddy! Du musst pfeifen. Das war ein taktisches Fall. Oh Gott, scheiße. Ich fiss mir in die Hose. Ja. Wir haben einen Gewinner. Oh Scheiße. Oh Gott. 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 Die sind erstmal für die nächsten Spiele gesperrt. Oh Gott. 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 Das ist ein Taxi. Nee. Sie haben... Hast du gesehen, Mila? Ich habe Pfeilrücksi gemacht. Ja. Das war toll. Oh da liegt. Ah scheiße. Äh Roni? Roni? Ist jemand unterwegs? Hast du jetzt einen Krankenwagen gerufen, Roni? Roni. Jawoll. Das Spiel haben wir gewonnen. Super, Jungs. Ja. Gute Schaus. Haben wir uns verdient, glaube ich. Ja, ja, ja. Ja. Fehlt nicht mehr viel, bist du meister Schale. Hallo, hier ist Ronny. Ich weiß, ich habe Hausverbot, wie immer. Wir haben hier eine Leiche. Auf dem Sportplatz. Zwei. Was für eine Uni? Wie bist du noch beim Taxi? Sag Postelcode 644. Sollte ich sagen? Nee, warte. Eins, zwei, vier. Hier sind vier Leichen beim Taxi. Fußballplatz. Willst du so ein... Willst du einen Bosscode? Was weiß ich, ich habe keine. Frag mich nicht. Bis dann. Kommt einer. Okay. Hast du gut gemacht, Ronny. Kein US-Hare. Ist hier noch ein Platz frei? Klar. Ja, ja. Ja, ja. Danke, Sir. Ist hier nett. Und wir sind so neben den Starspieler zu sitzen. Ich würde mir ein Autogramm gönnen, aber ich habe kein Blatt. Ja, dann lass dir doch auf deine Käppi unterschreiben. Kannst du auf meinen Dollar schreiben? Ich schreibe dir auf deinen Popo. Willi, hast du den Dollar geklaut? Nee. Ihr Wichser. War ein super erstes Spiel, Jungs. Hat Spaß gemacht. Die Beinarbeit und diese Spur. Riecht gut. Hey, ich habe geguckt, dass keiner wächst. Mit euch habe ich nichts mehr am Hut. Das war richtig gut. Ja. Die sind alle ziemlich schnell. Krankenwagen ist auf dem Weg. Falls er weiß, wie ich mein. Achso, Willi. Ich versuche, Gegner zu organisieren. Die ein bisschen mit uns beuten. Halt Schnauz, Roni! Oh, Sir. Ich wurde von der Transfermarktliste aufgekauft. Das machen viele. Wir haben Buschfunk zum Beispiel. Leute transferieren. Oh, da kommen direkt zwei Krankenwagen. Siehst du, deswegen musst du sagen, da sind viele. Bleib bloß vorsichtig. Hier unten. Hier unten. Hast du nicht gesagt, dann fährst du Platz? Muss ich so will. Wir müssen hier da sein. Ja. Müsst ihr mal sagen, hier gibt es Leichen. Weil wenn ihr sagt, wir sind verletzt, dann kommen keine zu. Gibt es zu Gapfut? Ja, ja. Mehr, mehr, mehr. Gapfut? Ja. Ja. Ja, Rona. Ja, ich spring das, Borussia. Da ist ein Gepäckchen. Oh, danke. Oh, lola, lola, lola. Kann ich den Dollar vielleicht zurückhaben? Nö. Oh. Du kickst nicht deinen Ein-Dollar wieder, du kickst auch nicht deinen Zwei-Dollar wieder. Bis ich meinen Bibi-Gapf verhau. Hallo, Mr. Milizier, meiner. Ja, wieder Zeit. Wir haben ein bisschen Fußball gespielt und die drei wurden umgegritscht. Nur drei? Da vorne liegen zwei und da vorne ist Schiedsrichter auch. Da nehme ich den einen hier. Das Auto vom Schiedsrichter brennt auch schon. Wenn die schon mal da sind, können die mein Hausverbot aufheben im oben Krankenhaus? Wie kann man denn Hausverbot haben? Krankenhaus. Ich hab oben und unten. Ja. Frag nicht. Und bei der Polizei jetzt auch? Jo, und bei der Polizei auch. Unten im Krankenhaus eigentlich nur, weil der Security hat mich rausgeschmissen. Warum? Mein Fahrgast hat sich im Behandlungszimmer versteckt. Und ich bin hinterher. Und er hat gewonnen. Ich wurde rausgeschmissen. Das war's. Und weißt du, wenn du jetzt ein tödliches Bewunder hast? Dann habe ich meinen Tarnmodus für den... Hier, bitte. Dann fällt das nicht auf. Oh, was geht ab, Monday 7? Und so schmugle ich mich rein. Mhm. Du fällst doch gar nicht auf. Ich weiß. Überhaupt nicht. Und mit so einem rinnst du den ganzen Tag rum, über die Bunker. Ich mag den, Ronny. Du hast auch keine Freunde, ne? Nee. Wohnst du eigentlich noch in Pink Cage? Ich hab da noch eine Wohnung, ja, aber... Was zahlst du da Miete im Monat? 20.000. Was ist 20 mal 16? Äh, ja. Bei... Fußballspieler gewonnen und kein Rechner. Was? 72? Ne. Was habe ich jetzt gesagt? Ein sauberer Entry, jung. Bei 30... Ach, ich weiß es nicht. Was sagt er zum Entry? War super. Aber es soll ja teurer werden, ne? Die Miete. Wenn das Schloss, der Schlüsseldienst endlich da den Schlüssel endlich... Rausgibt? ... und aus, genau. Und die Schlösser tauscht, dass man dann abschließen kann. Ach, du hast nicht meinen Schlüssel? Nein, noch nicht. Dann kommt da 10.000 oben drauf. Und wenn dann noch der neue Kleiderschrank eingebaut wird, dann kostet das Ding 50.000 im Monat. Das Spiel ist doch schon lange vorbei. Aber ich glaube, dann gebe ich es ab. Elche, ne, Schiri, Pfeift. Ist das vorbei? Ja, die Pfeift hat gerade gepiffen. Also ist das vorbei. Ey, Jungs, wenn wir ein Zimmer vermieten, ne? In der West Side, direkt am Strand. Und 20.000 Dollar Miete bekommen, sind das im Monat 320.000 Dollar, ne? Und wir haben Schlüssel, glaube ich. Echt? Mhm. Das heißt, wir könnten 30.000 nehmen. Ja, ist halt die Frage, ne? Wie viele Mieter da noch wohnen, wenn das wirklich 40 kostet im Monat. Ja, aber 40 im Monat ist jetzt nicht so viel. Nee. Ja, Mann. Was ist das denn? Komm runter, wir haben den Fass aufgemacht. Ja, komm runter, Junge. Brauchst einen Radler. Ich bring das Buches rein. Egal. Auch nüchtern bekommt ihr nix an. Das nimmt der zurück. Das ist unser Trainer. Das ist Motivation, Jungs. Ihr schafft das. Schnappte Bösewichte. Rein da. Mit Hass. Rechts oben. Jetzt haben wir schon Fans bei den Koppers. Kommt, das waren die Hooligans, von denen er spricht. Ja, ja. Das sind die. Das sind ganz schlimme Finger. Das sag ich dir. Was willst du von mir? Oh, Südtribüne singt schon wieder. Aber du bist echt ein Süßer, ne? Was ist das lauf? Warum? Echt? Dankeschön. Ja. Würfelpark. Ja, ne? Würfelpark. Ja, aber das sind wir. Hä? Was willst du denn? Was? Ist voll nötig. Ja, ist du? Conny. Boah, ist mir zu laut. Da hättet ihr auch nie ihre Sounds einstellen können, Alter. Ronny, du hast kein Hausverbot im Krankenhaus aktuell. Was? Der sagt nicht, laut unserer Liste. Ja, bei euch nicht, aber ich glaube, der sagt den Paläto. Wie bekommt man denn im Krankenhaus das Hausverbot? Ja, das, wenn ich, äh, bei Info sind. Ja, mit Ziemann. Wie bekommt man denn das Hausverbot? Indem man Blödsinn baut. Was ist, wenn man eine tödliche Wunde hat oder so? Dann ist es ein Hausverbot. Aber ansonsten darfst du da nicht rein. Ja, Ronny, was bist du für ein Knallkopf? Für medizinische Notfälle darfst du immer noch ins Krankenhaus kommen. Ich hatte nichts mit zu tun. Der Security muss halt gefeuert werden. Paläto hat keine Security. Ich rede von euch, ihr Heinz Männer. Ja, okay, jetzt verstehe ich, warum der Hausverbot hat. Den gefälschten Ausweis, den du uns gezeigt hast? Den selbstgemalten? Was für einen gefälschten Ausweis? Der ist nachgemalt. Der ist nachgemalt? Willst du den mal sehen? Ja, gerne. Ja, ich auch. Zeig dem Curtis den mal. Ich will den auch sehen. Okay, einen Moment. Geh weg mit deinem... Oh mein Gott! Wie kann man denn beim Ausweis rausholen ausrutschen? Oh, neben mir am Arsch bin ich dumm. Ja. Da lag, glaube ich, nur eine Blutwurst rum. Und da hat ihn einer weggegräscht. Ich habe eine Schwalbe gemacht. Ihre gelbe Karte für Schwalbe. Wieder da war, kurz pinkeln. Oh, ey. Jetzt brauche ich aber hier... Was geiles von dir. Meine Beine. Warum rennt denn der überhaupt mit den Socken rum, die glitzern? Ich denke, die Socken, man, meine Hände klemmen. Was für deine Hände klemmen, Junge. Das sind Hausschuhe. Was bist du denn für ein Kicker? Das ist ein Ärm, Mann. Der ist mir sympathisch aufgenommen, Junge. Jo, ganz ehrlich. Meine Hände klemmen, Alter. Ach so, wieder... Männer, high five. Los, ich sammle die Dinger. Du pennst auch im Handschuh packen, ne? Nein, schau. Hallo, ganz auf. Hallo, ich kann doch auch... Ja? Ja, ich weiß. Deswegen winke ich jetzt nonstop. Leck mich am Arsch, was ist hier los? Du musst dich gleich vor unseren Trainer salutieren. Doch, Sir, ich stehe dazu. Hier, das ist mein Personalausweis, Sir. Bitte schön. Oh, Mann, ey Einfach Ronny, Sir Braucht noch jemand ein Kühlpack oder sonst was Bevor ich jetzt fahre? Und dann, weißt du, warte Und dann musste ich in den Knast ringen aus, weil es fällt schon Und das hat dir keiner abgenommen, dass der echt ist? Ich möchte den auch mal sehen Jetzt will ich den auch mal sehen Wie, du? Pass auf, Ronny, wenn du mir den jetzt zeigst Dann kriegst du die nächste Behandlung umsonst Oh, dann lass ich mir jetzt zweimal sagen Mach die Patschern auf Gib her Gib her, gib her Gib, 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 gib Ich betäub dich, dann fällt dein Öl und hol den selber raus Watt für? Egal Hier, bitte Mila, was machst du? Jo, kleiner Tipp, mach das nicht Weil dann ist der in den Knast Der sieht doch gut aus Mach ich gar nicht Dankeschön, du auch Ich finde, der sieht echt aus Danke Ich finde aber auch, der sieht echt aus Du müsstest mal sehen, was sich sonst noch gefällt Äh, ich meine Endlich mal einen richtigen Mann hier Kannst du mir auch was malen? Was willst du denn haben? Ich will ein Porträt von mir Äh Okay Ich habe ein Porträt von Caillou gemalt Kannst du Mila auf eine Geaffe malen? Wie die auf eine Geaffe reitet? Mit einem Sperr in der Hand? Ja Kannst du das so jetzt machen? Jetzt? Ich gebe dir 500 Dollar Das schaffe ich nicht so schnell Ronny? Weil ich bin ja künstlerisch sehr gut, aber Ja, ja Also wie du in den Knast gekommen bist Da hat die Polizei mal gut aufgepasst Das war wahrscheinlich fünfmal überprüft Das Ding Du hast es nachgesehen Genau so ein krasser Künstler wie der Güffi Ich bin Güffi heiß Ich wünsche euch was Männer und die Damen Tschüss, Dankeschön Nein Auch ein, Bro Weil der Güffi ist ja auch erst zwölf Ronny? Ja? Der ist Geschäftsmann Oh Dann guck doch mal Vielleicht hat der Interesse an Eisenhower Industries Echt? Ja, bestimmt Der ja, weil der Künstler ist ja Geschäftsbusinessman Also ich habe versucht eine Firma aufzubauen, aber irgendwie Ja, ich glaube nicht, dass das funktioniert Na doch Ja doch, mit dem Konzept, was der hat Zeig ich ihm dein Konzept mal Was heißt denn das für ein Konzept? Ja, der zeigt dir das jetzt mal Nein, nicht vor Ähm Ne, zeig ich ihm, das ist besser Geh jetzt nach Hause Geh Dann geh doch Okay, ich zeig ich sie Auf Wiedersehen Der FC Junkie Park zieht ab Hier bitte, das ist meine Eisenhower Industries Ich würde sie auch vorlesen, aber wie die sagt, zeig ich es Aber du kannst auch vorlesen, so ist es nicht Jungs, ich muss jetzt auch los Jo Wacht, Jungs Schwenk der Hut Kuss, Kuss Gute Nacht Hm Das ist Eisenhower Industries Das ist Rudolf Danke, Sir Wir machen ganz kriminelle Sachen oder halt auch nett Lass mich raten, wurde abgelehnt Oh Ja, das ist jetzt unglücklich verlaufen, Sir Was willst du? Na, wenn es abgelehnt wurde, ist es unglücklich verlaufen Ich kann dir da beide helfen, ich hab Connection Echt? Ja, so als Freizeitfahrtbesitzer und Hotelbesitzer Ich bin eine ganz große Nummer hier Ja, dann Meine Sekretärin Mila hat ja die Connections bis ganz tief im Start rein Ja, aber die weint immer wegen mir Ja, weil du eine Enttäuschung bist Oh Mann, ich warte Weißt du, wie groß die Giraffe ist? Du hast gesagt, dass meine Mila keine Babygeaffe kriegt Nein, ich hab gesagt, ich krieg sie nicht aus dem Zoo Und dann wollte ich hier eine malen und sie hat gesagt, sie will Kim Bild Du sollst eine besorgen Kann ich mal kurz ein Handybild von dir machen? Dann mal ich dich auf einer Giraffe mit Speer Ja Das war keine Frage Und du hast keine Antwort Guck doch mal Mila, guck mal süß Zeig mal, wie süß du bist Ja, das war sehr süß Perfekt Das soll eine schwarze Babygaffe sein, ne? Und die soll die Zungen draußen haben Und eine Brille Mit Pille oder ohne, Mila? Ohne Aber dann wirst du schwanger Was? Mit Pille oder ohne? So, Pille Aber, warte mal Aber ich halte doch auf der Pff Das wäre besser mit Pille Nein, das ist schon wieder ganz ekelhaft Ohne Brille Oh Aber kannst du der Giraffe in einem V8B-Turbo verpassen? Ein was? Ein V8B-Turbo Motor Ähm V8B-Turbo Ja, ist ja, ich kann es versuchen Ja, dann bringst du uns Kriegst du 500 Dollar für die Leinwand Okay Wir brauchen das fürs Esszimmer Jawohl Kannst du einen Film malen? Was für einen Film? Ein Ein Film malen Ich will, dass du malst Ein Menschen Der stolpert Der sich daran umdreht Und die Stelle dann So hasserfüllt anschaut Ähm Okay Schlaf gut, Mario Ich geh mein Bestes Diese Momente erfüllen mein Leben Danke Das tut mir im Herz Oh Ich hab grad an dich gedacht Und wollte anrufen Ja, ich glaub auch grad an dich Ich musste grad ganz dringend an dich denken Weißt du, soll ich dir sagen, warum? Pack die Campingstuhl aus Das ist gleich Grazie am Kiez Echt? Ein Film wird schwer Beim Chinatown? Ich weiß nicht Ich denke mal Das muss ja Ja, wo auch sonst? Ich hab keine Ahnung Oh nee Hm Ich hab mich gerade angerufen Die haben dich angerufen Ja, die wollten was loswerden Noch so auf Nummer sicher Ich hab gesagt, ich hab Termin Ja Also wird gleich Grazie arbeiten Ich geh mal gucken Ja, mach das Warte ich Was hat der Elphabiler gesagt? Äh, der ist noch beim Beim Dings am Klären Der meldet sich danach bei mir Okay Okay Okay, Junge Ja, dann bis später Machst du noch diese Rechnung fertig? Ja, die mach ich nachher im Office Ich war noch nicht im Office gewesen Mach ich die fertig Ok, ok Und dann kriegst du sie Okay, bis später Tschüss Bis später Ja, einmal Bye Okay Hi In Chinatown wird gleich Die Post abgehen Warum? Da bekommen welche Besuch Von den Koppers Wollen wir Gaffen gehen? Mhm Okay Komm, wir gehen in den Garten In Chinatown Ja Okay, dann gute Nacht Ich mach ne gute Nacht Gute Nacht Hau rein, Roni Und dann gerne in das Bild Jawohl Ich hör So Äh, wo soll ich dich hinbringen? Der King Hey, man Will die vielen lieben Dank Nochmal für fünf Gifted Zaps, ne? Das ist ja schon heute das zweite Mal Das ist mein Dank Und Freakskiller Danke für den Recept Sechsten Das Internet Boah, da höre wir auf Mit den Wikipedia-Dinger, Alter Mo, brauche ich nicht Oder ist Mo hier? Mo, danke schön für den Prime fünften Hä, du warst doch gerade noch Ne, du bist vorhin abgehauen, ne? Und Lurch, danke schön für den Recept im zehnten Und Halo Und Bambo, danke für den Recept im vierten Shadowhunter, danke für den Recept im vierten Sonsten Ja, ja Auf geht's, ab geht's Wo müssen wir hin? Ja Nein, die Chimetown Ich weiß nicht, wo das ist Hast du ein Navi? Ich hab ein Navi Scheiße, die Pässe Das ist doch irgendwo Da Okay Hier durch Harry, danke für den Recept im dreizehn Du bist wahrscheinlich auch nicht mehr hier Und Pat hatten wir, glaube ich, ne? Und Pantharan, danke für den Recept im dreizehn Dankeschön, Harry Du hast vorhin bei dem Tetzlaff zugeguckt, ne, Harry? Ich hab dich gesehen Du fährst aber richtig wild, ne? Wild? Ja, wild Ja Ich kann überlegen, ob ich dem Bescheid sag Wem Bescheid sagen? Den Kiezleuten Ey, warum? Da fährt schon hin, die Kuppe, fliegt hier hin, die Kuppe Weiß nicht, Kuppers ist immer so eine Sache Ach so, ach so Ja, dann küsse sie doch Geh doch zu denen Ich küsse gleich deinen Nacken Aber vorhin sehe ich den aus Nee, darfst du nicht Du? Nein, du hast dein Zimmer noch nicht aufgeräumt Schlaf gut, Teddy Aber ich fahr jetzt nicht so schnell dahin, ne? Ja Hast du nicht Hab ich wohl Hast du nicht Und wenn es später noch so aussieht Dann geh ich mit Ähm Müllsack da durch Ein Taubsauger? Ja Und dann kannst du zusehen, wo dein Neko bleibt Vor allem links Links Milla, du bist absolut los, ne? War das rechts? Entschuldigung Nein, das war links Aber du sitzt ja bei dem Tank rechts Bei dem Ach so, das war rechts jetzt Ach so Weißt du, und ihr wundert euch immer das Mecker Das ist ein bisschen los Komm, wir gehen das Zeitschiff Willst du die Wendy haben? Die neue aber nicht Kannst du gehen und die holen? Daddy Komm, wir gehen uns einen Zeitschiff holen Sind die anderen schlafen? Okay, danke Du musst holen, ja? Kommst du nicht mal? Doch, aber Die denkt, ich bin ein Baby, wenn ich die hol Oh, guck mal, die Uhr geht richtig Weil ich Uhr Boah Boah Oh, ist auf Boah Milla, jetzt ist Pizza Pizza Da ist doch eine Pizza drin Ui Darf ich auch was nehmen? Ja Oh, okay Geil Hast du einen Knarren bei? Warum? Falls gleich gefährlich wird Äh, ich hab eine Karre Dann nimm dir in die Hand Die Karre in die Hand, ja Nicht, dass gleich gefährlich wird Ja Oh, komm mal Ich hab eine Kaffe-Maschine und meine Papa auch gehabt Was? Ich hab eine Kaffe-Maschine Ui, wow Und meine Papa auch gehabt Boah Wow Boah Ist gut nichts passiert Papa, kann ich aufs Dach gehen Kannst du noch? Ui, mein Mokukma Ich hab eine Kaffe-Maschine Ich hab eine Kaffe-Maschine Ich hab eine Kaffe-Maschine Aber wir können abhauen Das ist keine Mein Schein Fang mich doch Das Eierloch Tick, da du bist Nö, du hast mich nicht Hab dich wohl Gar nicht Ui Bye-bye, DoubleX Das war schon wieder zu viel, Leute Tag, Sam Wo kann man Side-Trip kaufen? Kein, wie teuer ist die? Warte Wie teuer? So viel hab ich nicht Ich möcht gerne Inserhalter in Ausgeben In der Zeitung Hm 6.50 Komm mit der Bauen ab Hogwarts Was soll ich machen? Geh jetzt ins Bett Dann geh doch Okay Ja, meine echte Dusche Haben wir eine unechte? Und so auch ich Darf ich schmoppelt fahren? Na gut Bietige Taya Ja Willst du auch Taya? Papa Oder sollen wir nur was unternehmen? Wollen wir Abenteuer erleben? Und was? Teuerlich sind Und was können wir machen? Lass uns mit voll Karo Ähm 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 Bekannten Neun Leute kennenlernen Neu? Keinen wo? Ähm Na wo sind denn Leute Für gewöhnlich? Am Stadtpark Am Stadtpark Unser Sampler steht nicht mehr hier Oder da? Upsi Mhm Mhm Das ist schon ein cooles Bike, ne? Ja Das ist mein Lieblings Bike von meinen Bikes Auch mein eigenes Sapa Aber Eigentlich gehört dem was bei mir auch Ähm Aber Kristel noch Ähm Äh Ist denn dein Problem nun? Kristel noch Ist denn dein Problem nun? Ist denn hier los? Hast du nicht mal in der Logen gewohnt? Zieh nicht mehr die Knappe auf den Ne Aber das ist mein Finger Ach auf damit Du hast eine Knappe in der Hand Ach stimmt Der ist nur bis dahin gezogen Der Wichser Hahaha Boah irgendwie grad nicht so viel Bock auf der See Bin ich ehrlich Wir finden bestimmt noch jemand Also wo können wir hinfahren? Hm Also Überall wo Ähm Du möchtest, ne? Also außer jetzt Wir müssen dafür überpassen Dann könnten wir dann nicht hin Es sei denn du hast ein Boot Dann könnten Dann wäre das schon eine Möglichkeit dahin Oder mit einem Flugzeug Falls du ein Flugzeug hast Aber ich glaub wir haben kein Flugzeug Da ist ein Helikopter Ui Dann haben wir doch ein Flugzeug Der verfolgt immerhin Ui Und da kommt Koppers Jetzt können wir Gaffen Bilder Gaffen, ja Hinterher Bilder du hast eine Knarre hoch Entschuldigung Wir fahren ein Flugzeug hinterher Ja Da ist aber ein Flugzeug Auto Wir machen Live Reportage okay? Hol die Kamera raus Aha Die Kamera Meine Damen und Herren Es spielt sich wieder zu In Los Santos Wir sind direkt bei einem Live Verfolgungsjagd Wir verfolgen Ähm Einen schwarzen Ich glaub Jukula Die verfolgen Die verfolgen einen schwarzen Jukula Ähm Wir wissen noch nicht wo die hingehören Also zugehören Falls sie zugehörig sind Vielleicht sind sie es nicht Aber falls doch Dann werden wir sie herausfinden Oh nein Es sieht so aus Als hätten wir was verloren Was ist der Handicopter? Wir schalten gleich wieder zu Ähm Weiß nicht Aber wie schnell sind die? Toll Meine Damen und Herren Sieht so aus Als hätten wir Polizei und den schwarzen Jukula Ähm Florn Dies tut uns wirklich zu leid Wir versuchen schnellstmöglichen Nun auch bald Ähm Ähm Wiederzufinden Wo die sind Ähm Oder auch nicht Weil wir fahren jetzt erstmal Willa Guck mal Schöne Willa Ja Willa Komm finden die bestimmt Mein Pfarrer sagt Die finden bestimmt Wenn du ein Helikopter siehst Sagen Bescheid Ja Ich muss Bescheid sagen Für meinen Pfarrer Wenn ich Ähm Ein Helikopter Sehe Ich erkehre an Hey Das Ist Eigentlich ganz okay Wie toll war das? Ähm Sechs Wie toll ist denn Akutsu? Akutsu ist Sechs Und die Die kurze ist Fünf Sechs Tausend Ich sehe keinen Helikopter Ey die kann das Auto rein Wie? Du hast immer nur ne Knarre Ich glaub ich heute nen Helikopter wieder Auch aber ich sehe ihn nicht Ja Er muss hier irgendwo gelandet sein Los fahr um den Block Da Meine Damen und Herren wir haben Pferde Da unten Verhaftung Uiuiuiui Hier war gestern auch Ballerei Geile Pappetage Ja Meine Damen und Herren Wir haben die Bösen Die bösen Täter gefunden Und die werden nun festgehalten Von der Polizei Die Polizei nimmt die nun als Geisel Wow Was für ein Spektakel Über Wo sind die Gefangenen? Ähm Gefangene sind Ähm Da ein Auto Oder nicht? Ich kann nicht gut sehen Über uns keist noch immer der Helikopter Ein Gefahr ist vielleicht eventuell nicht auszuschließen Aber hier kommen schon die ersten Polizei Wir machen ein Tabu Ja Daher können sie uns sagen was hier passiert ist Können sie das unseren Zuschauern sagen? Hier live vor Ort Wir machen Berichterstattung von Wiesen News Wir sind die schnellen Raser Das ist leider ein Polizeiasatz Da können wir keine Auskunft übergeben Ja Wir haben euch verfolgt Ja Der ist ziemlich schnell gefahren Der schwarze Auto Oh Hat er ein Unfall gebaut? Können sie was zu den Verdächtigen sagen? Können wir keine Auskunft drüber geben Sind das wieder Schwerkriminelle? Können wir keine Auskunft drüber geben? Kennst du? Meine Damen und Herren Die Polizei Man hat gerade wie sie gehört haben gesagt Dass sie keine Auskunft geben darf Es tut uns wirklich sehr leid Können sie uns sagen ob irgendwelche Leute verletzt wurden? Doch wir versuchen neres herauszufinden Doch wir versuchen neres herauszufinden Gibt es Blut Verletzte Opfer Wie gesagt Kann ich im Moment alles keine Aussagen zu geben Halte mit der Kamera voll drauf Mila Mach ne Aufnahme von dem Toten Ja Uh Ah Oh Ich seh grad wenn ich an ihr Gesicht seh Sie haben da Warte Sie haben da einen Pickel Wie? Und die Wiesen mitesser direkt daneben Ach scheiße Oh das sieht nicht schön aus Oh man Sie sind live Oh man Weasel News nur Sandor Übrigens sind hier um der Ecke so ungefähr 4 Autos die sich für irgendwas bereit machen ne? Ja genau bunte Autos Hast du ne Tüte dabei Kollege? Vielleicht mal den Overwatch drüber bringen lassen Ja 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 bitte bitte Da Also Gut Äh Oh jetzt glaub ich gehts los Oh oh Die Tüte überm Kopf hat nix zu bedeuten Ne ne Doch nicht Wir sind nur Zivilisten Doch nicht Hier wurden doch gestern schon Wurde doch gestern schon Verhaftungen durchgeführt Zwischen der Olden und den Zupalnuss Da waren wir auch schon live vor Ort Wir machen Berichterstattung Sie gehen wohl alles mit Mhm Ja Wir sind die News Ähm Können sie mir sagen Wie sie sich nach dieser Verfolgungsjagd fühlen? Wurde doch gibt's ja groß zu sagen Arbeit gemacht Ja 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 Sehr gut Mhm Da schreib ich alles mit Mhm Und schreib mal auf dass noch kein Krankenwagen da ist Also gibt's noch keine Verletzten Der Krankenwagen ist gleich kein Verletzten Polizist mit Pickel und Mitesser direkt daneben hat sah er sah es war eine gute Arbeit gemacht Punkt Aber das Auto hat totalen Schalen Ja gut das ist äh Seinberg Ist der da voll reingeknackert? Seinberg Mhm Ui 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 kein guter Fahrer also Ja gut Ja gut Da kann ich auch keine Lastakrieme geben Äh auf jeden Fall Würden sie bitte einmal weiterfahren Das ist hier immer noch ein Polizeieinsatz Ja Aber wir dürfen doch hier stehen Wir sind doch nicht am Ding Wir können ein Stück zurücksetzen Mhm Genau Aber fahren sie bitte einmal weiter Warum? Ja Tun nur nicht Das hier ist auch immer ein Polizeieinsatz Wir sind schon ein bisschen Privatsphäre für die betroffenen Leute Nö voll mit Kamera draus von Leichensinnung Ja Nee das machen sie jetzt nicht Doch Müssen wir schon Sichtschutz aufbauen oder was? Nn nein Ja das so oder so immer Danke sehr Schönen Tag noch Mach von hier Ja So haben wir auch viel besseres Licht Wow Ich glaube wir sollten uns bei Wieselnus bewerben Ja sieh sich das mal keiner an Einer an Was da los ist Wow Ist noch kein Krankenwagen da Kein Krankenwagen Kein Verletzte Ich glaube hinter diesem schwarzen Auto wurden die festgenommen Ich glaube die werden gleich geknüppelt Halt ja drauf mit der Kamera nimm die Polizeiprotalität drauf Ja Das packen wir in die Nachrichten für 19 Uhr morgen Okay Ähm Oh Preien und Wurschicken schlagen wir dazu Und dann in Klammern wortwörtlich Ja okay Klammer zu und dann xd Dann eine Spalte freilassen und dann Keiko Spiek und Tinge Pältchen Werbung Okay Ist schon notiert Riesen Schlagzeile Riesen Schlagzeile Ui Die Chikota ist immer noch da oben ne? Mhm Was macht der wohl? Wenn der gleich runter spuckt ne? Boah dann bin ich aber echt sauer Ich wünschte der könnte mal was rufen Ich würde gerne ein Interview jetzt machen Eigentlich müsste Eigentlich müsste Biete hier so eine Wende bevor die Kamera ist und Und wir halten die Kamera Ja Wie ich das immer zuhause bei uns mach Was? Wenn du Haar machst Wenn Was? Was machst du? Hm Fernsehen gucken Ähm Äh Oh 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 Ich hab nämlich ne Göpro Meiden Türki Göpro Und damit guckst du fern? Ja Damit erkunde ich Erkunden? Mhm Meine Serie Unterdecke Ah Oh Oh Halb Polizei man Ein Helikopter Oh Okay der haut auf Ich glaube du musst die Leitschule anrufen Warte warte der fliegt weg Vielleicht gibt's einen neuen Einsatz Meinst du? Vielleicht musst du den tanken Oder Peebee Where was Oh guck mal Oh Wo sind die gefangenen? Wo sind die Vielleicht sind die schon ein Auto? Wir müssen gleich ein paar Schnappschüsse machen vom Auto Mhm Oh da Da guck die Boxen Siehst du? Die schlagen drauf Die hauen auf das Auto ein Ich seh's ich seh Halt voll drauf Halt voll drauf Wow Boah Brutal brutalität Filmen die Autos Mhm Wir machen jetzt Spurensicherungen okay? Okay Jeden Blutfleck den du siehst musst du fotografieren Wow Ja okay Da guck Hier Tür haben Sau mitgenommen Ui Siehst du irgendwas? Schreib mal auf Nullerkennzeichen Hm Hm Ich seh keine Blutspritzer Ja Nein Nein Da Was? Wann ist das Geburt? Nun alles Alles heil Vielleicht ist das auch Vielleicht war das so nur ne Pinte Ein Pinte Ja Ja Okay komm wir ziehen weiter Ich Ist schon tot Ich brauch eine Kamera Also Eine Kamera Ja Aber ich hab doch meine Kamera hier Ich brauch eine bessere Mit Fischer bitte Oh okay meine ich hier nicht mehr Ja so ist es also Nein scho Nein scho Ich steck mich hier so für Es tut mir leid Ich weine in letzter Zeit echt viel Und ich kann einfach nicht aufhören Hast du eine alte Bebuche? Nein Ich versuche mich Hör aufzuholen Warum schon machst du den Schnudder mein Hudi? Entschuldigung Willst du mich tanken? Ach ich soll tanken Benzin? Ja Ich glaub du musst tanken Boah Immer muss ich machen ne Benzin Wir sollten uns bei Weasel News bewerben Ja Und ein Ticket schreiben Und äh Wer arbeitet denn bei Weasel? Hm Gustav Gant Achso Und Ryan Trigger Ich glaub den kenn ich nicht Nun also Warum hab ich keinen Schlüssel für ne Moped? Möchtest du ein? Ja Können wir gleich machen Ja Magst du? Was mag ich? Das Motor Boah Das ist doch knapp Ich geb voll das jetzt Handschfest Na Ich bin nach vorne Im Namen des Himmels des ähm guten Geistes Jesus Ähm Mach mich heile nach Hause Amen Sind wir? Stadtpark Hier wurde ich letztens angepöbelt Von Pöblern Oh, guck mal Der hat Püffen Ja, weil ich eine geile Sau bin Danke, ich bring dich hin Küss die doch Nö, bist du die doch Boah, da ist ja auch nicht viel los, ne? Nö Mit allem Einsatz Vielleicht ist bei dem Cody was los noch Vielleicht ist bei dem Cody noch was los jetzt Es ist nur ein Spiel Es ist nur ein Spiel Es ist nur ein Spiel Warum musst du dich getroffen? Weil du musst dich getroffen Oh, guck mal Oi, Simon Aber ich glaube es Ist keiner mehr da Nee Die Lungern nur Das sind Lungerane Ja, die fressen bestimmt Das sind Müllerzäune Ja Guck mal, geh mal Hustler gucken Das petze ich Petze ich den Cody morgen Die husteln auch nicht mehr Warte, vielleicht Oh Sieger rufen mich an Wir waren gerade bei dir Ja, hast du Schoko hinten auf dem Dings Auf dem Motorrad? Nee, Mila Ach, Mila Weißt du, ob man den noch erreichen kann Den Jeff Ich wollte noch was von dem Wie geht der nicht ins Telefon Vielleicht telefoniert er oder so Ich dachte wieder Ich glaube, der ist schon in Arbeit Warum? Achso Ja, easy Nö, weil der gesagt hat Ich soll mich bei ihm melden Und jetzt Keine Ahnung Erreiche ich ihn nicht mehr Ach, stimmt Wegen der Kohle Achso Ja gut Das kann er auch morgen machen Das sind übrigens Obdachlose Von deinem Laden, ne? Äh, nee Da stehen ich Juri Donna Und Jenkins Das war doch nicht Juri Doch Doch, Juri ist der mit dem bunten Pulli Aber nicht der Architekt, ne? Guck mal, da drauf aus Doch Doch Doch, der Architekt Komm doch her Du kass doch davon Ich seh dich doch Kein Bekommen Ich will doch nicht echt sagen, dass du jetzt den Laden hochnimmst du Äh, ich glaub, du müssen andere abwürdig Ich rufe den Bullen Ich nehme jetzt hier eine Ivo, mein Freund Ah, ist glaube ich ganz, ganz schwierig Lack, vermisst du Warum? Weil ich denn frage, Kollege Nimmst du mich denn ernst, oder was? Oh, Daniel mein Name Ja, Daniel Gehst du? Alter, ich geh da gleich Obdachlose Ja, auch Mila hat gesagt, dass sind Obdachlose Hast du eine Ivo für mich? Ja, dann krieg die an dafür Ja, warte Ich nehm dir eine Ich bekomme gleich Eine Ivo Alles klar Egal, da warte mal Auch, auch Ja Das geht hier aber nicht mehr die örtliche Dorf-Apotheke befallen Ja Bin auch gleich wieder weg Das ist die übliche Dorf-Apotheke Von Ramo Die was für eine Apotheke? Amo Okay Hörde Wolltest du schlafen gehen, Mr. Bean? Wollt noch ein paar Erledigungsierungs machen Aber ich hab keinen Bock mehr Beginnen zu Coldies Sollen wir Action machen? Ah! Mama Aua Ich brauch den Laden noch ein paar Tragen Ihr macht den nicht kaputt Ich hätt gerne mal einen Cheeseburger Nein Du musst da was machen Achso Lass mal richtig sexy laufen, okay? Äh, ja auch Oh, Kass Du saß halt vom Weiden aus wie ein Obdachlose, Huri Und dann, und dann Dann fahr ich hoch zu meinem Haus und geh ins Bett Dann ist dein Spitzname jetzt, äh, Skittles Teddy noch da? Teddy Teddy noch da? Oder brauchst du einen neuen Teddy? Teddy Er kann auch zwei Teddys nehmen Oder brauchst du zwei Teddys? Teddy! Oh nein Oh nein, jetzt ist einem Gully gefallen Ich weiß noch nicht, welcher war der Gully Verdammte Scheiße, noch eins Ja, da vorne in den Gully ist er rein Ah, scheiße Ja, der ist der Hingerang, ne? Von hier Du drogst ihn auf dem Weiden Das ist mir, wow, der ist super Genau, ich bin super Nein, die Burger Um was geht's? Um die Burger geht's gerade Ja, die sind echt gut, wenn da nicht gerade ein Popel dran abgeschmiert wird oder so Äh Gut, ich hätte dann gerne einen Cheeseburger ohne Beilage Ein Cheeseburger ohne Beilage, alright Warum hast du nur noch auf, Cody? Wie bitte? Mit Salat, Tomate, Gucken, Zwiebel Ja, ja, die dürfen drauf, aber der Rest nicht Okay Und für die Dame? Du wolltest noch bestimmt was trinken mitbringen, oder? Beutelin! Und zweimal E-Cola Und zwei E-Cola Bäh Alright, und für die Dame? Ähm Ich nehm 20 Bacon Was? Und 20 E-Cola, bitte 20 Bacon bars Was? Wo isst du das alles hin? Äh, das ist nicht nur für mich Hm Ja, ja, das sagt sie Für das Für das Für das Für das Für das Für das Okay, dann warten wir draußen Könnt ihr auch noch was essen? Hm Milla, passt noch was in deinem Wands? Ich bin, ich bin, ich bin gut versorgt Ich will doch nichts Ja, easy Aber ich will doch Mach die Kasse auf, du Wichser Ich will noch zwei, zwei Erdbeer-Shakes Du bist gemein Zwei Erdbeer-Shakes? Das lohnt sich nicht, die Kasse auszuräumen Ich hab grad die Anzahlung für den neuen Laden gemacht Okay, zwei Erdbeer-Shakes Ja, bitte, der Herr Ich mag seine Schwitze beim Essen Ja, hau mir dein Fuß ins Gesicht Äh, ja, okay Jetzt nimm das Salam über Geld und haus mir ins Gesicht. Komm mit dem raus und scheißladen. Ja, scheißladen. Sehr sinnvoll. Ja, sag ja, Teddy und Bin als Anwalt, dann gegen Friedhoff, das wird lustig. Wie fühlt's gut? Ich würde ihn als Firmenanwalt nehmen sofort. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Cordy war schlau. Er ist auf jeden Fall schlau als die Leute vom Department of Justice. Ja, er weiß, dass sein Teddy existiert. Also, Cordy hat jetzt auch schon bezahlt, die Hälfte. Ja, der hat gerade bezahlt, ja. Boah, sexy. Hoffentlich kannst du unsere Vision in Italien umsetzen. Mit deinen architektischen Fähigkeiten. Du bist so viel schuld. Da war übrigens nix, ne? Ich hab Steuern bezahlt. Da war übrigens nix. Ah, nix? Vielleicht haben sie sich verbisst oder so. Keine Ahnung. Ich hab meine Steuern vorhin bezahlt für den Dezember. Keine Brutalität. Ja. Da waren zwei ältere Damen in einem schwarzen Jula. Die wurden weggepettet. Dann wurden die aus der Karre gezogen und übelst verpugelt. Wir haben, glaube ich, den Washington und den Lumpine gesehen. Ja. Boah, Mila. Geil, mach das nochmal. Okay. Ich hab das von Mr. Bean, oder nicht? Boah. Ich mach jetzt nochmal. Alles gut. Los, ich mach jetzt nochmal. Und jetzt nochmal. PEN! Wo habt ihr den gefunden? Bean? Der Mr. Bean? Da. Das ist ein Pflichtverteidiger von der Hörte. Alles klar, ich will immer den Pflichtverteidiger haben. Der hat mich runtergehandelt von Todesstrafe auf drei Stunden Knast. Mit dem Teddy zusammen, ja? Ja. Der Teddy hat den Nackenkoffer gehalten. Ja, geil. Sehr gut. Und das alles ohne Lizenz, ne? Der macht alle fertig. Ja, dann guck mal, der sieht doch aus. Also, wenn wir alle fertig machen. Gerade Teddy kommt für Teddy an, ne? Bean. Was meinst du, wie geil, das kommt, wenn der vor dem Gericht mit seinem heißen Auto vorgeht? Du, hast du Bluetooth an? Da. Warte, ich schick dir mal einen Ausweis. Ja, dann schick's. Oui. Ja, das ist ein Fastfood-Restaurant. Bitte sehr. Danke sehr. Lass dir schmecken. Ja, könnte es zahlen. Ey, das läuft so, ne? Mila, du hast mir schon schon 100 Bestellungen bei uns aufgegeben und zwei bezahlt oder so. Ja. Was sagst du zu dem Maus, weißt du? Das hast du mit dem Bean durchgeboxt, dass der anerkannt wird. Was? Wo wurde der denn anerkannt? Der hier im Stadio Los Santos. Was? 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 Willst du auch sein? Ich hab doch Connections. Ich hätte immer gerne einen, also ich bräuchte auch keinen Ausweis, aber ich hätte gerne einen Männernamen. Wie willst du den heißen? Teddy! Teddy. Okay. Der hat aber sehr gut jemanden mit... Aber der kostet 6.000 Dollar, ne? Ach, 6.000 Dollar. Okay, ich besorg den. Du willst ja sich jeden Abend... Du brauchst aber nur noch einen Nachnamen. Wie wärst du mit Teddy McLovin? Sei kreativ. Okay. Ich kann immer alles, was ich kriege. Teddy! Ich kann noch Polizeiausweise besorgen. Mach doch bitte. Nein, sowas will ich nicht haben. Sowas ist die Polizei... Nein, nein, nein. Hast du deinen Triller-Peifel noch? Wir haben vorhin Fußball gespielt. Teddy! Teddy! Mit... Mit Wien oder Ohne? Der war Schiedsrichter. Ja, geil. Und Teddy stand im Tor, ne? Der hat dann statt rote Karten und der hat getaselt. Hallo! Ja, es geht ja. Tagsam! Was geht? Äh, ist einer von euch hier Verkäufer? Ich glaube, ist Cody, glaube ich, drin, oder? Warte, wo mein Telefon... Okay, Mann, ich geh mal gucken, danke. Hier, Mann, bitte. Und wer bist du? Du, Alter? Bin ich? Ja. Immer noch Joe. Joe? Ich war immer noch Inventar hier bei Cody. Bist du Jack Green? Ganz sicher nicht. Ich hab dich noch nie hier gesehen. Jack Green? Wer ist Jack Green? Wie, du kennst Jack Green nicht? Nee, tatsächlich nicht. Der ist im neuen To Fasten Furious-Film dabei. Der macht die Drift-Stunts. Oh, jetzt hast du mich gespoilert, toll. Der macht ja nur die Stunts. Achso. Wollte doch nicht weiter, ich wollte ja noch gucken. Der ist in dem Film der Neue Lebensgefährte von Vin Diesel. Der hat noch richtig krasse Zähne, der steht auf dem Auto, das fährt so 300 kmh und der tanzt oben auf dem Auto, dachte und schreit, ich fahre es, ich fahre es. Okay, aber der hat nicht zufällig auf der Kennzeichen 639 PS, oder? Weiß ich nicht. Weil der Tempesta hier hat das schon. Was sind denn die Grimwilder? Hey, hey. Pst. Das ist gerade sehr, ähm... Hey, wir werden beobachtet. Sehr schwierig zu erklären. Es gibt eine Person, die hat sich in meinem Chaos eingeschlossen. Nein. Wieder Geisen-Name. Und die wird gerade zufrieden von der Polizia gesucht. Oh, wow. Wer hat das verfeift, die du? Brauche ich nicht machen, das macht eine andere Person gerade. Die auch keinen Schlüssel zu meiner Bude kaufen. Uh, warum habe ich keinen Schlüssel? Ja, brauchst du doch nicht. Warum? Ich würde schon gerne mal in einem richtigen Bett schlafen. Milon, ich habe nur Euro-Paletten. Ja. Ohne Matratze. Ja, ich habe doch Beans Auto. Der ist zu klein. Juri, gib dir noch mal wenigstens ein Bett. Ich habe nur einen Schlüssel dabei. Ja, aber den reicht auch ein Bett zu unter der Brücke oder so. Nicht Euro-Paletten. Herr Mark hat sich samt Auto in der Garage eingeschlossen. Nein, wex. Mark. Na, du weißt, wer das ist, oder? Ja. Ich habe keine Ahnung, wer vielleicht noch dabei ist oder so. Keine Ahnung. Hello. Jetzt Teddy. 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 So, alles klar. Der merkt dich aber, wenn oben. Teddy. Teddy. Oder willst du am Telefon bleiben? Teddy. 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 Da. Sind wir absteigen? Ich glaube, es geheirat. Ich bin Mude. Nee. Teddy. Okay, dann sollst du den Amno. Auf eine ganz komische Art. Ja, du weißt es, welch das FLB aufwächst in meinem Kaus. Tschüss. Pass auf, genau. Ja, tschüss. Tadu. Warte, lass mich kurz in den Telefon. Okay, fahr du, okay? Ich muss Telefon. Du kannst schon fahren, belangen Sie bitte. Ja. Scheiße, das klingt schon mal nicht. Dann egal. Okay. Nö, der C ist nicht eingestampft, aber momentan geht halt viel im AP, ne? Und, äh, da spiele ich lieber GTA gerade. Mida. Du kannst schon so fahren, dass du nicht immer mit dem Fuß am Boden machst. Und Cody, danke für den Wies am fünften. JJJ. Und Willi, danke für den Primen am vierzigsten. Und John the Ripper, danke für den Primen. Herzlich willkommen. Hatte ich das vorgelesen? Weiß ich nicht. Habe ich irgendjemanden vergessen, der jetzt gerade noch wach ist, den vorzulesen? So möge er sich bitte melden. Ach, hier pinnt eh alle. Hoffnungslos. Gucken wir gleich Zombie? Kann ich dir in deinem Ohr knabbeln? In mein Ohr? Können wir ein paar Präume machen? Ja. Sollen wir gleich Tinkepäckchen trinken? Tinkepäckchen. Oh, ich glaube, ich muss kurz in den Allabypack fahren. Gehst du schon nach Hause? Ich gehe schon nach Hause. Okay. Du-du-du-du. Bis gleich. Lass schon mal Wasser eine Beine. Danke für den Prime. Im 21. Ja, sag mal namens. Spicey, lügst du? Oder bist du ein Wahrhalter? Soll ich die scheiß Karri jetzt packen? Ich habe morgen Weekend, ja. Dienstag, Mittwoch ist immer frei. Außer ich mache irgendwie am Wochenenden den Tag frei, so dann nehme ich den Dienstag mit als Ausgleich, ne? Aber maximal zwei, ne, nicht maximal. Minimal zwei Tage die Woche auf jeden Fall frei. Ich brauche da doch. Außer wenn ich vielleicht eine Stunde im RP oder so unterwegs bin. Zum Beispiel das jetzt mit dem Juri irgendwelche Papiere oder so. Und sich da irgendwas ergibt, mache ich einfach spontaner. Wie letztes Mal auch, als ich hier an der Ecke stand. Du hast genix. Das werden einfach genix. Genix. Guck, wie ich laufe. Ich bin supermodel. Schon wieder gar keinen Bock auf Dienstag und Mittwoch rum. Guck, Papa Stell. Der zockt momentan auch wieder RP auf Sektor. Ist mega richtig chillig. Dabei zuzusehen, so wie er Schwarzwasser da wieder aufbaut. Ist nicht so hyperaktiv wie hier. Da werden auch, glaube ich, keine, ne, da werden auch keine Bretter oder sowas verteilt. Aber es ist mega cool zum Zugucken, finde ich. Oder Tetzla, der streamt auch wieder. Dr. Pulle ist sein Twitch. Oder Dex ist auch da. Benson ist auch da. Alle sind da. Dream come true. Hab ich schon geguckt, Amandini. Ich muss lachen 14.7. Halt! Abel. Abel. Tamm, wandern, 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 wandern. Playlist. Ups. heute zu egal kann man machen das ist ein guter vorschlag machten wir gerade macht der mucker wieder der spielst du hast egal ich stecke jetzt in sascha das ist ein ganz cooler typ guten abend jeremy du kommst leider zu spät an alle die ich vergessen habe vorzulesen verzeiht mir bitte ich bin maximal immer auf der p konzentriert ich habe euch trotzdem lieb vielen lieben dank für den support auch nein er ist tatsächlich nur da der um die uhrzeit noch das ist doch schon ganz alt der muss einfach komplett ab ich habe jetzt das schon ausgesucht aber jetzt info stays auch noch online der zockt auch happy guckt ihr werdet irgendwas finden wenn ihr nicht schlafen geht auf jeden fall vielen lieben dank für den support danke dass ihr mal so cool seid im chat keine hp polizisten ist richtig angenehm ist sehr schön da gibt mir das herz jeden tag auf in die hose wir sehen uns donnerstag wieder wenn nicht donnerstag dann freitag kann sein da zwei tage oder drei tage frei ich werde das aber bei twitter hinschreiben wir schreiben uns eben das gut alter ihr werdet das eh mitkriegen oder twitter und wer kein twitter hat dann kann mich ja auch nicht helfen tschüss wunderschöne gute nacht lasst euch nicht anquatschen ich hoffe hat spaß gemacht ich hoffe ihr konntet lachen tschüss schlafen schlafen gut tschüss apel no wait pomo ist hier noch dankeschön brellon ausrufezeichen discord zusammen und seid lieb beim sascha seid egal wo ihr hingeht lieb das hier ist nicht die 7b tschüss tschüss 10 2 Bis zum nächsten Mal.